Wir werden jetzt zwei Tage Zeit haben, um einen detaillierten Blick auf den kurzen Text von Ayokandro zu werfen. Und das ist eine wunderbare Gelegenheit, auch einen Sinn dafür zu entwickeln, wie die Einfachheit dieser großen Praktizierenden war. Ayokandro hatte in ihrer frühen Zeit, also in der jungen Zeit, Jugendzeit, große Schwierigkeiten mit ihrer Familie, die darauf bestand, dass sie heiratete. Und dann auch aus dieser Schwierigkeit erstehende Gesundheitsprobleme. Ihr Ehemann willigte ein, dass sie die Ehe beendigen würden, als sie in ihren frühen Zwanzigern war. Und er wurde dann zu ihrem Sponsor und sie verbrachte den Rest ihres Lebens in Praxis. Sie lebte in einer Welt, die wir uns kaum vorstellen können. Sie reiste viele Jahre, wanderte umher als eine Bettlerin, die Tö praktizierte und hatte Gelegenheit, viele Lehren von sehr vielen großen Meditierenden zu erhalten. Und im späteren Teil ihres Lebens verbrachte sie fast 60 Jahre in einem Dunkelretreat. Sie lebte in einer kleinen steinenden Hütte ohne Fenster und sie war 113 Jahre alt, als Namka Norbo sie traf. Und er war in der Lage, viele Unterweisungen von ihr zu empfangen und er schrieb auch eine kurze Biografie von ihr. Und diese Begegnung zwischen den beiden markiert auch einen wahrhaften Übergangspunkt in den Geschicken des tibetischen Buddhismus. Denn obgleich es in Tibet natürlich viele Stammeskonflikte und Konkurrenzen und andere Spannungen und Probleme gab, hatte das alles einen sehr geringen Einfluss auf Ayokandro. Aber mit der Invasion der Chinesen in Tibet wurden die Umstände sehr schwierig. Und schlussendlich musste Namka Norbo China verlassen, nach Indien zu gehen, um dann schlussendlich in Italien zu kommen und auf Vieh zu reisen. Für uns war die Tatsache, dass diese großen tibetischen Lehrer in den Westen kommen konnten oder kamen, war sehr von Vorteil. Aber natürlich ist es auch ein Anzeichen für die Gewalt von Macht und Krieg. Und wenn eine solche Idee auf eine starke Weise in den Geist von Leuten kommt, die sehr wenig Vorstellungen davon haben, dass es die Möglichkeit von Meditation und Mitgefühl gibt, dann kann diese ideologische Struktur für die Wahrheit gehalten werden und dafür gebraucht werden, andere zu zerstören. Sehr viele Leben wurden durch die Wellen von verblendeter Überzeugung zerstört, die Mao Zedong aussandte. Und das Gleiche können wir im Moment in unserer Zeit sehen an dem, was in der Ukraine geschieht. Und diese furchtbare Kombination von einer sehr engen Idee, wenn diese dann noch sich mit Macht verknüpft, dann wird es für alle sehr gefährlich. Wenn wir uns in der Geschichte umsehen, dann sehen wir, dass es eine endlose Anzahl von Konflikten gab und gibt, die auf der Überzeugung von einer Rassenüberlegenheit oder einer Geschlechtsüberlegenheit oder ökonomischen oder ideologischen Überlegenheit oder sonst irgendwie begründeten Überlegenheit gab und gibt. Das Gleiche sehen wir auch in den Konflikten, die es zwischen Religionen gab oder innerhalb einer Religion zwischen den verschiedenen Sekten gab, wo Menschen die Überzeugung entwickeln, dass eine bestimmte ideologische, eine bestimmte gedankliche Struktur sozusagen der einzige authentische Ausdruck von Wahrheit ist und dann zur Grundlage dafür war, andere zerstören zu wollen. Also die Vorstellung haben, dass ich mich nur sicher fühlen kann und mächtig fühlen kann, wenn meine Feinde und jene, die um mich herum sind, schwach und machtlos sind, dann haben wir hier ein Rezept für Leiden. Wenn wir beginnen, den Dharma zu studieren, dann entwickeln wir auch eine Haltung, die mir einschließend ist gegenüber allen fühlenden Wesen. Mögen alle fühlenden Wesen glücklich sein. Das ist eine sehr einfache Idee, aber eine sehr tiefgründige Idee. Denn wenn ich alle fühlenden Wesen glücklich sein will, ungeachtet dessen, in welchem Bereich sie leben, welchen Körper sie haben, woran sie glauben, dann gestatte ich mir selber, frei zu sein, eine Beziehung aufzunehmen, ohne die Vermittlung von irgendwelchen konzeptuellen Ideen. Und in unserem gewöhnlichen Leben benutzen wir Konzepte, um Möglichkeiten oder Wege zu identifizieren, Kontakt aufzunehmen. Diese konzepthaften Interpretationen, wissen wir ja sehr genau, verändern sich mit Zeit und mit den Umständen. Sie erstehen auf der Grundlage des Entstehens in gegenseitiger Abhängigkeit. Sie sind nicht innewohnend wahr, aber wenn wir an sie glauben, dann ist es so, als ob sie wahr wären. Ein bisschen sich mit der Politik zu befassen, ist sicherlich hilfreich, weil es uns hilft, zu erkennen, wie bereitwillig wir tiefgründige, konzepthafte Identifizierungen annehmen oder aufnehmen, die uns erlauben, die anderen zu identifizieren. Aber wie der Buddha schon hinwies, Freunde werden zu Feinden und Feinde werden zu Freunden. Es gibt keine tiefgründige Wahrheit oder Sicherheit, die unsere Glaubensvorstellung unterstützen würde. Samsara wird durch Glaubensvorstellung erzeugt, während Nirwana durch unmittelbare Erfahrungen enthüllt wird. In diesen schwierigen Zeiten, in denen starke Feststellungen getroffen werden über den Status anderer Leute, können wir die Dynamik der Dualität sehr klar sehen. Und wir können diesen furchtbaren Augenblick des Leidens gebrauchen, um unsere eigene Klarheit zu stärken. Dass wir uns freimachen können von dieser interpretativen Struktur der Dualität und offen und verfügbar für alle bleiben können. Ich habe die Unterweisung zu diesem Text bekommen und auch mit seiner Hilfe die Übersetzung gemacht, unmittelbar von Namkai Norbu, also mit dessen Hilfe die Übersetzung gemacht. Und das ist ungefähr 40 Jahre her. Und das beginnt mit einer vierzeiligen Erbietung an Ayukandrum. Und das ist da jetzt von Namkai Norbu, er sagt, aus der ursprünglichen Reinheit des unendlichen Willkommenheißens, frei von Künstlichkeit. Dieser unendliche Willkommenheißen ist der Dhamma-Dato, der Raum, in dem alle Erfahrungen und alle Phänomene erstehen. Und es ist frei von Künstlichkeit, mit anderen Worten. Es ist kein Konstrukt und es konstruiert auch nichts. In der gleichen Weise, wie Spiegelungen, Spiegelbilder im Spiegel erstehen, ohne den Spiegel in irgendeiner Weise zu beeinflussen, es stehen Phänomene im Dhamma-Dato, ohne diesen in irgendeiner Weise zu verändern. Und das ist die ursprüngliche Reinheit unseres Geistes selbst, eines Geistes, der nicht in die Identifizierung mit vorübergehenden Erscheinungen verwirrt ist. Mit anderen Worten, die Raumhaftigkeit des Grundes, und das ist ein Aspekt dessen, wie wir sind, oder mit anderen Worten, wir sind ein Aspekt des Grundes, da das Dhamma-Dato nicht irgendwie berührt oder verändert oder gewandelt wird, bewahrt er seine eigene ursprüngliche Reinheit. Das ist dieses Kadak, diese ursprüngliche Reinheit, die der Fokus unserer Praxis ist. Wenn wir nicht erkennen können, dass der Geist, unser Geist nicht ein Ding ist, dann bleiben wir in der Falle der Dualität zwischen Selbst und Anderem, also zwischen Subjekt und Objekt. Dann sind die Häkchen, die uns in die Reaktivität der Wechselwirkung der fünf Geistesgifte hineinziehen, sehr intensiv. Der unveränderliche Grund von jedem von uns ist ungreifbar. Es ist die Nichtunterscheidung von Erscheinung und Bewusstheit. Und in der nächsten Zeile heißt es dann, indem sie manigfache illusorische Formen zeigt, ist sie vollkommen berauscht. Und das drückt aus, dass, weil wir eben nicht fixiert sind, nicht irgendwas festgelegt ist, manifestieren wir uns von Augenblick zu Augenblick in verschiedensten Musterbildungen von Körpersprache und Geist und Geist hier im Sinne von dem Fluss von Erfahrung. Also seit wir heute Morgen aufgewacht sind, ist unser Körper durch verschiedenste Bewegungen hindurchgegangen und auch unsere Sprache hat die verschiedensten Formen angenommen. Wir haben vielleicht irgendwelche Gebete gesprochen oder wir haben mit jemandem gesprochen. Viele verschiedene Gedanken, Empfindungen, Erinnerungen und so weiter sind aufgekommen. Das sind diese manigfachen, illusorischen Formen, die sich in einer Beziehung zu den um uns herum erstehenden manigfachen, illusorischen Formen manifestieren. Obwohl wir sozusagen das Selbst und das Andere sagen, davon sprechen, sind das lediglich Begriffe, Vorstellungen, Konzepte, denn alles ersteht sozusagen gleichzeitig in einem Augenblick. Und das ist Hörndrop, also das unmittelbare Erstehen, es kommt von nirgendwo her, geht nirgendwo her, sondern es ist einfach unmittelbar hier, als eben dies und dies und dies. Wenn wir uns also in unserem gewöhnlichen dualistischen Selbstempfinden befinden, da zeigt sich die Meinigweichlichkeit der Welt keineswegs als dieses schillernde, gekräuselte Erscheinen von Regenbogen am Himmel, sondern eher als dieses Konkretisierte, was eins nach dem anderen kommt. Und weil die Welt aus verschiedensten Dingen bestehend erscheint, sind wir damit konfrontiert, Wahlen zu treffen. Soll ich dies nehmen oder jenes nehmen? Was wäre das Beste? Und so hängt unser dualistisches Bewusstsein davon ab, sozusagen den Dingen da draußen einen Sinn zuzuordnen, und sie irgendwie zu identifizieren und gleichzeitig dann auch für sich selbst herauszufinden, was man denn wohl am meisten braucht. Wir können also für uns selbst sehen, dass wenn wir uns in der Welt bewegen und sozusagen in uns selbst gefangen sind, dass es eine gewisse Art von Reibung gibt zwischen Tat und Weise, wie wir uns selbst interpretieren und den Interpretationen des Anderen. Und die zweite Zeile drückt aus, dass sie vollständig euphorisch ist, sozusagen glücklich die ganze Zeit über und sich in Deva-Chenpo befindet. Denn indem sie in der nicht-dualen Schau präsent ist, hat sie überhaupt keine Wahlen zu treffen. Da gibt es das Vertrauen einer intuitiven Spontaneität und dass jeder Augenblick präzise einfach es selbst ist. Und die beste Vorbereitung auf den nächsten Augenblick ist einfach vollkommen gegenwärtig in diesem Augenblick zu sein. Dieses vollkommen gegenwärtig sein bedeutet nicht, mit dem gegenwärtigen Moment zu verschmelzen oder sozusagen in völliger Identifizierung aufzugehen, sondern wirklich vollkommen frei von einer Identifizierung in diesem Augenblick zu sein. Die dritte Zeile sagt vom Elixier der großen Freude der Nicht-Dualität. Damit ist sie glücklich. Nicht-Dualität ist eine große Fälle von Freude, weil sie nicht von begrifflicher Ausarbeitung abhängt. Denn da Subjekt und Objekt zusammen erstehen wie zwei Wellen in einem Ozean und so wie eben diese Wellen im Ozean eben grundlegend einfach Wasser sind, so sind die Bewegungen von Subjekt und Objekt grundlegenderweise einfach Bewegungen des Geistes. Das ist diese ununterbrochene, illusorische Sich-Zeigen grundlegend freudvoll. Es ist nicht freudvoll, in unserer gewöhnlichen Art und Weise zu irgendeiner Art von Schlussfolgerung zu kommen. Etwa wie wenn man etwas sehr Gutes isst und dann auch denkt, oh, das war jetzt richtig gut. Wie die Unmittelbarkeit des Geschmacks zum Beispiel, wenn man ein Eis leckt und dieses Eis löst sich auf. Es ist nicht zu leugnen, dass die Subtilität, dass die Nuancen dieses Geschmacks sich bewegen. Was immer du darüber sagst, kann es eigentlich nicht richtig fangen. Wir sagen, oh, es ist sehr gut oder auch nicht so gut. Aber das sagt uns ja nicht sehr viel. Die Unmittelbarkeit des Erscheinens ist eben ein Erscheinen, aber ein ungreifbares Erscheinen. Es ist ein Vinang Dong, ein Erscheinen wie von Regenbögen am Himmel. Und das ist diese freudvolle Qualität der Nicht-Dualität. Die Tatsache, dass da nichts zu ergreifen ist, bedeutet ja nicht, dass es da gar nichts gibt. Es ist sozusagen in der Mitte zwischen diesen zwei Extremen von Permanenz oder wahrhafter Existenz und einem Nicht-Vorhandensein, in einem absoluten Mangel an Existenz. Wir können also diese Worte lesen und ein Gefühl für sie entwickeln. Aber Ayukandro lebte die Wahrheit davon jeden Tag. Und deswegen heißt es in der vierten Zeile, wir verneigen uns vor der Dakini glorreiches Licht. Das war ihr Name, Paldron. Dann beginnt der Text selbst, gelange zu der Klarheit, dass alles, woraus die Bereiche des Werdens, Samsara sowie der Frieden der Befreiung, Nirvana, bestehen, bloß eine einzige Wurzel hat, den eigenen Geist. Alles ist Erfahrung. Selbst wenn du diese Tasse oder so etwas wie so eine Tasse, die er gerade da in seiner Hand hält, anschaust, dann kann ich sagen, ich bin James, ich bin ein fühlendes Wesen und ich bin keine Tasse. Die Tasse wurde in eine Fabrik hergestellt und ich wurde nicht in eine Fabrik hergestellt. Diese Art von Interpretation, zu der gelangt man, wenn man die Konzepte, die wir haben, die Vorstellungen, die wir haben, als Anzeichen von etwas wahrhaft Realem betrachtet. Die Tasse existiert als ein Etwas und ich existiere als ein Etwas. Auf der Grundlage, wie ich meine eigene Existenz wahrnehme, kann ich der Tasse auch gewisse Wertzuweisungen vornehmen. Weil wir diese Art von Erfahrung haben, können wir beobachten, wie wir selbst so kleine Paläste von Begriffen konstruieren. Wir können denken, ja, ich existiere doch, ich bin ich. Ich bin auf eine zuverlässige Weise ich. Wenn du mich aber fragst, wie wird denn dein James, wie wird denn dein Körper in einer Minute sein? Was wirst du denn in einer Minute von jetzt an sagen? Weiß ich nicht. Aus irgendeinem Grund, während ich hier rede, bewegen sich meine Hände umher. Warum die sich in bestimmten Mustern bewegen? Ich weiß es nicht. Du kannst die Choreografie deiner Hände mittels Mudras zu organisieren lernen. Wenn du aber nicht vorhast, eine kulturell bedingte Organisation, deinen Körper, deine Sprache und deinem Geist aufzuzwingen, dann wirst du feststellen, dass all das sich einfach gemäß der Umstände manifestiert. Also es steht James in einer Beziehung zur Umgebung, zum Umfeld. Auf dem Tisch vor mir liegt meine Uhr und ich weiß, wie lang der Text ist. Und dann entsteht der Gedanke, James, red nicht zu lange über dieses Stückchen, du hast noch eine Menge andere Stückchen zu besprechen. Und das ist unser Leben. Die Art und Weise, wie wir uns manifestieren, hängt von den Umständen ab. Mit anderen Worten, jeder von uns ersteht oder kommt hervor durch und er steht gemäß der Umstände in unserem Umfeld. Wenn wir einen Text wie diesen lesen, dann ist es so, als würden wir zu einem Augentechniker gehen oder zu einem Optiker gehen. Wir sehen nicht sehr klar. Wir schauen durch unsere karmischen Strukturen und durch unsere strukturellen Schleier, die durch unsere Kultur validiert werden. Der Buddha ist der große Arzt, der uns zeigt, wie wir unsere Vision, unsere Sicht klären können und die Katarakte beseitigen können, die die klare Sicht behindern. Und das ist der Grund, warum sie sagt, dass es vital wichtig ist, zu der Klarheit zu gelangen, dass alles, was erscheint, ganz gleich, ob es als eine innere Erfahrung erscheint oder als etwas außerhalb von uns Liegendes erscheint, eine einzige Wurzel hat. Und das ist unser eigener Geist. Wenn du durch die verzerrende Brille der Dualität schaust, dann wirst du sehen, und es wird dann ganz klar für dich sein, dass James und die Tasse nicht das Gleiche sind. Aber James und die Tasse sind grundlegend dasselbe im Sinne eines Mangels an innewohnender Existenz. Und James und die Tasse sind auch in dem Sinne das Gleiche, in dem sie beides Erfahrungen sind, die in diesem Augenblick aufkommen. Sie stellen Möglichkeiten einer endlosen Interpretation dar. Sie sind keine fixierten Entitäten oder Dinge. Wenn wir die Tasse als ein etwas Existierendes ansehen, dann scheint sie als ein Beispiel für die Tassenhaftigkeit zu existieren. Als ob es da eine Wahrheit, in dem eine Tasse sein gäbe, die diese Tasse sozusagen am Ort hält. Aber die Tasse ist eine dynamische, sie manifestiert sich gemäß der Resultate ihres Produktionsprozesses und gemäß der Resultate ihres sozusagen Aufrechterhaltungs- oder Wartungsprozesses. Unter Umständen sind sozusagen die Kräfte, die das Aufrechterhalten der Tasse ermöglichen, in einem Austausch mit den Kräften, die auf die Zerstörung dieser Tasse zustreben. Zum Beispiel kann man sehen, dass da schon eine Kerbe im Tassenrand befindlich ist. Bei irgendeiner Gelegenheit wird sie dann wahrscheinlich zerbersten. Ich werde sie vielleicht zu hart abstellen oder was auch immer. Jedenfalls dann wird sie nicht länger eine Tasse sein. In der gleichen Weise wird auch mein Körper alt und funktioniert ganz anders, als er das vor 50 Jahren zu tun pflegte. Soweit es mir jedenfalls bewusst ist, habe ich es nicht persönlich veranlasst, dass mein Körper alt wird. Mein Körper scheint sich selbst zu veraltern. Und obgleich ich ihm sage, es nicht zu tun, hört er nicht auf mich. Der Körper ist eine Erfahrung und kein Ding. In der gleichen Weise ist unser Ego selbst, unsere Persönlichkeit, unsere Vorstellung von dem, wie wir oder was wir sind, etwas, was keine wahre Existenz besitzt. Unsere Stimmungen kommen und vergehen. Manchmal wachen wir am Morgen mit einer bestimmten Empfindung auf, vielleicht als Konsequenz eines Traums, an den wir uns nicht einmal mehr erinnern können. Wenn wir entspannt und glücklich sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, durch die Umstände um uns herum provoziert zu werden, geringer. Wenn wir aber angespannt und in irgendeiner Weise unglücklich sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir durch Vorgänge um uns herum erregt werden. Und es ist sehr wichtig, das zu beobachten. Denn das ist etwas, was die ganze Zeit über geschieht. Dein Körper, deine Stimme, dein Geist sind ungreifbar. Wenn du also scheinbar in der Lage bist, dich selbst zu begreifen oder zu greifen, dann ist das, was du dann bekommst, nicht die frischen Phänomene selbst, sondern es werden deine Konzepte davon sein. Über etwas nachzudenken oder über etwas zu sprechen, trägt immer mit sich die Gefahr, etwas zu verdinglichen und als wahrhaft und getrennt erscheinen zu lassen. Aber was immer wir über uns selbst sagen, ist immer nur situationsbedingt gültig. Die Umstände ändern sich und dann fühlst du dich schon anders. Was also erscheint, ist eine Interpretation einer Erfahrung. Du kannst aber keine Erfahrung haben, wenn du keinen Geist hast. Du kannst auch keine Interpretationen, keine Urteile und auch keine dogmatischen Definitionen haben, wenn du über keinen Geist verfügst. Die Prozesse der Erfahrung von Samsara sind nichts anderes als eben die Bewegung des Geistes. Und auch die Prozesse der Befreiung des Glaubens an die Möglichkeit von Freiheit sind auch nichts anderes als eben die Bewegung deines Geistes. Sie sagt dann, wird dieser Geist untersucht, so findet man, dass er bar jeder eigenen innewohnenden Existenz ist. Was ist nun dieser unser Geist? In Tibetisch selbst ist der Begriff Geist auch ziemlich trickreich und es gibt viele verschiedene Ausdrücke wie Lo, Yit, Sem, Semnit und weitere. Und die können je nach Zusammenhang eine hochstehende oder niedrigstehende Bedeutung annehmen. Eine Möglichkeit, über den Geist nachzudenken, ist zu sagen, er ist eine Art Behälter und gleichzeitig ist auch der Prozess des Flusses, des Inhalts dieses Behälters. Wenn du über den Inhalt deines Geistes, also den Fluss in deinem Geist nachdenkst, dann kannst du natürlich innerhalb deines Geistes auch über diesen Inhalt Kommentare machen. Indem du sagst, mein eigener Geist oder mein Geist, dann ist es so, als gäbe es da einen, der diesen Geist besitzt. Mein Geist, Besitzer, also mein Geist, ich bin der König, ich bin der Besitzer dieses Geistes. Was ersteht in meinem Geist, ist ein Königreich und ich bin der König, der auf dem Thron dort sitzt. Es fühlt sich als wahr an, das ist die Art und Weise, wie das Ego als Wahrhaftexistenz für uns erscheint. Aber woraus besteht das denn eigentlich? Das sind vorübergehende Augenblicke der Identifizierung. Und diese Augenblicke sind immer am Verschwinden. Sie sagt, was immer man also finden kann, was eben als Identifizierung davon gebraucht werden kann, hat den Charakter eine Bezeichnung. Thakpa, so wie in Tibetisch, so wie das Ortsschild. Wenn man in eine neue Stadt hineinfährt, gibt es an der Seite der Straße immer ein Schild mit dem Namen der Stadt, die man gerade betritt. Wenn man also sagt, ich trete jetzt in den Zustand des Glücks ein, dann ist es so, als würde man eben in die Glücksstadt gerade hineinkommen. Und wenn man aufgeregt ist, dann kommt man in die Aufregungsstadt. Ich bin also derjenige, der meinem Geist sagt, was es ist. Und das ist genau eben diese Täuschung. Denn dieses Ich, das irgendetwas Wichtiges dem Geist mitzuteilen hat, ist nichts anderes als eine Erfahrung, die in diesem Geist eben gerade ersteht. Wenn wir also die Natur der Unbewusstheit oder der Ignoranz mal rückbar anschauen, indem wir den leeren Grund des Geistes nicht sehen, was dann von Augenblick zu Augenblick als Erfahrung entsteht, wird fälschlicherweise aufgefasst als das Erstehen von Dingen, von Entitäten, von Existenz. Wir sagen dann also, hier ist ein Geist und ich bin James, das Subjekt. Und dieses Subjekt, James, hat einen Geist. Aber James ist ein Name. Es ist exakt dieses Wort Takwa. Das ist ein Zeichen, das eben befestigt worden ist. Als ich sehr klein war, gab mir die Eltern eben den Namen James. Es ist nicht innewohnend. Es ist nicht sozusagen, in dieser Art und Weise, sich zu manifestieren, eingeboren. Aber es fühlt sich so an, weil es so oft benutzt worden ist. Es ist sozusagen die Formierung einer Gewohnheit. Indem es wieder und wieder wiederholt wird, beginnt es sich so anzufühlen, als ob es wahrhaft ich wäre. Weil wir in der Sprache diese Zeichen benutzen und sie dafür gebrauchen, Bedeutungsmuster zu erschaffen, ist dieser an sich nützliche Modus der Kommunikation sowohl hilfreich als auch gefährlich. Es ist hilfreich, weil es uns gestattet, in diesem Ozean von Symbolen und Zeichen mit anderen Leuten zu schwimmen. Aber er ist auch gefährlich, weil in dem Schattenaspekt die Worte, die wir gebrauchen, scheinen bei einem Referenten zu haben. Also etwas, worauf sie sich beziehen, was an sich da ist, zu haben scheinen. In der Linie, also in der Nyingma-Sokchan-Linie, ist die erste geschehene Übertragung unmittelbar direkt zwischen dem Geist der Buddhas. Und daraus hervorgehend gibt es die Übertragung der Vidyadaras, der großen Yogis. Und als Karab Doge in unsere Welt eintrat, versucht er mittels Zeichen und Symbole zu kommunizieren. Und am Ende stellt er aber fest, dass es nicht so recht funktioniert. Und als er diese Welt verlässt, dann steigt er auf in die Wolken. Und inmitten von einer Wolke von Regenbögen spricht er diese drei berühmten Aussagen. Diese Linie ist die Linie für, also den tibetischen Namen hatte gerade gesagt, kann ich nicht wiederholen, ist die Linie für gewöhnliche Leute, die einfach den Klang hören müssen, der durch das Loch im Kopf hineingeht. Und das ist die mitfühlende Großzügigkeit von Karab Doge. Aber natürlich, da ist ja sozusagen der Bereich des Samsara betritt, kommen zusammen damit auch diese zwei Pfade der Bewusstheit oder Unbewusstheit. Denn du kannst die Lehren einerseits hören und gebrauchen, um dich zu deinem offenen Grund, deine Selbst zu öffnen, oder du kannst sie gebrauchen, nehmen, hören und gebrauchen als ein Mittel deiner Täuschung unterliegenden Vorstellungen davon, wer du bist, zu benutzen. Wenn der Geist sich entspannt, dann sieht er, dass Gedanken, Gefühle, Empfindungen und so weiter, Erinnerungen, aufkommen und vergehen wie Regenbogen am Himmel oder wie Wolken. Sie kommen und gehen. Und aber durch die Macht der Dualität anfängst du dich mit bestimmten Gedanken zu identifizieren, mit ihnen zu verschmelzen und andere auszuschließen, dann erzeugst du ein Realitätsmuster der Täuschung. Deswegen gibt es in der Tradition auch sehr viele Warnungen. Und das heißt nicht umsonst, dass die Praxis ist wie das Eingeschlossene einer Schlange in eine Bambustange. Sie kann nur entweder hoch oder runter. Es gibt keine anderen Möglichkeiten. Du musst also sehr sorgfältig sein und als erstes Klarheit darüber erlangen. Was ist der Geist? Und gerade eben ist das Buch Ich als Ich zuerst rausgekommen, was eine Neuerzählung oder Wiedererzählung der Geschichte von Matam Ruja ist, dem Dämon, der eben präzise und genau aus dem Missverstehen dieser Lehre erstanden ist. Wir sagen Ich. Dieses Ich kann sich auf die ungeborene Bewusstheit, auf Rigpa selbst beziehen. Oder es kann sich auf eine Konstellation des Ego-Festhaltens, von Dank Sinn beziehen. Daher muss man sehr sorgfältig darauf schauen, wie man in sich selbst gerade lokalisiert ist, in diesem Augenblick. Sich selbst zu betrügen hat keine Nutzen. Wenn man so einen Geist anschaut, zum Beispiel könntest du deinen Freunden eine Geschichte aus deiner Kindheit erzählen oder wie deine Eltern waren oder was immer. Du erzählst ihnen über dich selbst, wie du warst. Aber du bist ja nicht länger so. Und du stellst auch deine Eltern mittels deiner Interpretation dar. Du könntest also das Gefühl haben, dass du einen wahren Bericht über die Vergangenheit lieferst. Aber in Wirklichkeit nimmst du diese Träger von Bedeutung, diese Zeichen und benutzt sie in diesem Augenblick, um ein bestimmtes Interpretationsmuster genau in diesem Augenblick zu erschaffen. Ein Geist erschafft eine Geschichte über die Vergangenheit. Und wenn wir das anschauen, dann wissen wir, es ist nicht exakt wahr, aber es ist auch nicht völlig falsch. Es gibt genau in diesem Augenblick eine Gestalt, durch die du die andere Person zu einem Dialog einladen kannst. Wir könnten auch sagen, oh, was hast du Lust, morgen zu machen? Und dann habt ihr ein Gespräch, eine Diskussion, was ihr morgen Abend tun werdet. Nun, morgen existiert nicht. Was du erschafft, sind Muster von Potenzial. Was dann tatsächlich da aufkommen wird, wird nicht das Gleiche sein, wie das, was du dir vorgestellt hast. Das ist der zentrale Punkt. Die Kreativität des Geistes zeigt endlose Muster. Und diese Muster haben keinerlei innewohnende Wahrheit oder Substanz oder Existenz. Sie haben mehr den Charakter von Gesten, also der Art und Weise, wie zum Beispiel der Körper sich, während man tanzt, bewegen würde. Was sie kommunizieren, ist Konnektivität, Verbundenheit. Aber begründen tun sie nichts. Täuschung oder Unbewusstheit oder Ignoranz ist die Vorstellung, dass unsere Gedanken irgendeine Art von Wahrheit übermitteln. Im Augenblick ist die russische Armee dabei, Ukraine zu zerstören. Viele Leute werden getötet werden, auf der Basis dessen, dass sie Ukrainer sind. Identität, also in dem Fall nationale Identität für die Russen, bedeutet, dass wir wollen diese Leute dort nicht haben. Identität für die Ukrainer bedeutet, wir müssen hier sein, das ist unser Land. Und das ist ein Krieg, das zwischen konzepthaften Identifizierungen geführt wird. Wie es immer ist, ob es jetzt zwischen Kommunisten und Kapitalisten oder Faschisten und Kommunisten oder wer auch immer, es sind immer konzepthafte Identitäten im Konflikt. Konzepte als Mittel des Denkens können hilfreich sein. Da es zum Beispiel gerade dort dieses grundlegende, diese grundlegende Instruktion über Sukchen erteilte. Wenn aber Konzepte aufgegriffen werden als Bedeutungsträger wahrhafter Identität oder wahrhaften Seins, dann von etwas, was man entweder annehmen oder wegdringen kann, dann werden Konzepte sehr gefährlich. Sorry, it was frozen, I didn't get the last bit. Wenn du also deinen eigenen Geist anschaust, der Geist selbst ist nicht ein Ding und was in diesem Geist ersteht, ist auch ebenfalls kein Ding und mit Ding meint man hier etwas, was in und aus sich selbst heraus existiert, der Geist ist wie der Raum, aber nicht irgendein leerer Raum, sondern ein Raum, in dem sich viele illusorische Muster bewegen. Seit du heute Morgen aufgewacht bist, hast du schon so viele Erfahrungen mit deinem Körper, mit deiner Sprache, mit deinem Geist gehabt. Das ist genau die Leerheit unseres eigenen Geistes, die den Reichtum unseres Lebens erlaubt. Da du eben nicht ein Ding bist, das ergriffen und definiert werden kann, ist das der Grund dafür, dass du dich in so vielen verschiedenen Formen manifestieren kannst, also in dieser Meinigfaltigkeit zeigen kannst. Das Wichtigste daran ist zu beobachten, wie du dich mit der Umgebung veränderst. Jetzt, wo jetzt gerade die Frühphase des Frühlings anfängt, die Tage werden länger, die Sonne steigt am Himmel etwas höher auf und die Vögel hört man auch mehr auf eine etwas erreglere und energetischere Weise Pfeifen und an den Bäumen erscheinen Knospen und wir empfinden damit etwas. Du hörst die kleinen Vögel singen und du fühlst es. Du siehst die wilden Blumen am Wegrand und du führst etwas. Du und die Welt sind eine Konversation, eine Pulsation von Energie. Du bist Energie und die Welt ist Energie und die beiden beeinflussen einander, verändern einander. Wenn du das beobachtest und du hast ein starkes Ich-Empfinden und dann von diesem starken Ich-Empfinden aus sagst du ich mag mich, was du da gerade gesagt hast, das regt mich auch, dann ist es so, als hättest du da irgendwie ein fixiertes Ich innen drin. Dann kannst du sehen, dass es genau dieses Verschmelzen mit meiner momentanen Empfindung ist, sagen, die Weite der offenen Bewusstheit so klein werden lässt und so dicht werden lässt, dass ich mich nur als eben diese eine kleine Empfindung wahrnehme. Wir müssen also gegenwärtig bleiben und beobachten, dass man selbst Bewegung in einer Welt von Bewegung ist. Und ich bin auch keine Bewegung einer Entität, eines Dings, sondern eben die Bewegung im Raum selbst. Wir machen jetzt eine Pause bis Viertel vor eins mitteleuropäischer Zeit. See you. Wir fahren fort. Sitzen erst mal ein bisschen. Wir machen dieses vertraute Guru-Yoga des Weißen A. Das offene Blick, der auf den Buchstaben A ruht, der von Regenbogenlicht umgeben ist. Wir machen zusammen diesen Klang A dreimal und dann entspannen wir dabei unsere sämtlichen Fixierungen und ruhen dann zum Schluss entspannt in der Offenheit. dieses vorgestellte weiße A löst sich im Raum auf und alles ist einfach Bewegung im Raum. A A A Aaaaaah 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 Diese einfache Praxis können wir viele Male am Tag ausführen. Es ist keine entwickelte mentale Praxis. Es bestrebt nicht etwas zu entwickeln oder uns irgendwo hinzubringen oder irgendwas zu verbessern. Wir ruhen einfach in der innewohnenden Offenheit. Aaaaaah 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 es genau dieses Muster, das sich manifestiert. Dann wirst du krank und du liegst im Sterben und dann ist es das Muster, was sich zeigt. Es ist ein Erfahrungsmuster. Definitiv kann man sagen, dass es sich manifestiert. Wenn du das aber sozusagen drüber hinaus noch mit der Idee besiegelst, das geschieht mir und ich will nicht, dass es mir geschieht, dann ist das nichts als ein nicht notwendiger und auch nicht hilfreicher Kommentar und eine Ausarbeitung. Also bleibe bei der Einfachheit. Dann sagt sich hier im Text, es gibt nirgendwo auch nur ein einziges empfindungsfähiges Wesen, dessen Grund oder Basis nicht die Buddha-Natur oder das Herz aller Sugathas wäre. Wenn du über dein Leben nachdenkst, dich dann an den Geburtsort erinnern, an deine Schulzeit vielleicht, an die Leute, mit denen du in die Schule gegangen bist, an deine Eltern und so weiter. Diese Art von Geschichtserzählung ist versucht, eine Verkettung zwischen Phänomenen herzustellen, als ob diese Phänomene an sich existieren würden. Mit anderen Worten, diese Körper und diese Erfahrung, dieses Lebens manifestieren sich aufgrund der Tatsache, zu diesen bestimmten Eltern als Kind gekommen zu sein und an diesem bestimmten Ort geboren worden zu sein. Es ist wie eine historische Linie, die von der Vergangenheit in die Gegenwart sich hindurchzieht und vielleicht auch noch ein bisschen in die Zukunft. Wir können die Musterbildungen beschreiben, die aufgrund der Wechselwirkungen mit den Umständen sich gebildet haben. Man könnte sagen, das ist die Art und Weise, wie Hörndrup oder die Präsenz sich zeigt unter dem Schleier der Dualität. Ich bin so und so aufgrund von dem und dem. Aber auch diese gegenwärtige Form von mir ist interaktiv, ist ungreifbar und ohne eigene eigenständige Essenz. Und meine Interpretation involviert also den Gebrauch von Zeichen und von Sprache, um einen Bericht zu formulieren, wie ich zu mir geworden ist oder wie ich zu mir geworden bin. Was er aber dann sagt, ist, wenn du beobachtest, wer dieses Ich eigentlich ist, dann wirst du feststellen, dass all diese Muster sich gerade immer auflösen, auflösen wie die Wellen im Ozean. Und dass wir in der Wirklichkeit genau diese Buddha-Natur oder die Qualität der Leuchtung sind. Es ist das Herz oder, wenn man so sagen will, das Schoß, aus dem diese glücklich gehende, glückliche Form des Buddha ersteht. Und dieser Begriff bezieht sich auf die Verbindung zwischen ursprünglicher Reinheit und der instantan augenblicklichen Gegenwart. Also im Sinne der Wahrheit oder des Grundes oder dessen, wie es ist, ist unser Geist dieser ursprüngliche, raumhafte Geist aller Buddhas. Aber im Sinne der Dualität klingt der Begriff Leerheit nicht wirklich so gut. Wir wollen lieber jemand oder etwas sein. Und Ayokandro sagt, ja gut, du kannst das natürlich gerne wünschen, aber schau genau hin. Ist da überhaupt eine Basis dafür, als eine definitive, konkrete Person zu existieren? In diesem Sok-Chen-Pfad wollen wir uns nicht von einem Glaubenssystem zu einem anderen bekehren. Es ist nicht wie, früher glaubte ich an Alkohol und jetzt glaube ich an Jesus Christus. Es geht nicht um Glauben. Das geht um das Entspannen des dualistischen Pulses des Glaubens, sodass du wirklich die offene Erscheinung sehen kannst. Wie wir viele von uns schon gehört, viele Male gehört haben, die Wolken befinden sich am Himmel. Wenn du dich auf die Wolken fixierst, dann kannst du denken, oh, so viele Wolken. Aber der Himmel ist da. Der Himmel ist grundlegend, während die Wolken zufällig und bedingt sind. Die Erfahrungen unseres Lebens kommen aufgrund von Ursachen und Umständen. Manche Leute haben viele, viele Freunde und andere Leute haben nicht so viele Freunde oder fühlen sich vielleicht sehr einsam. Das sind Muster von Erfahrung. Und man könnte irgendeine falsche Essenz daraus destillieren. Ein Mensch könnte denken, oh, ich bin wirklich eine sehr nette Person. Und das ist der Grund, warum ich so viele Freunde habe. Der andere könnte denken, ich habe nicht so viele Freunde. Das ist wahrscheinlich, weil ich nicht so eine nette Person bin. Niemand mag mich. Beides davon sind Interpretationen, die nicht zum Herz der Angelegenheit vordringen. Diese Art von analytischer Untersuchung, von Mustern, von Ursachen und Wirkungen können nur zu großer Verwirrung führen. Selbst auf der relativen Ebene, wenn man das im Begriff des Karma anschaut. Ich habe nicht viele Freunde jetzt, denn in meinem früheren Leben habe ich viele Leute betrogen. Ich war eine schlechte Person. Ich bin jetzt keine schlechte Person. Aber die Ergebnisse meines Gewesenseins als schlechte Person informieren jetzt die Art und Weise, wie ich jetzt bin. Wer bist du also? Oh, ich bin eine einstmals schlecht gewesene Person, die jetzt eine traurige und alleinig, allein seiende, gute Person ist. Da folgt ein Konzept dem anderen, dem nächsten. Wenn du Konzepten folgst, wirst du Muster von Erscheinungen und Interpretationen finden, die sich als ein Etwas darstellen. Was immer du von den kulturellen Glaubensvorstellungen übernommen hast, ist deine Kindheit, von deinen Eltern, von dem ökonomischen Status und was immer es sonst noch ist. All das berührt nicht den tatsächlichen Grund dessen, was du bist. Der Geist selbst ist die ursprüngliche Reinheit. Und der Inhalt eines Geistes ist das, dass sich momentaner Vergegenwärtigen oder eben Hörngruppe. Denn die Emergenz, das Hervorstrahlen des Potenzials des stets offenen Geistes selbst. In der gleichen Weise, wie die Welle, die sich auf der Fläche des Ozeans bildet, Wasser ist. Also sind die Musterbildungen meines Lebens die Energie meines Geistes. Das Potenzial des Himmels, Gastfreundschaft anzubieten, gestattet eben Regenbögen und Wolken aufzutauchen. Das sind Aspekte des Himmels. Das ist das, was du sehen kannst, wenn du in deiner Meditationspraxis sitzt. Von Augenblick zu Augenblick ist da das Hervorkommen von diesem und dann geht es und dann wieder diesem und dann ist es wieder gegangen. Das ist die Strahlkraft oder Klarheit oder die Schau des Potenzials. Wenn du aber eine Position demgegenüber einnimmst, dann wird das zu etwas, was entweder gut ist und was du magst, oder zu etwas, was nicht gut ist und was du nicht magst. Jage also nicht den Inhalten des Geistes nach, sondern bleibe niedergelassen in der Offenheit. Und dann fährt sie damit fort, uns zu sagen, was passieren wird, wenn wir eben nicht offen bleiben. Nun, diese Umstände der Bewegung karmischer Winde, das ist genau die Musterbildung deines Lebens. Karma erstellt aus der empfindenden Trennung von der Umgebung und dadurch erzeugte Aktivität gegenüber der Umgebung und auch der Erfahrung des Einwirkens der Umgebung auf einen selbst. Karmische Winde kann man aber auch als die Energiebewegung in den Körperkanälen verstehen, die gewissermaßen den Impulsen entsprechen, die den Anschein haben, selbst definiert zu sein. Das könnte sich manifestieren als die Empfindung, ich bin wirklich wütend. Und da ich eine Verschmelzung mit dem, was ersteht habe, die sich zeigt, als ob das die Wahrheit ausdrücken würde, dann bin ich eben wütend und deswegen habe ich auch das Bedürfnis, dich zu beleidigen oder anzugreifen. Und das gibt wiederum Anlass für weitere karmische Muster. Wenn die karmischen Winde aber in den Zentralkanal gebracht werden können, unmittelbar dorthin gebracht werden können, wenn also die Leerheit der Impulse, der Empfindungen usw. erkennen kannst, dann haben die nicht allzu viel Macht. Wenn wir aber diese Leerheit nicht erkennen können, dann befinden wir uns in der Dualität von Verschmelzung und Ablehnung, Verschmelzung und Verwerfen. Was sich hier sagt, ist, dass diese karmischen Winde aus der Aktivität erstehen, die durch mentale Ignoranz oder mentale Aktivität, die durch Ignoranz ersteht. Wenn du dir des Grundes nicht gewahr bist, dann siehst du nicht die Leerheit dessen, was da ersteht. Dann haben wir eine Empfindung von Subjekt und Objekt. Ich wirke auf die Welt ein und die Welt wirkt auf mich ein. Dann versuche ich, die Dinge zu organisieren und zu managen, um die optimalen Bedingungen sicherzustellen für das Überleben meines Empfindens Ich zu sein. Also von meiner subjektiven Präsenz. Aufgrund dessen sind alle Wesen eben eingehüllt oder eingesponnen in das Netz der Dualität. Zum Beispiel, wenn ich traurig bin und ich komme, um dich in einem Café zu treffen und du lächelst, dann weiß ich sofort, ich bin nicht du. Ich bin traurig und du bist glücklich. Also sind wir nicht gleich. Das ist das letzte Stück dieses Satzes, wo das Problem sich versteckt hält. Du bist glücklich? Naja, für eine Weile. Ich bin unglücklich? Auch für eine Weile. Das kommt und geht, gemäß den Umständen. Man könnte zu dem Schluss kommen, beide von uns sind nicht fixiert und erstehen gemäß den Umständen. Oder ich kann es verfestigen und verdinglichen. Du bist glücklich, ich bin unglücklich. Wir scheinen nicht wirklich das Gleiche zu sehen. Wir leben nicht in der gleichen Welt. Ich verstehe es nicht. Und das ist das, was unser dualistisches Bewusstsein die ganze Zeit übertut. Sich zu nähern und dann wieder in die Ferne zu gehen, getrennt zu sein. Und auf der Grundlage meines Gefühls, dir nahe zu sein, verhalte ich mich auf eine bestimmte Weise. Und auf der Grundlage meines Empfindens, fern zu sein, verhalte ich mich auf eine andere Art und Weise. Und was sich hier sagt, ist, dass aufgrund eben diesem wir endlos in einem endlosen Samsara umherwandern. Und Samsara bezieht sich ja auf etwas, im Tibetischen ist das Wort dafür Kowa. Das ist etwas, was sich dreht, ein Rad, das sich umdreht. Irgendetwas entsteht und ich reagiere und etwas anderes kommt. Ich reagiere und ich handle und du reagierst auf meine Handlung. Auf diese Weise erscheint Pulsation die ganze Zeit über. Die Tatsache ist, dass wir das Gleiche in der Abwesenheit eine fixierte Identität sind. Und doch glauben wir an die Gegenwärtigkeit einer fixierten Identität. Und dann nehmen wir das vorübergehende Muster unserer emergenten Energie und das halten wir für das Zeichen dafür, wie wir sind. Und auf dieser Grundlage sehen, sehe ich, wir sind uns gar nicht so ähnlich. Und auf diese Weise haben wir Missverständnisse, Verwirrungen und das Gefühl, entfremdet zu sein und ein bisschen verloren und einsam zu sein. Und all das, all diese Arbeit und Empfindung und Energie und Verlorenheitsgefühle und was immer es noch ist, all das ersteht aus einer einzigen Ursache. Die Wurzel ist, ich bin nicht des Geistes, meines Geistes, wie er ist, gewahr. Und wenn du erst einmal im Samsara bist, wenn du das Empfinden hast, ich existiere, dann schwebt über uns der Schatten der Nicht-Existenz, des Todes. Ich will nicht sterben. Ich will für immer leben. Ich möchte ich bleiben. Selbst wenn ich manchmal unglücklich bin, möchte ich ich sein. Das bin ich. Ich will ich sein. Und so wird Leerheit fehlinterpretiert als Nicht-Existenz. Und dieses unauffällige sich Manifestieren, das Lern-Druck, die instantane Gegenwart, wird missinterpretiert, fehlinterpretiert als Existenz. Indem du also deine Existenz gegen die Nicht-Existenz verteidigst, erkennen wir nicht, dass unsere Gegenwärtigkeit untrennbar von diesem offenen, leeren Grund ist. Weder existieren wir, noch existieren wir nicht. Das sind die ungewohne Gegenwärtigkeit des offenen, leeren Grundes. Wenn das nicht erkannt wird, wird Ereignis nach Ereignis falsch interpretiert. Das ist der zentrale Punkt und da ist nichts sehr Kompliziertes daran. Die Tatsache, dass alles ungreifbar ist, ist schwierig für Leute, die dran gewöhnt sind, ständig zu greifen. Oder gibt es ein neues Restaurant in der Stadt. Und ich frage mich, ob es gut ist. Lass uns mal hingehen und herausfinden. Wir wollen wissen. Wenn es gut war, dann wollen wir da regelmäßig hingehen. Und wenn es nicht so gut war, dann wollen wir da niemals mehr hingehen. Wenn wir unseren eigenen mentalen Prozess beobachten, dann versucht es aufhörlich, unermüdlich, mehr von Gutem zu bekommen und weniger vom Schlechten. Aber wenn du zu diesem wunderbaren Restaurant gehst und mit deinem Partner, mit dem du gerade vielleicht einen Streit hattest, dann wirst du den Abend dort nicht allzu sehr genießen. Denn es sind viele Faktoren, die da am Wirken sind, um die Muster unserer Erfahrungen zu bilden. Wenn unser Leben als interaktiv und dynamisch anfangen, wahrzunehmen, dann löst sich die Vorstellung von aus sich selbst bestehenden Entitäten oder Dingen auf. Dann sagt sie, die tatsächliche Situation des Geistes, der Geist selbst, beziehungsweise die Wahrheit, Ninkpo, des ursprünglichen Grundes oder der ursprünglichen Basis, Bodhicitta, der Geist, wie er ist, ist von allem Anfang in keiner Weise durch die kausale Kraft der Unterscheidung zwischen Gut und Schlecht beeinflusst und ist auf diese Weise selbst gegenwärtig. Was sich hier zusammenbringt am Anfang des Satzes, sind viele verschiedene technische Begriffe. Diese Begriffe, die weisen alle darauf hin, wie der Geist ist. Da aber der Geist nicht ein Ding ist, nicht einmal eine Erscheinung ist und nicht als ein Etwas gefunden werden kann, was irgendwo da existiert. Dadurch wird alles, was wir darüber sagen können, wahrscheinlich nicht sehr richtig sein. Als Bruder Shakyamuni seine Erleuchtung erfuhr unter dem Bodhibau mit Budgaya, so blieb er dort sitzen für eine Weile und dachte, darüber ist eigentlich nichts zu sagen, es wird ohnehin niemand verstehen. Er wollte also nicht sprechen, aber dann so allmählich kamen dann viele Götter und andere wichtige Leute vorbei und haben ihn immer, haben gebettelt, er soll doch sie unterweisen. Und aus Mitgefühl begann er zu lernen, obwohl er seinen Zweifel hatte, ob das wirklich sinnvoll oder nützlich sein würde. Da war so eine Lehre, dann begann er etwas ein bisschen anderes zu sagen, weil das, was er gesagt hatte, war nicht so ganz die ganze Geschichte. Und dann verbrachte er weitere 50 Jahre damit zu reden und zu reden und zu reden. Und jetzt haben wir diese vielen, vielen Bücher der gesammelten Lehren des Bruder Shakyamuni. Aber immer noch kann niemand es sagen. Das ist der Grund, warum wir all diese vielen Namen haben. Buddha-Natur, der Herz des Buddhas, die Wahrheit und so weiter. Und hier ist es sehr wichtig, nicht so akademisch zu werden, indem man, nur weil man ein paar Wörter kennt, glaubt, etwas darüber zu wissen. Der wichtigste Text, den wir studieren müssen, ist unser eigener Geist. Dieser Geist ist sehr interessant. Es ist immer verschieden, sodass man nicht gelangweilt ist. Und es ist immer gleich, sodass, wenn man ihn einmal erkannt hat, weiß, aha, das ist, wie er ist. Und so sagt sie, dieser Geist, wie er ist, ist immer, also von allem Anfang an, unbeeinflusst, unbeeinträchtigt durch die kausale Kraft der Unterscheidung zwischen gut und schlecht. Hier verweist, sie verweist darauf, dass diese dynamischen Muster der, sorry, could you repeat it? Sie spricht hier über diese Frage, das ist gut und das ist schlecht. Also das mag ich, das mag ich nicht. Wenn man sich das mit dem eigenen Körper vorstellt, etwas, was wir mögen, fahren lässt, uns darauf zuzugehen und etwas, was wir nicht mögen, fahren lässt, uns davon wegzugehen. Und dass diese Aktivität generiert weitere Interpretationsmuster davon, ah, das hier sollte vermieden werden und ah, das ist gut, da möchte ich mehr davon haben. Statt da seine panoramische Präsenz zu haben, die alles in den Blick nimmt, gehen wir mehr in seine Tunnelsicht von, ah, das mag ich und das mag ich nicht. Und was sie sagt, ist, weil der Geist selbst nicht in dieser Art von Aktivität involviert ist, ist er aus sich selbst heraus gegenwärtig. Selbst gegenwärtig wird hier für den tibetischen Begriff Rang Jung genommen, der auch die Bedeutung von selbst erstehend haben könnte. Es ist selbst präsent, weil es dahinter nichts gibt, was es dazu veranlassen würde, präsent zu sein. Der Geist zeigt viele, viele Möglichkeiten. Alle diese Möglichkeiten sind leer von einer innewohnenden Eigennatur. Also wird nichts aus dem Geist geboren oder kommt nichts aus dem Geist heraus. Jeder von uns, jede von uns ist in diesem Augenblick, wenn man so sagen will, in dem eigenen Geist gegenwärtig. Der Geist ist offen und in diesem Geist, nicht aus dem Geist, sondern wenn man so sagen will, in diesem Geist ist eben diese Erfahrung. Sie erscheint und verändert sich, erscheint und bewegt sich. Und das ist ungeboren. Ungeboren in dem Sinne, dass es nicht zu einem Etwas wird, das definiert werden könnte. Ich bin nicht geboren. Das könnte jetzt nun sehr seltsam erscheinen. Geboren werde ich nur durch Identifizierung mit Konzepten. Wenn ich über mich selbst erzähle, ich bin in Schottland geboren, habe das getan und dieses getan und bilde dieses ganze Konzept von mir. Aber ich bin ja nicht das Konzept. Ich bin dies. Und wie dies sein wird in der nächsten Minute, weiß ich nicht. Denn dies ersteht mit dem. Dies und das, Subjekt und Objekt, Selbst und Umgebung, all das ersteht und ist dynamisch in Wechselwirkung. Und wenn du gegenwärtig bleibst, damit, mit, in, in, damit und in diesem, auf den Punkt sozusagen, dann ist es einfach dies. Und darüber gibt es nicht viel zu sagen. Besprechen, um zu kommunizieren, um zu verbinden. Aber ich kann dir nicht sagen, wie es ist, ich zu sein. Aber ich kann dir etwas sagen, in einer Art und Weise, die dich nachdenken macht. In dem Moment, wo die Wörter aus meinem Mund kommen und von mir weggehen, wenn ich beschreibe, was ich empfinde, dann geht es auch weg von mir. Denn für mich ersteht etwas anderes. Das ist der Grund, warum Psychotherapie so seltsam ist. Die Geschichten, die wir über uns selbst erzählen, sind niemals wir selbst. Sie bilden eine Art Mittelland, in dem Muster von Symbolisierungen erschaffen werden. Obwohl wir, um in der Welt funktionieren zu können, in der Lage sein müssen, konzeptuelle Musterbildungen zu gebrauchen, bleibt es illusorisch. Mit anderen Worten, es handelt sich hier um die relative Wahrheit. Der Wert des Rubels ist im Moment im Fall begriffen, was internationalen Austausch anbetrifft. Denn das Geld besitzt keinen fixierten Wert. Auf dem Banknotenschein sagt es 10 Euro. Oh, ich habe 10 Euro in einer Welt von Inflation. Wenn die Inflation also steigt, sollte meine Banknote, wenn sie ein ehrliches Papier wäre, schrumpfen. Aber es zeigt nicht die Wahrheit. Es tut so, als wäre es immer 10 Euro. Aber die Bedeutung davon ist relativ. Situationenbezogen oder kontingentbedingt. Das ist so wichtig, das zu sehen, dass wir einerseits darauf angewiesen sind, Konzepte für die Kommunikation zu benutzen, dass aber das So-Sein der Dinge durch diese Konzepte niemals wirklich eingefangen werden kann. Das Tatsächliche, das So-Sein ist selbst präsent, ist einfach dies. Während das Konzepthafte steht auf der Basis anderer Konzepte. Nun, eine Banane ist einfach da. Wie viele Bananen du aber für 10 Euro kaufen kannst, das hängt von den veränderlichen Umständen der Welt ab und ob es vielleicht Stürme in den tropischen Gegenden, wo die Bananen gepflanzt werden, gab und so weiter. Um es nochmal wieder und wieder zu sagen, Konzepte gehören in den Bereich des Mitgeführts und nicht der Weisheit. Sie stellen uns Methoden des Verbindungsknüpfens bereit. Sie sind Manifeste, man kann über sie nachdenken, aber sie sind niemals auf eine sichere Weise gegründet. Nun, die Weisheit nimmt uns hin zu der Wahrheit, der unveränderlichen Wahrheit. Aber du kannst es nicht aussprechen. Also, versuche nicht, die Wahrheit zu sagen. Ich spreche hier zu euch und ich hoffe, dass hier überhaupt irgendjemand da ist und ich nicht einfach zu einem Bildschirm rede und versuche euch ein bisschen darüber zu vermitteln, wie ihr mit der Bewegung der Muster in eurem Geist umgehen könnt, ohne in ihre Falle zu gehen. Dann sagt sie, der eigene Geist, also der Geist, wie er ist, ist frei von jeglicher Meditation, die zu einem Pfad zugehört und ist so selbstbefreiend. Es gibt viele verschiedene Arten von Meditation und in der Regel gehören sie zu irgendeinem Pfad und ein Pfad ist immer etwas, was von da nach dort geht. Allgemein gesprochen versuchen wir die Verdunklung zu beseitigen und mehr Klarheit zu bewirken. Das bedeutet, dass gewisse Sichtweisen und Meinungen wichtig sind und aufrechterhalten werden sollten. Mach keine bösen Sachen, versuche gute Sachen zu machen. Stehlen ist schlecht und das ist schlecht am Montag und am Freitag auch. Also praktiziere das nicht Stehlen, das ist gut. lasse dich in Meditation nicht ablenken. Es ist besser fokussiert zu sein als zerstreut zu sein. Und das gehört zu einem Pfad, zum Beispiel wenn man beruhigende Meditationen von Shini oder Shamatha praktiziert. Aber hier heißt es, die Hauptsache ist zu dem eigenen Geist zu erwarten, so wie er ist. Und das ist nicht bedingt. Vollkommen unbeeinflusst von jedweder Art von Bewegung, von gut und schlecht, von richtig und falsch. Bleibe also einfach und schlicht gegenwärtig mit dem Geist, was immer darin erscheint. Wenn du das tust, dann erkennst und das alles, was steht, auch selbstbefragend ist. Deine negativen Muster und Impulse werden verschwinden und deine guten Gewohnheiten werden auch verschwinden. Nun, von Standpunkt einer relativen Wahrheit oder dualistischen Positionierung her, klingt das jetzt nicht allzu gut oder nützlich. Ich will doch ein besserer Mensch sein. Aber Ayokandro sagt, was denn, du bist doch schon ein Buddha? Warum wolltest du eine gute Person sein? Alle Leute leiden von Geburt an Geburt Alten, Alter, Krankheit und Tod. Wesen sind voller Hoffnung und Ängste. Warum würdest du denn gerne so bleiben? Diese Art von Erfahrungen entsteht, wenn du den eigenen reinen Grund nicht sehen kannst. Aber ich will, dass die Leute mich mögen. Okay, in Ordnung, aber manche Leute werden dich mögen und andere werden dich nicht mögen. Und die Leute, die dich mögen, werden dich vielleicht für eine Weile mögen und dann nicht mehr mögen. Was soll ich also tun? Mach nun gar nichts. Der Geist ist rein von allem Anfang an. Entspanne dich in die innewohnende Reinheit deines eigenen Seins. Innewohnend rein bedeutet, es gibt nichts, was du da verbessern müsstest. Deine Gewohnheit zu verbessern, zu streben, es besser zu machen, sich mehr anzustrengen und so weiter, ist in der Tat eigentlich eine Verdunklung. vom Standpunkt der Dualität macht es durchaus Sinn, sich zu entwickeln, aber vom Standpunkt der Nicht-Dualität ist das nicht so wichtig, da die Welt, die sich auf Konzepten stützt, ist eine instabile Welt. Nach dem Zu-Ende-Gehen des Sowjet-Regimes der UdSSR glaubten die Leute, jetzt könnten wir in eine Welt des Friedens leben. Jetzt haben die baltischen Länder alle Unabhängigkeit, die Leute sind glücklich, ihr Lebensstandard verbessert sich, ist alles wunderbar. Und dann denken viele Leute, oh, das ist jetzt eine Tatsache. Aber in der Tat ist es eine Meinung. Und das ist eine Meinung, die Mr. Putin nicht teilt. Stärke dieser Länder ist eine Bedrohung für Russland. Alles in Samsara ist Interpretation und Relativ. Nur der Geist selbst, die Bewusstheit wird nicht hin und her gezogen und geschoben durch die Musterbildung von Ereignissen. So viele Dinge, die in dieser Welt geschehen sind jenseits von unseren Begreifen. Die Weltbevölkerung wächst und wächst. Das kann gar nicht aufrechterhalten werden. Wir steuern auf große Katastrophen zu. Denn mit begrenzten Ressourcen wird die Frage, wer wird was bekommen, eine sehr intensive sein. Innerhalb der Dualität werden die Samen von Konflikt und Krieg aufgeheizt. Brennende Wälder, Riesenzunamis, vergiftete Fische bedeutet alles zusammen, dass das Nahrungsangebot verringert wird, während die Bevölkerung wächst. Und das liegt daran, weil wir nicht zusammen arbeiten. Manche Leute sagen, oh, das ist eine Welt, wir sollten zusammen arbeiten. Das ist ziemlich weich. Nationalismus, das ist stark. Mein Land zuerst, Tod meinen Feinden. Das lässt sich von Russland hier klar und deutlich vernehmen und Millionen von Menschen werden vertrieben und werden nach Europa fluten und die Ökonomie unterminieren und das nennt man eine Katastrophe. Du kannst klar sehen, dass das getrieben wird durch eine begriffliche Identifizierung. Ukraine ist ein Teil von Russland. für manche Russen. Das ist eine Meinung. Sag mir nicht, das ist eine Meinung. Kannst nicht sehen, dass ich ein Gewehr habe? Wenn ich kombiniere, was du meine Meinung nennst, mit meinem Gewehr, dann wird es seine Tatsache. Genau das sehen wir. Wenn du die Leerheit des Geistes verstehst, verstehst du auch die Leerheit der Konzepte. Konzepte können die Wahrheit nicht sagen. Diese Wahrheit ist Leerheit. Funktion von Konzepten ist, die Kommunikation und Verbundenheit zu befördern. Wenn sie aber durch dogmatische Systeme von Interpretation gefangen genommen werden, stellen sie weder Weisheit noch Mitgefühl bereit. Was ich hier so sage, ist, fokussiere dich auf das Sehen deines Geistes, wie er ist und hör auf, über etwas nachzudenken, sondern fokussiere dich auf das Innewohnende. Wir haben jetzt eine Pause bis 3 Uhr mitteleuropäische Zeit. See you. Ja. Lass uns jetzt ein bisschen zusammensitzen und uns einfach in die Offenheit entspannen und gestatten, dass was immer aufkommt, kommt. Vielen Dank. Wenn wir einfach auf diese Art und Weise sitzen, dann erscheint alles und es gibt nichts, woran man festhalten müsste. Und es gibt auch niemanden, der es braucht, an irgendetwas festzuhalten. Das ist das Ego, das sich der Kontrolle vergewissern will. Aber die Bewusstheit braucht sie nicht. Denn die Bewusstheit selbst nimmt auch nicht teil. Es ist nicht so, dass auf der Grundlage von mir, der sich von diesem und jenen gewahr ist, dieses und jenes tut. Das wäre dann das dualistische Bewusstsein. Wenn Bewusstheit lediglich enthüllt, das ist alles, was sie tut, sie zeigt, ihre eigene Energie strahlt heraus, als diese Bewegung alle spezifischen Möglichkeiten. In dem traditionellen Beispiel befindet sich die Sonne am Himmel und sie strahlt und beleuchtet alles. Und die Sonnenstrahlen kommen zu uns als Licht und Wärme. Dieses Licht und die Wärme sind die Energie der Verbundenheit. Wenn du so eine ganze Kette von Gedanken und Gefühlen hast, die in deinem Geist erscheinen, ist das eine freie Verknüpfung, Assoziation. Denn wenn sie aus der Bewusstheit auftauchen, stehen sie nicht im Dienste des Ego. Muster stehen und verschwinden dann. Wenn du aber mit einem Gedanken verschmilzt oder scheinbar verschmolzen bist und die Musterbildung als wichtig erscheint, dann gibt es einen Drang, daran festzuhalten, irgendein Ding geschieht gerade. In der Tat geschieht aber einfach Erscheinung und Leerheit. Dieses Empfinden von Etwashaftigkeit ist eine Illusion, eine Täuschung, die durch die Intensität des Festhaltens, des Anhaftens erschaffen wird. Selbst und andere erscheinen gemeinsam. Sie sind wie Zwillinge, die gemeinsam erstehen. Es gibt die Welt, die uns beeinflusst und wir beeinflussen die Welt und so fließt diese Wechselwirkung hin und her. Wenn du aber die Identifikation mit einer Polarität hast, zum Beispiel mit dem Selbst, die sich von dem Anderen distanziert, dann will das Selbst irgendwas auf der Musterbildung des Anderen bewirken. An dieser Stelle sehen wir das Herz der Selbsttäuschung. Selbst und andere werden gemeinsam geboren, sie sind verbunden. Wenn das Selbst aber die Empfindung hat, nein, ich bin ich und du bist nicht ich, dann ist das einfach ein falsches Verständnis. Ich bin ich selbst. Ich habe nichts mit dir zu tun, aber ich brauche dich. In der Entwicklung von Kindern können wir das sehr klar sehen, wie sie in einem bestimmten Alter dann anfangen, ihre Abhängigkeit von den Eltern zu hassen. Du bist nicht meine Mama. Aber dann werden sie doch aufgebracht und fühlen sich einsam und wollen getröstet und gefüttert werden. Natürlich liegt es im großen Ganzen daran, dass niemand ihnen die Wahrheit des Dama zeigt. Du wirst in eine Welt gekommen geheißen, in der du bloß du selbst bist und ziemlich getrennt und auch irgendwie verbunden. Und diese Beziehung zwischen Trennung und Verbindung ist sehr verwirrend. Wenn wir in der Meditation sitzen und wir finden, dass wir uns in unsere eigenen Gedanken verfangen, ist es das Ego, das den Gedanken braucht. Oder um es anders auszudrücken, das Greifen des Selbst nach dem Anderen, nach dem Gedanken oder dem Gefühl, ist eine seltsame Bemühung, zwei Dinge zu verbinden, die nicht getrennt sind. Eine Menge Energie wird darauf verschwinden, eine Ausrichtung von Selbst und Anderem aneinander zu bewirken. Aber das Problem ist, dass Selbst und Andere sich stets verändern und sie sind auch immer gleichzeitig zusammen. Aber sie sind nicht zusammen als zwei Dinge, denn sie sind keine Dinge. Wieder wie wenn du ans Meer gehst und siehst die Wellen in ihrer Bewegung. Viele Wellen bewegen sich natürlich über die Oberfläche, aber identifizieren eine Welle um die nächste. Diese Wellen sind immer zusammen, aber nicht als stabile Formierungen. Das Ego aber in seinem Begehren nach Kontrolle versucht, stabile Formierungen herzustellen. Und das ist aber unmöglich. Auf der allgemeinen Ebene sprechen wir über Unbeständigkeit, Vergänglichkeit. Hallo? Okay. Aber nicht als beständige Formierungen. Die Formierungen sind unstabil, aber die Verbundenheit ist stabil. Mit anderen Worten, die Dinge sind vereint auf der Ebene der Klarheit ihres Hervortretens aus dem Grund. Aber auf dem Niveau der Manifestation hast du Unterscheidung, Differenzierung. Um meine tantrische Ausdrucksweise zu verwenden, der Geist ist wie der Dharmakaya, offen wie der Himmel. Und die Klarheit, die daraus hervorgeht, ist das Erscheinen von allem gemeinsam, dieses strahlende Erscheinen von allem zusammen. Und wenn du diese Emergenz in Beziehung zu dem Grund siehst, dann ist alles dasselbe. Aber im Sinne der Manifestation in ihrer Einzigartigkeit schauen sie nicht gleich aus. Wenn du aus dem klaren blauen Himmel die allmähliche Entwicklung des Mandalas mit den verschiedenen ihr zu geordneten Gottheiten hast, sind sie alle das Gleiche in Bezug auf ihren Grund oder ihre Quelle und das ist diese offene die leere Offenheit. Aber ihre Funktion ist verschieden. Du hast diese zentrale Figur im Mandala und dann die ganzen verschiedenen anderen Aspekte und sie sind alle gleich in ihrer Leerheit aber in den verschiedenen Aspekten ihrer Aktivität oder Funktion. Ayukamra hat damit begonnen zu sagen, alles ist dein eigener Geist. Wie auch immer die Erfahrungen daraus hervorgehen, sind sie nicht verschieden von dem offenen leeren Grund. Aber in Begriffen der Manifestation sind Erfahrungen natürlich verschieden. Glücklich sein oder traurig sein ist nicht das Gleiche. Diese Emotionen beeinflussen unsere Haltung, unsere Atmung, unsere Verfügbarkeit und so weiter. Aber die Essenz von Glück ist Leerheit. Es ist eine Menge von verschiedenen subtilen dynamischen Qualitäten, die selbstverschwindend sind. Das Gleiche trifft auf Zorn oder Eifersucht zu. Das sind alles Muster von Energie, die innerwohnend leer von einer Eigensubstanz ist. Wenn also diesen leeren Grund nicht sehen kannst, dann bleibst du in der Differenzierung der Manifestation stecken, die dann fehlinterpretiert wird als scheinbar verschiedene existente Dinge. Dann sagt sie hier, dass dieser Geist im Sinne von Freisein von der Künstlichkeit oder in seiner Einfachheit ist frei von der Errungenschaft des Resultats und ist so vollständig von allem Anfang an. Wir brauchen nur dann an einem Resultat interessiert zu sein, wenn irgendwas falsch ist und wenn irgendetwas sozusagen einen Prozess zu Veränderung oder zu einer Verbesserung erfordert, der mit einem Pfad verbunden ist. In den Sokchen-Linien ist der ursprüngliche Buddha, der auch das Symbol unseres Geistes ist, Samantabhadra und dieser ist nackt. Und seine Manifestation im Sinne einer energetischen Manifestation wird Padmasambhava genannt. Er manifestiert sich wie ein Lotus aus der Leerheit. Padmasambhava hat einen großen Stock mit drei Köpfen drauf gespießt und drei Zacken und er hat eine Schädelschale mit einem Topf da drin oder eine Kanne einen Vajra hat er und auch einen Hut und drei verschiedene Schichten von Bekleidung. Das ist ziemlich definiert. Könnt du sagen, du selbst ist nackt. Was willst du denn sagen? Du bist einfach nackt. Keinerlei Schmuck. Keine Qualitäten. Der Geist selbst ist offen, aber wenn Energie sich manifestiert, unterliegt sie immer Musterbildungen wie eben Padmasambhava oder Tara. Wenn du einen großen Hut auf dem Kopf hast und diesen großen Stock und diese Kleider, dann musst du vorsichtig sein, dass die Motten nicht deine fantasievollen Kleider auffressen. Über Padmasambhava kannst du nachdenken. Denn er hat viele Häkchen, an denen man das Denken aufhängen kann. Und dann gibt es nicht nur bloß einen Padmasambhava, sondern acht Formen von ihm. Aber Samantabhadra ist im Wesentlichen einfach eins. Nun, auch wir haben viele Eigenschaften und diese Eigenschaften sind expressiv, sie zeigen verschiedene Möglichkeiten an. Wenn du mit dieser expressiven Eigenschaft im Augenblick bleibst, dann ist das wie der Tanz, in dem sich der Körper auf viele verschiedene Weisen gemäß der Musik bewegt. Wenn jemand da wäre und Tausende von Fotografien anfertigen würde, während man tanzt, würden alle diese Bilder repräsentieren, wie man gewesen gewesen ist und doch auch nicht wie du bist. Sie sind nicht definitiv. Wir haben aber die Neigung, ein Foto als definitiv zu nehmen, als ob es eine Person sozusagen festnageln würde. Wenn du jetzt ein professioneller Tänzer bist, dann gehst du zu deinem Agenten mit einem Portfolio von Bildaufnahmen deines Tanzens und dann versuchst du herauszufinden, welches der Fotos ist das Beste für Werbung. Welches davon zeigt am besten, wie du wirklich bist. Aber alles, was diese Fotos zeigen können, ist, wie du wirklich warst. Wenn du das Foto eines Tänzers siehst, dann siehst deine Performance, die bereits vergangen ist und niemals wiederholt werden wird. Und das ist das, worauf sich hier verweist. Dass die Errungenschaft eines Resultats in einer Sprache formuliert ist, die suggeriert, dass man da irgendwo zu einem definierten Schlusspunkt gelangen kann. Wir manifestieren uns gemäß den Umständen. Manche von uns haben traditionelle tibetische Lamas getroffen. die sozusagen aus ihrer traditionellen Welt vertrieben wurden. Vielleicht leben sie im Westen, vielleicht in Indien, aber sie müssen auf eine veränderte Umgebung reagieren. Wenn sie den Leuten wirklich helfen wollen, dann müssen sie sozusagen sich flexiblerweise auf Leute einstellen, die vielleicht von ganz anderen angenommenen Vorstellungen herkommen. Mitgefühl bedeutet nicht irgendwelche festen Positionen einzunehmen und irgendwo anzukommen, sondern es ist eher eine Verfügbarkeit dafür zu mutieren und sich gemäß von Umständen zu zeigen. Und dann heißt es, weil der Geist ja nicht ein Resultat oder ein Produkt oder irgendein Ergebnis von irgendwas ist, ist er vollständig von allem Anfang an. Er ist frei von der Kommunikation durch Sprache und ist so jenseits des Bereichs von Zeichen. Nun, wir verbringen hier eine gewisse Zeit zusammen und versuchen diesen Text zu durchdringen und einige Aspekte zu beleuchten und die Funktion davon ist aber uns zu helfen uns in dem Geist selbst niederzulassen ohne uns auf Gedanken Konzepte und Sprache zu stützen. Zeichen verweisen auf etwas anderes und das Zeichen weist auf etwas, was es selbst nicht ist. Der Geist selbst aber ist immer unmittelbar und durch nichts vermittelt. Wenn wir in der Praxis sitzen und sehen das Aufkommen und Vergehen von Gedanken, Gefühlen, Erinnerungen, Empfindungen usw., beginnen wir zu sehen, dass das leere Erscheinungen sind. Zum Beispiel, wenn du eine Blume hast und du hältst die vor einem Spiegel, siehst du das Spiegelbild der Blume im Spiegel. Aber in der Tat hat diese Spiegelung überhaupt keine Substanz. diese Spiegelung ist auf eine manifeste Weise dosorisch. Du kannst diese Spiegelung nicht halten, nicht riechen, nicht schmecken. die Spiegelung ist tatsächlich existenziell ganz etwas anderes als die Blume, die du in deiner Hand hältst. Wenn wir also die Sprache verwenden, um über die Welt zu sprechen, dann erschaffen wir Spiegelbilder im Spiegel. zum Beispiel, ich bin in London, aber London kannst du nicht in der Art und Weise festhalten, wie deine Blume festhalten könntest. Nicht nur gibt es viele, viele Straßen und Gebäude und U-Bahnen und dergleichen Strukturen mehr in London, was schon darauf verweisen würde, dass das ein Ort unglaublicher Komplexität ist, sondern es enthüllt sich selbst durch Interpretation. Leute mögen verschiedene Teile der Stadt. Sie haben Meinung über die Stadt. London selbst ist ungreifbar und auch die eigene Erfahrung davon, von Augenblick zu Augenblick, ist ungreifbar. Es gibt keine Blume von London, die in einem Spiegel gespiegelt würde. Da ist nur die Spiegelung im Spiegel. Die Spiegelungen treten aus dem Spiegel hervor und nirgendwo kann man hingelangen. Es ist eine Erfahrung und diese Erfahrung ist immer im Geist. Und das Wichtige daran ist eben zu sehen, dass die Erfahrung im Geist ist. Und das bedeutet Befreiung. Denn du kannst die Spiegelung nicht greifen. Ungeboren und doch da. Wenn du in der Praxis sitzt, kannst du deine Gedanken nicht fangen. Manchmal fühlt es sich so an, als könnten die Gedanken uns fangen, aber wir können die Gedanken nicht fangen. Und das ist der Geist. Das ist der Grund, warum es von allem Anfang an vollständig ist. Denn die Erscheinung und der Grund waren niemals getrennt. Die strahlende Reinheit von Kadak und das spontane Erscheinen, das Hervortreten von Hündrup, waren niemals zwei. Sie sind nicht dual. Hier bist du also, du sitzt, wo immer du bist, in irgendeinem Land. Und ich sage, stell dir deine besten Sommerferien vor, als du noch ein Kind warst. Und dann wird irgendein Bild oder irgendeine Erinnerung auftauchen. Sie könnte ja auch durchaus eine gewisse Intensität des Empfindens mit sich bringen. Aber es ist nichts da. Die Intensität dieser aufkommenden Erfahrung verweist lediglich auf die Intensität eben dieser erstehenden Erfahrung. Und das indiziert nicht, dass diese Erfahrung wahrhaft existiert. In der gleichen Weise, wie wenn wir unser Gesicht streichen, gibt es da eine Empfindung, die kommt und geht. In der gleichen Weise kommen auch Gedanken und Gefühle und gehen. Es gibt also keine Zeichen, die uns irgendwie auf wahrhaft existente Dinge hinweisen könnten. Alle Zeichen sind eine Lüge. Denn sie haben kein existierendes Referenzobjekt, sondern der Referent wird durch den Glauben an das Zeichen geboren. Und das musst du untersuchen, solange bis es dir wirklich klar ist. Die einzige Zeit ist hier, jetzt und der einzige Ort ist hier. Und doch paradoxerweise sind alle Zeiten und alle Orte hier und jetzt. Dann sagt sie, er ist nicht einer Vermessung durch Gedanken zugänglich und ist so die große Freiheit vom Intellekt. Also unser dualistisches Wahrnehmen und Denken ist etwas, was Erscheinungen sowas wie Wert und Existenz zuweist, als ob sie bestehen würden. Wir sagen, diese Äpfel hier sind nicht so gut wie die, die wir letzte Woche hatten. An dieser Stelle vergleichst du deine Erinnerung mit etwas, was du vor dir siehst. Beides ist verdinglich. Du sprichst von beidem so, als hätte es eine reale Existenz. Aber Geist selbst ist nicht so. Manchmal haben wir schon von diesen berühmten Film Fragen gesprochen. Hat der Geist eine Gestalt, eine Farbe? Hat der Geist eine Größe? Ist er klein oder groß? Kommt er von irgendwo her? Bleibt er irgendwo? Geht er irgendwo hin? Wenn wir unseren Geist untersuchen, indem wir einfach sitzen und ihm sehr nahe bleiben und versuchen, ein Empfinden dafür zu bekommen, wie er sich zeigt, wie er sich selbst zeigt, dann kann es erscheinen, als ob die Gedanken und Gefühle und Empfindungen von irgendwo her kommen, denn sie waren ja nicht da und dann scheinen sie eine Weile hier zu sein und dann gehen sie irgendwo hin. Aber der Geist selbst, diese offene Beleuchtung, ist das irgendwo lokalisiert? Wir schauen und schauen und sehen, ich bin innerhalb meines Geistes. Ich bin ein strahlendes Muster von Beleuchtung, das sich in einem Feld der Beleuchtung bewegt. Das ist ein Feld, das innewohnend, leer von auch nur dem kleinsten Atom einer wahren Existenz ist. Ich bin eine Bewegung der Schau des Ungeborenen. Und ich bin kein Ding. Ich bin eine Musterbildung, die in einem Feld von interaktiven Mustern ersteht. Und da ich in diesem Feld von Bewegung bin, wie will ich denn einen stabilen Punkt außerhalb dieses Feldes finden, um in der Lage zu sein, Dinge innerhalb dieses Feldes zu vermessen? Was wir messen, ist unser Konzept von Messbarkeit. Der Tisch, an dem ich sitze, hat vielleicht einen Quadratmeter. Ein Meter ist natürlich ein Konzept und das ist beliebig. In England haben wir immer über Yards gesprochen, aber jetzt sind wir mehr in das Dezimalsystem eingegangen und dann reden wir eben über Meter. Wenn du Produkte exportieren willst in Länder, die eben gewohnt sind, mit Metern und Zentimetern umzugehen, musst du eben diese Sprache verwenden. Aber es gibt keinen selbstexistenten Meter, es ist ein Konzept. In der gleichen Weise ist der Geist selbst nicht ein Ding, das du vermessen könntest. Wenn wir Texte lesen, dann kommen wir oft an den Begriff frei von Künstlichkeit. Oder ungekünstelt. Das zibetische Wort dafür ist Mate. Das bedeutet, niemand hat es gemacht, niemand hat es verändert. Es ist, wie es ist. Aber das Vermessen ist immer etwas Künstliches. Das ist das Aufstülpen von einem Konzept, um eine vorhersagbare Ordnung in den Phänomenen zu bekommen. Dieses Vermessen beruht immer auf dem Axiom, einem nicht hinterfragbaren Glauben, dass es da etwas gibt, was vermessen werden könnte und dass die Einheiten der Vermessung standardisiert werden könnten. Und das sind mentale Konstrukte. Man kann da die großen Kathedralen in Europa besuchen und da auf der Decke die großen Gemälde sehen, wo Gott auf seinem Thron sitzt, umgeben von den Heiligen und den Seraphimen und den Cherubimen. Ah, jetzt wissen wir, wie der Himmel aussieht. Aber es ist lediglich die Vorstellung von dem Maler. Wenn du daran glaubst, dann hast du das Gefühl, ja, jetzt hast du ein netgültiges Wissen, wie der Himmel ist. Wenn ich sterbe, möchte ich zu dem Himmel von Leonardo da Vinci gehen. Das schaut gut aus. Die sind bequemer. Die Wolken, die sind so, dass du dich direkt an sie anlehnen kannst. Das ist bequem. Das ist unser Verstand, der das alles schafft und sich vorstellt, er kann das alles ermessen und ohne auch nur sich darüber Rechenschaft zu geben, dass es das ja selbst erfunden hat. Das ist eine reine kreative Leistung. Dann heißt es weiter, er ist vollständig jenseits aller Ausarbeitung der acht begrenzenden Positionen. Sobald die Unbewusstheit die Dualität von selbst und anderem entstehen lässt, sind diese acht Positionierungen, die vier Paare von verknüpften Haltungen sind. Sie beginnen sich zu manifestieren als ein Werkzeug, die Erfahrung zu organisieren. Wir haben Anfang und Ende. Das verknüpft sich wieder mit Jung und Alt, mit Neu und Veraltet. Dann haben wir den Nihilismus und den Eternalismus. Also die Haltungen, die entweder behaupten, da ist gar nichts oder die behaupten, da ist etwas Permanentes. Dann kommen und gehen und dann ankommen und losgehen. Und das sind sehr wichtige Begriffe für uns, weil wir reisende Leute sind, wir sind immer in Bewegung. Wenn du klein bist, dann erfährst du, dass du nächstes Jahr nach den Sommerferien die Schule besuchen wirst. Du wirst von zu Hause losgehen und zur Schule gehen. Und das stärkt die Idee, dass ich selbst fortfahre zu existieren als eine kontinuierliche Existenz, die sich dann aber von einem Platz zum anderen bewegt. Und das letzte Paar ist Einheit oder eben die Existenz von nur einem oder die Mannigfaltigkeit von Verschiedenheit. Wir könnten sagen, wir sind alles fühlende Wesen. Und das ist hier die Hauptsache. Wir sind fühlende Wesen. Wir sind gleich in der Eigenschaft, fühlend zu sein. Oder wir könnten sagen, wir sind sehr verschieden in der Art und Weise, auf welche Weise wir eben empfindungsfähig sind. Und der Schlüsselpunkt bei all diesen Polaritäten ist, dass sie größtermaßen die Endpunkte einer Bewegung sind. Der Anfang, das Ende. Und zwischen diesen Enden oder Polaritäten befindet sich eine weniger bestimmte Arena. Und diese Arena ist das, was wir im Buddhismus vielleicht als den mittleren Weg bezeichnen könnten. Der mittlere Weg, der verweist auf etwas, was unmittelbar gegenwärtig ist, aber nicht durch eine begrenzende Position ergriffen werden kann. Eine sehr einfache Übung, die du in deinem eigenen Zimmer praktizieren kannst. Gehe zu einer Wand und drücke sie. Entwicke ein Gefühl für die Form dieser Wand und dafür, wie sie eben ist. Und auch von der Präzision, von der Genauigkeit deiner Gestalt in Beziehung zu der Wand. Und dann gehe zu der gegenüberliegenden Wand und drücke wieder dagegen. Und dann stelle dich in die Mitte des Zimmers. Du kannst mit beiden Armen dann hinauslangen, aber es gibt nichts, wogegen du drücken könntest. Du wirst hier durch keine Opposition zu irgendetwas geformt. Und du hast Freiheit, dich in jede Richtung zu bewegen. Du wirst nicht sozusagen am Fleck durch irgendetwas Bestimmtes festgehalten. Was aber hilft, ist, wenn du herausfindest, dass du mit der Falllinie zusammenarbeiten kannst. Wenn du also gegründet und zentriert bleibst, hast du eine große Bewegungsfreiheit. Das ist so wichtig, denn Teenager geben sich oft Form, indem sie mit ihren Eltern kämpfen. Sie sagen, du verstehst das nicht, du bist blöd, Leben ist nicht so. Und für gewöhnlich halten sie die Eltern für sehr viel starrer und definierter, als sie wirklich sind. Wenn diese Opposition, dieser Konflikt nicht gestattet, dem Teenager das Gefühl zu entwickeln, die Empfindung zu entwickeln, ich bin nicht du. Aber ich benutze mein nicht du zu sein, als einen Weg, mich selbst zu definieren. Alle Polaritäten sind so, dass etwas zum Beispiel groß ist, weil es nicht klein ist, es ist heiß, weil es nicht kalt ist. Aber wenn du in der Mitte des Raumes stehst und gegen nichts drückst, dann beginnst du die Offenheit, deine Präsenz zu fühlen. Und dann Canovo sagte sehr oft, fang nicht an zu urteilen. Alle Urteile sind gegründet in Polaritäten. Ehrlich, unehrlich, freundlich, unfreundlich. Und wenn du aber mit der unmittelbaren, sich darbietenden Erfahrung verweist, ohne in Urteile zu treten, dann zeigt sie sich sozusagen in ihrer Unmittelbarkeit, ohne in irgendeiner Weise fest definiert zu sein. Wenn du zu einer Schlussfolgerung gelangst, dann ist es eine Art Tod oder eine sich verschließende Tür angenommen. Du gehst, um dich um eine Arbeit zu bewerben, zu einem Bewerbungsgespräch. Dann entwickelst du gewisse Hoffnungen. Ich würde gerne hier arbeiten, die werden gut bezahlen und so weiter. Dann kriegst du aber einen Brief oder eine E-Mail, die sagt, tut uns leid, du hast den Job nicht gekriegt. Ihre Schlussfolgerung hat die Tür verschlossen. Das tötet eine Hoffnung, die du hattest. Das kann für das Leben von Leuten sehr formend sein. Insbesondere dann, wenn sie zu einer weiteren Schlussfolgerung kommen, nämlich zu sagen, ich bin nutzlos, ich werde niemals einen guten Job bekommen. Was soll's? In unserer Praxis versuchen wir immer, die Extreme zu meiden. Nicht zu definieren, was in unserem Geist da steht. Nicht zu sagen, oh, das war eine sehr gute Meditation. Wenn du in einem Park beim Spaziergang Blumen ansiehst, wenn du sagst, die sind so wunderschön. Die Blume braucht doch dein Kommentar nicht. Die Blume ist einfach die Blume. Dass der Hund, der mag es gerne, Laternenpfahl anzupinkeln, um sein Territorium zu definieren. Wir pinkeln auch alles in der Welt, um die Wichtigkeit unserer Meinungen zu etablieren. Wenn du einfach mit der Blume bleibst, entspannt und offen, ist die Qualität der Schönheit die, dass sie dich auflösen wird und dich weich machen wird. Also gibt es hier nichts zu sagen. Wenn du also sagst, die Blume ist wunderschön, dann heißt das, die Blume, die in meinem Geist als Produkt meiner Konzepte existiert, ist wunderschön. Je mehr wir entspannt und offen bleiben können, desto mehr finden wir heraus, dass die wunderbare Präzision der Erscheinung der Welt, die zu uns kommt, sozusagen uns mehr und mehr zur Ruhe bringt. Und diese nicht-duale Präsenz von allem, was da ist, ist vollständig an sich, ist zockbar, und bedarf daher keinerlei Ergänzungen oder Kommentare unsererseits. Und dann sagt sie, und so ist die große Untrennbarkeit von Bewusstheit und begrenzten Positionen, Entschuldigung, und so ist die große Untrennbarkeit von Bewusstheit und Leerheit, also diese Freiheit von diesen Begrenzungen. Wenn wir uns der Leerheit gewahr sind von allem dessen sich, dass die Bewusstheit eben gewahr ist und dass diese Bewusstheit selbst leer ist, dann ist Erfahrung nicht kumulativ. Sie wird nicht aufgebaut, indem man eine Sache der nächsten hinzufügt. Und es ist immer einfach dies. Und das ist sehr vollständig und eben frei von Konzepten und präzise. Was also immer erscheint, was immer an Erfahrungen sich zeigt, ob sie scheinbar innere Erfahrungen oder äußere Erfahrungen sind, bleibt unser Geist selbst und unser ungeborener Geist selbst im Zustand unveränderlicher, ursprünglicher Klarheit. Seinen Worten, Bewusstheit wird nicht durch die Qualitäten des Objekts generiert, Nun, das Objekt wird aus den Qualitäten oder Eigenschaften des Objekts generiert. Vielleicht gehen wir in eine Kunstgalerie und du findest, dass manche Gemälde dich wirklich berühren und andere nicht. Also gibt es Gemälde, vor denen wir auch fünf oder zehn Minuten stehen bleiben könnten. Und bei anderen Gemälden sind 30 Sekunden mehr als genug. In anderen Worten, deine Verfügbarkeit und deine Bereitschaft, dieses Objekt wahrzunehmen, ist determiniert durch die Eigenschaften, die du diesem Objekt zuschreibst. Aber Bewusstheit ist nicht abhängig von den Eigenschaften des Objekts, denn die Bewusstheit ist nicht das Subjekt. Subjekt ist eine Formierung von Erfahrung und auch das Objekt ist eine Formierung von Erfahrung und beide erstehen in der Sphäre der offenen Bewusstheit. Dann in Worten, du kannst das Gemälde anschauen, du machst die Erfahrung, eben deine Erfahrung davon. Dann erfährst du auch die Erfahrung von dir in diese Erfahrung dieses Gemäldes. Beide diese Pulsierungen von Erfahrung bewegen sich in der Sphäre der Bewusstheit oder, klar, Raum der Bewusstheit. Beide sind erstehend und vergehend und selbstbefreiend. Wenn du aber aus der Bewusstheit heraus schlüpfst in die Sphäre der persönlichen Subjektivität, dann wird deine Erfahrung von diesem Gemälde investiert mit einer sozusagen an sich existenten Gültigkeit, als ob da etwas Bestimmtes da wäre, was dich bewegt von einer selbstbefreienden Erfahrung zu einer scheinbar existenten Entität, einem Ding. Was ja so sagt, ob diese Erfahrungen scheinbar gut oder schlecht sind, ob sie lebenserfüllend oder lebenserfüllend zu sein scheinen, wie auch immer sie sind, bleibt dein Geist selbst, diese Offenheit des Geistes in einem Zustand ursprünglicher Klarheit, unveränderliche, ursprüngliche Klarheit. Unveränderlich bedeutet hier ohne Vorurteil, ohne Vorlieben, ohne sozusagen eine Seite einzunehmen. In den Worten, die Bewusstheit ist nicht ein Teilnehmer in den Prozess der Entfaltung, auch ist sie nicht draußen, außerhalb und schaut wie ein Beobachter drauf, sondern es ist die Unmittelbarkeit des Gegenwärtigseins ohne Anhaftung und Vorurteil und so kommen Erscheinungen und gehen, kommen und gehen. Und so heißt es hier und ist so selbstbefreiend an seinem eigenen Ort. Dann in Worten, die Spiegelung markiert nicht den Spiegel. Wenn man sie sagen will, könnte man sagen, der Spiegel ist selbstbefreiend, so wie er ist. Wenn du mit deinem Auto fährst, zeigt der Seitenspiegel endlose Eindrücke und jedes davon steht und vergeht. Das Bild ist selbstbefreiend. Aber was sich hier anzeigt, ist, ja, es ist auch der Spiegel, der selbstbefreiend ist, weil er nämlich keinerlei Spur oder Markierung aufnimmt. Er ist unmittelbar frisch. Niemand muss ihn erfrischen oder erneuern. Wir kennen das von uns selbst, dass wir mit der Erfahrung machen, dass jemand irgendetwas Unfreundliches zu uns sagt, dass es sozusagen in uns weiterschregelt. Das kommt in uns wie ein Juckreiz oder eine Vergiftung. Warum sagt er dir das oder sie? Warum machen die das? Das ist verstörend. Hier ist irgendwas falsch. Dann können wir sehen, dass unser Selbstbild durch den negativen Kommentar angegriffen wurde. Andere Dinge geschehen. Vielleicht laufen wir entlang der Straße. Bäume, Blumen, Leute kommen und gehen. Aber dieser Gedanke, dieses Empfinden, das bleibt bei mir. Es ist in etwas stecken geblieben. Und das ist dieser Nexus des Selbst, der ebenfalls illusorisch und leer ist, aber in seiner stumpsinnigen Dummheit darauf zu bestehen, ein Existent zu sein, trägt es die Markierung. Auch das ist dir wieder wie ein kleiner, sehr nützlicher Test, wie ein Lackmustest. Geht es um Bewusstheit oder geht es um Bewusstsein? Bewusstsein greift ein Objekt auf und ist dualistisch. Bewusstheit greift kein Objekt auf und ist auch nicht das Subjekt, sondern ist jenseits der Dualität. Und deswegen ist sie auch immer frisch. Während die meisten von uns sich an irgendein Ereignis, vielleicht weit zurückliegend in der Kindheit, erinnern können, das reinst ungerecht war, einfach nur unfair. Und wir sind von dieser Erfahrung gekennzeichnet oder gezeichnet. Heutzutage ist es üblich, viel über Trauma zu reden. Das hat genau den Sinn, dass es ursprünglich vielleicht einfach eine Verletzung war und jetzt ist es zu einem Merkmal der Kontinuierung meines Selbstbildes geworden. Wir treffen uns jetzt wieder um Viertel vor fünf mitteleuropäische Zeit. Bevor wir zu dem Text gehen, möchte ich hier ein neues Buch, das wir produziert haben, vorstellen. Der Titel ist Stolze kleine Wolke. Das ist ein Buch für kleine Kinder, vielleicht vom Alter zwei aufwärts. Ich habe diese kleine Geschichte geschrieben, die viele Dharma-Themen hat, aber keine Dharma-Sprache verwendet. Und mein Kollege Amanda Livus hat diese schönen Zeichnungen angefertigt und meine andere Kollegin Sarah Allen hat das Layout gemacht und die Typografie und das ist eine kleine Geschichte, die zeigt, wie man im Stolz sozusagen verloren gehen kann und dann aber wieder den Weg rausfinden kann, indem man die Verbundenheit mit der Welt wieder um uns herum wiederfindet. und das sollte etwa nächste Woche verfügbar sein. Wir können erkennen, dass das Dharma sich nicht wie ein Wildfeuer verbreitet, während sich Wildfeuer wie ein Wildfeuer verbreitet. Natürlich persönlich glaube ich daran, dass Dharma sehr hilfreich sein kann und zwar für alle Menschen und ihnen helfen kann, friedlich und mit einem offenen Herzen zu leben, aber dennoch müssen wir kreative Wege finden, wie wir Menschen eine Begegnung mit dieser Sichtweise ermöglichen können. Und bald werden wir auch Informationen auf der Homepage hochladen, die Anleitung geben wird, wie man diese kleinen Formen zum Anfertigen von kleinen Tonfiguren von Buddha und Padmasambhava machen kann. Und diese können gesegnet werden, sie können angemalt oder auch in ihrem Rotzustand belassen werden und dann kann man sie in der Umgebung verteilen und sozusagen einen Anlass erschaffen dafür, dass die Welt und die fünf Elemente eine Heilung erfahren können. Wenn wir in einer sehr säkulären Umgebung leben, vielleicht fern von allen Dharma Freunden, die in der Nähe leben würden und auch Dharma praktizieren würden, dann könnte es sich wie eine sehr mühsame Angelegenheit anfühlen, Dharma zu praktizieren. In einem tibetischen Dorf, da gab es am Eingang vielleicht am Tor ein großes Gemälde oder Mandalas oder Gottheiten gemalt und es gab vielleicht eine Mani Stein Wand und es gab vielleicht auch eine Wand entlang derer, die Manimühlen, diese Manireder zum Drehen aufgestellt waren und natürlich überall auch Gebetsfahnen und damit sozusagen viele Symbole, die uns an den Dharma erinnert haben. Der Dharma wird uns nicht in einer einfachen Form dargeboten, sondern bereits aufbereitet. Wenn wir entlang eine Straße gehen und plötzlich quietschen die Bremsen eines Autos, dann ist es schon Klang und Leerheit. Wenn uns jemand zuparkt, sodass es für uns sehr schwierig wird, die Parklücke zu verlassen und wieder zurück zur Straße zu kehren, dann ist es auch eine Unterweisung über die fünf Geistesgifte. Wie konnten die das machen? Aha, hier ist die Macht der mentalen Verdunklung im Spiel. Wo auch immer du hinschaust, wirst du die fünf Geistesgifte tanzen sehen. Wann immer wir also in der Lage sind, das Licht des Dharma herzuholen und die Situation beleuchten zu lassen, dann wird es uns helfen, nicht ins Urteilen zu verfallen. Alcantra fährt jetzt fort. Sie hat bis jetzt beschrieben, wie unser Geist tatsächlich ist und jetzt schreibt sie, aufgrund der Illusion verschiedenster in der Art eines Traumes auftauchender Gedanken werden die Wesen jedoch zu all den Existenzorten des Samsara geführt. Die Täuschung verschiedener Gedanken bedeutet, dass Gedanken, wenn wir nicht ihren leeren, offenen Grund in der Leerheit des Geistes erkennen, dann können wir nicht erkennen, dass sie, also die Gedanken, wie ein Traum sind. Sie scheinen real zu sein und sie scheinen uns auf Ereignisse zu verweisen, die auch real zu sein scheinen. Wenn du zum Beispiel in einem Land aufwächst, in dem eine starke Betonung auf nationale Identität gelegt wird, könntest du in dem Gedanken aufwachsen zu denken, ich möchte dieses wunderbare Land beschützen. Das ist eine große, vage und idealisierende Vorstellung. Dann schließt du dich der Armee an und schlussendlich findest du dich in einer Kriegssituation wieder und du tötest Leute. hast es nicht geplant, Leute zu töten, du wolltest dein Land verteidigen. Du hast sozusagen die Implikationen, ein Soldat zu sein, nicht durchdacht. Wenn du ein Soldat wirst, musst du Befehlen gehorchen. Wenn dein Vorgesetzter sagt, schieße auf diese Leute, dann hast du zu schießen. Und wenn die generell entschieden haben, dass es angesagt ist, nicht in Kampf involvierte Leute wie Mütter und Kinder zu töten, dann musst du sie töten. Deine ursprüngliche Motivation, das Land zu verteidigen, wurde jetzt pervertiert, während du dich praktisch plötzlich innerhalb von verschiedenen taktischen Überlegungen wiederfindest. Für den General ist es völlig offensichtlich, dass die Furcht zu steigern innerhalb der Bevölkerung die Möglichkeit des Sieges steigert. Und deswegen ist deine Aufgabe, so viel Horror wie möglich zu erzeugen. Und was sehr wichtig im Dharma ist, ist wirklich den eigenen Geist so frei und offen wie möglich zu halten, sodass auch die wildesten Implikationen unserer eigenen Gedanken und Vorstellungen vor uns sichtbar werden, noch bevor wir ins Handeln kommen. Jedes dieser Kriege, ganz gleich, ob es die napoleonischen Kriege mit Russland waren oder ob es der Erste oder Zweite Weltkrieg war, hatte am Anfang niemand eigentlich eine Vorstellung davon, wohin dieser Krieg führen würde. Die Entstehung in Abhängigkeit, in wechselseitiger Abhängigkeit bedeutet, dass viele, viele verschiedene Faktoren in jeder Situation miteinander zusammenwirken werden. Aber das Ego selbst hat in der Regel eine sehr enge und begrenzte Sichtweise auf sozusagen die eigene Vorhaben, auf das eigene Argens und stellt sich vor, wenn ich dies tue, dann wird das geschehen. Am Ende des Zweiten Weltkrieges hat die Entwicklung nukleare Waffen ausgeschaut, als wir das und auch der Einsatz dieser Waffen gegen Japan hatte, den Anschein, den Krieg sozusagen auf eine mächtige Weise zu beenden und das Sterben vieler zu unterbinden. Aber wie es eben bei einer Büchse der Pandora der Fall ist, ist einmal der Deckel offen, verbreiten sich diese Dinge in alle Richtungen und so haben sich auch diese Waffen so verbreitet, dass auch der Feind über sie verfügt. Und jeden Tag können wir dann im Fernsehen die Toten in Ukraine sehen und die Westen, die westlichen Mächte sagen, sie können aber der Ukraine nicht helfen, weil wenn sie das tun würden, dann würde der dritte Weltkrieg anfangen und die Ukrainer sagen, der dritte Weltkrieg hat bereits angefangen. Jetzt regiert die Bürokratie die Welt. Ukraine ist kein NATO-Mitglied. Sie haben nicht ein Stück Papier unterschrieben und damit ist es auch nicht unsere Aufgabe, ihnen zu helfen. Dann betrachten wir das Ganze kastriert durch Ethik. nur dass es eben keine wirkliche Ethik ist, sondern eine legalistische Positionierung und dann denkt man über das Chaos nach, dass aus diesem Kämpfen in der Ukraine kommen wird. Das ist das, worauf sich hier hinweist. Du denkst, wüsstest, was vor sich geht, aber wie in einem Albtraum gehst du einen kleinen Korridor entlang, betrittst einen Raum und plötzlich ist da was Furchtbares. menschliche Wesen machen viele Dinge, die sie für mit guter Absicht durchdrängt halten, aber das Ergebnis ist schlecht. Wie der Buddha sagte, überall wollen fühlende Wesen Glück erfahren und doch handeln sie überall auf eine Weise, die kein Glück bringt. Aufgrund der Mannigfaltigkeit, der Geschmacksknosten der Leute und der verschiedenen Arten von sinnlicher Verbundenheit in der Welt, wenn wir in Verhaltensweisen hineingezogen, die letztlich das karmische Resultat der Geburt in verschiedenen Bereichen haben. Zum Beispiel wächst Zuckerrohr nicht in Großbritannien. Es ist einfach zu kalt. Aber wäre es damit, wenn wir es einfach in der Karibik wachsen lassen. Und daher war es vor drei, vierhundert Jahren völlig offensichtlich, dass eine gute Idee war, nach Afrika zu gehen, dort Afrikaner zu nehmen und sie in die Karibik zu versetzen, das ebenfalls heiß genug ist, damit Zuckerrohr wachsen kann und dann Zuckerrohr anzupflanzen oder anpflanzen zu lassen, damit wir in England Zucker im Tee haben konnten. Ach, wie schön, es ist doch einen gesüßten Tee zu haben. Ich bekomme meinen Zucker in diesem Laden da unten in der Straße. Das ist, wo der Zucker herkommt, nämlich aus dem Laden. Dann musst du nicht über Sklaverei nachdenken und nicht darüber, dass Leute gezwungen werden, lange Arbeitstage zu haben und so weiter. Auf diese Weise erlaubt die mentale Stupidität oder Dumpfheit nicht, die nicht zu den Ursachen durchdringt und selbst zu betrügen und andere zu täuschen. Und sie sagt, dass alle leidenden sechs Daseinsbereiche aus diesem einen einzigen Unverstehen der Tatsache, dass der Inhalt des Geistes untrennbar ist von dem Grund oder der Basis des Geistes, welche sozusagen leer ist, erstehen. Dann fährt sich hier vor, wenn du deinen eigenen Ursprung gesehen hast, ist durch die Wahrheit hiervon aufgrund der Leerheit deiner Seinsweise das, was als Buddha bekannt ist. Wir sitzen in der Praxis und wir schauen entweder durch die fünf Fragen oder einfach durch eine entspannte Offenheit und der Geist zeigt sich wieder und wieder. Was immer in seiner Unmittelbarkeit aufkommt, ist ungreifbar. Und auch der Ursprung hiervon, also von der Schau, von diesem sich zeigenden Phänomene ist ebenso ungreifbar. Wenn du den Himmel anschaust, kannst du keinen Mittelpunkt finden oder irgendetwas, wonach du greifen könntest. Und dort bewegen sich am Himmel Vögel und Wolken und Regenbögen. Wenn du in den Spiegel schaust, kannst du keine Essenz des Spiegels finden. Mehr noch, die Reflexionen, die im Spiegel sich zeigen, haben keinerlei wahrhafte Existenz, die man ergreifen könnte. Die Leerheit der Form und die Leerheit der Leerheit sind keine zwei verschiedenen Dinge. Leerheit ist keine subtile Form von Dingen. Wenn wir solche Texte lesen, müssen wir sehr sorgfältig aufpassen, dass wir nicht anfangen zu glauben, dass es da seine metaphysische Quintessenz der subtilste Kern von allem da ist. Wie es ihm herzutreist, Form ist Leerheit und Leerheit ist Form. Form ist nicht verschieden von Leerheit und Leerheit ist nicht verschieden von Form. In anderen Worten, jede Form, die du siehst, dein Körper, alles, was du in deinem Zimmer siehst, auf der Straße siehst, alles ist bar einer innerwohnenden eigenen Existenz. Alles, was du siehst, ist eine leere Erscheinung ohne irgendeine innere Wahrheit. Und dennoch die Energie verwandelt sich und geht in verschiedene Formierungen über. Das Feld des Erscheinens, der Emergenz ist multifaktoriell, ist mannigfaltig und hat viele verschiedene Aspekte, reiche Aspekte. Nicht so, dass es da etwa separate Dinge gäbe, die miteinander in Konflikt geraten. Es geht hier mehr um eine bezogene Koinmergenz, ein gleichzeitiges Entspringen. Zum Beispiel Wasser, ein Wasser von oben von einem Hügel runter stürzt, dann wird es eben nach unten stürzen, weil es durch die Schwerkraft beeinflusst wird. Das heißt aber nicht, dass es sich von sich aus bewegt, denn wenn du es in eine Tasse tust, dann wird es da einfach in Ruhe bleiben. Wenn du die Temperatur erhöhst, wird das Wasser kochen und dann sich schnell in Dampf verwandeln und verdampfen. Und wenn die Temperatur nach unten geht, dann wird das Wasser sich zu Eis verwandeln. Also Eis, Wasser, Dampf, das sind alles Modalitäten des Potenzials. Diese Modalitäten oder Modi des Wassers zeigen verschiedene Eigenschaften oder Funktionen in der gleichen Weise, wie wir heute schon angeschaut haben. Also wenn du zornig bist, sich deine Atmung verändern wird, deine Haltung wird sich verändern und auch wenn du glücklich bist, wird das alles verändert. Alle diese Formierung entbehren jedweder präzisen definierenden Essenz. Sie erstehen aufgrund von Ursachen und Umständen. Sie erstehen als Eis und Leerheit, als Dampf und Leerheit und auch als Wasser und Leerheit. Zorn und Leerheit, Glück und Leerheit. Wenn wir dieser Lehre vom mittleren Weg folgen, dann bewahren wir den Zusammenhang zwischen Form und Leerheit. Wir spalten nicht auf. Wenn wir dieses aufspalten, dann wird der Form zum eternalistischen Aspekt, sozusagen der Permanenz, des für immer Bestehens und der Leerheitsaspekt wird dann nihilistisch oder sozusagen ein Aspekt, der das absolute Nichtvorhandensein betont. Da die Dinge leer sind, lassen sie sich in keine fixierten Formation nieder. Auf einer subtilen Ebene verändert sich alles. Wenn du die Leerheit siehst, dann wird das präzise so sein, dessen wie sich Phänomene oder Erscheinungen darstellen, auf eine absolute Weise einzigartig. Zum Beispiel die Bauarbeiter haben jetzt ein Gerüst an der Fassade des Gebäudes, in dem meine Wohnung ist, aufgestellt. Das beeinflusst die Art und Weise, wie das Licht in dieses Zimmer, wo ich jetzt gerade sitze, hineinkommt. und auch der Stand der Sonne beeinflusst es und auch die Undurchdringlichkeit der Wolken. Und das beeinflusst das, was ich sehe. Was ich sehe, ist Licht. Und die Qualität des Lichts verändert sich, wie die Sonne im Untergehen begriffen ist. Was ich denke, was ich sehe, ist, da sind irgendwelche Regale und Stapel von Papieren und so weiter. Diese Papiere sind nun immer da. Das ist jetzt eine Folge von Konzepten. Und indem ich sozusagen diese Erfahrung von mir in der Form einer Sequenz von Konzepten formuliere, habe ich diese mich trösten oder rückversichernde Vorstellung von Vorhersagbarkeit. Ein Wissen darüber, was also sich auf den Bücher Brettern befindet, macht mich stumpf und dumm. Wenn ich nämlich wirklich schaue, dann bin ich erstaunt über die sich stets verändernden Muster, die ich da sehe, die aufgrund von dem elektrischen Licht, das ich anhabe und dem Licht, das auf wechselnde Weise durch das Fenster dringt, in dem Wechselspiel diese Lichter entstehen und sich stets verändern. Und irgendetwas davon fängt meine Beachtung und irgendwelche Gedanken daran entstehen. Ich sehe das lila Papier, das wir um die Bücher gewickelt haben, die ich vor langer Zeit mit Cea Lama in Indien gemacht habe. Aus irgendeinem Grund entsteht dieser damit verbundene Gedanke und dann kommen andere Gedanken. Und das ist immer frisch. Wenn du Billiard spielst, wenn du dieses hölzerne Dreieck mit den verschiedenen farbigen Kugeln füllst und dann nimmst du vorsichtig das Dreieck weg und dann machst du deinen ersten Schuss. Und wenn du ein Amateur Spieler wie ich bist, dann hast du keine Idee, wo diese Bälle am Ende hingehen werden. Wenn du aber dieses hölzerne Dreieck um die Bälle behalten hättest, dann würde der weiße Ball da hingehen, aber die anderen farbigen Bälle würden sich gar nicht bewegen. Und das ist wie ein Konzept, das im Geist funktioniert. Die Idee, dass ich wüsste, was auf dem Bücherregal ist, hält sozusagen das Potenzial dessen, was sich da manifestieren kann, beiseite, oder zumindest kann ich es nicht sehen. Wenn du die Leerheit von einem also sehen kannst, dann ist alles, was du siehst, Muster der Leerheit. Das Potenzial der Leerheit ist, eben sich stets wandelndem Muster von Leerheit zu zeigen, sodass man erfährt, wir sind lebendig und stets in Veränderung begriffen, aber nichts wird daraus geboren. Mit anderen Worten, nichts kommt aus dieser Matrix heraus, um als eine isolierte, getrennte Entität, ein Ding zu existieren. und das heißt, dass es überhaupt keinen Grund gibt, die Diversität, die Manifaltigkeit von Erscheinungen zu kontrollieren, sondern alle Erscheinungen werden gewissermaßen zusammengehalten in der Leerheit und alle Erscheinungen werden getrennt gehalten durch das Bewusstsein. Und was sie sagt, ist, wenn du die Leerheit von allem siehst, ohne es zu konzeptualisieren oder zu analysieren, wenn du es einfach schlicht siehst, dann ist das Buddha. Dann in Worten, Ignoranz überdeckt die Welt. Wenn du aber einfach bloß siehst, wie es ist, dann ist die Überdeckung selbstbefreiend. Denn auch die Überdeckung ist leer. Das ist der Grund, warum Herzutra so wichtig ist und wir es häufig lesen sollten. Die Objekte unserer Sinne sind leer, die Organe unserer Sinne sind leer und auch die Bewusstseinsaspekte, die auf die verschiedenen Sinneseindrücke reagieren, sind ebenfalls leer. Ignoranz bedeutet, leere Erscheinungen zu ergreifen und sie aufzufüllen mit der Fantasie einer getrennten unabhängigen Existenz. dann sagt sie, wenn du sehen kannst, wenn du dich selber auf diese Weise sehen kannst als Buddha, dann wirst du nach nichts anderem mehr suchen. Denn jetzt siehst du, wie es ist. Das ist so wichtig für unsere Praxis. Du gehst einkaufen und willst vielleicht Gemüse oder Früchte kaufen. Es ist ein Gedanke, der in deinem Geister steht und du willst sagen wir mal Birnen kaufen. Dann kommt ein neuer Gedanke und sagt, nein, ich will Bananen haben. Beides sind leer. Aber der Apfel oder die Birne schmeckt nicht wie die Banane. Das sind Formen oder Geschmäcker, die wahr eine wahren Essenz sind. Wo also kommen diese verschiedenen Geschmäcker von, sie sind das Potenzial des Grundes. Natürlich, wenn du eine Menge westliche Wissenschaft studiert hast und eine tiefe Gewohnheit einer materialistischen Auffassung hast, kannst du sagen, naja, diese spezielle Geschmack der Banane, das kommt eben aus einer Kombination bestimmter chemischer Verbindungen in der Banane, die eben anders sind als die entsprechenden chemischen Verbindungen in der Birne. Das ist natürlich eine andere Sichtweise. Natürlich kannst du die verschiedenen chemischen Verbindungsformeln aufschreiben, organische wie anorganische von den Dingen, die du glaubst, dass sie das spezifische Aroma, eine Banane generieren. Jetzt hast du ein definitives Wissen, bis du dann in ein Gespräch mit einem Physiker verwickelt wirst und der Physiker wird sagen, oh, mein Kind, du glaubst immer noch an die Existenz von Atomen, hast du das ganze Leben verschlafen Du kannst es nicht greifen. Was du greifst, ist nur deine eigene Idee. Es hängt sozusagen von dem Maß oder dem Grad der Vergrößerung. Wenn du ein bisschen eine kleine Probe aus deinem Stuhl unter einem Mikroskop untersuchst, wirst du herausfinden, dass da kleine Lebewesen vorhanden sind, von denen du eigentlich lieber gar nichts wissen willst. Besser nicht ins Mikroskop zu schauen. Das Leben ist sehr kompliziert und es gibt viele, viele verschiedene Faktoren, die sich gemeinsam bewegen. Wir glauben daran, dass wir unseren Körper besitzen, dass er unser Eigentum ist, aber die Bakterien haben einen sehr guten Grund, sozusagen einen guten Teil des Anteils an Verantwortung für sich zu beanspruchen. Mit anderen Worten, diese Idee von der Entstehung in gegenseitige Abhängigkeit, die drückt aus, dass all diese verschiedenen Ebenen von Musterbildung, angefangen von subnukleare Energie über die atomaren Formen, die eben das entstehen chemischer Bindungen ermöglichen, bis hin zu allem anderen, jede anderen Formen nichts anderes als Muster Bildung der Leerheit sind. Und in dieser interaktiven Matrix kommt Freiheit dann, wenn du wirklich sehen kannst, es ist, wie es ist. Wie die Texte sagen, wenn du in den Himmel aufsteigst, geh in den Himmel und wenn du in die Hölle gehst, geh in die Hölle. Was es essentiell bedeutet, ist, urteile nicht, bleibe mit den Phänomenen. Wenn du krank wirst, eine Erkältung oder dein Rücken tut weh oder du hast irgendein Herz Problem, hast du die Unmittelbarkeit der Phänomene. Wenn du zu einem Arzt gehst, bekommst du eine Diagnose. Das ist eine Formulierung, eine Gestaltung, die gewissermaßen die verschiedenen Stränge der Situation zu einem Gesamtbild davon zusammenfasst, was falsch ist. Irgendetwas ist bei mir falsch. Irgendetwas ist mit meinem Körper falsch. Und das bedeutet, dass die Musterbildung des Körpers und seiner inneren Kommunikation durch Veränderungen geht. Und das ist das. Wenn du gegenwärtig in dem Dies bleiben kannst, dann ist es eben dies. wenn du ins Urteilen verfällst und denkst, ich will aber so nicht sein, ich will das nicht haben, ich brauche Hilfe, vielleicht ist das nützlich, aber ziemlich oft müssen wir einfach damit leben. Mein Leben ist eben so. Persönlich für mich, was ich mich so erinnern kann, was es heißt, jung und gesund zu sein, das ist wie jemand anders. Jetzt stelle ich fest, ich werde müde. Das ist wie ich bin. Und diese Art von Müdigkeit oder Schwere ist einfach da. Wo ist sie? In dem Raum der Bewusstheit. Der Raum der Bewusstheit, also das Dhamma Datu ist unendlich. Es sind Muster von Gedanken, von Gefühlen, von Erinnerungen, von Empfindungen. Sie alle bewegen sich zusammen. Aber was bedeutet das? Das hängt davon ab. Aber es bedeutet, ich werde alt und ich werde sterben. Es könnte natürlich bedeuten, das ist nicht fair, ich will das nicht. Ich muss etwas unternehmen, ich muss den Arzt aufsuchen, ich muss das Meditationsgießen aufsuchen. Was soll ich machen? Das hängt davon ab. Was ist die Basis präsent zu sein? Wenn es die offene Bewusstheit ist, nun ja, Bewusstheit wird nicht krank, aber die Bewusstheit zeigt, ich bin krank. Und dieses ich bin ist vergänglich und niemand kann es permanent machen. Alle meinen tibetischen Lehrer sind jetzt tot. Das ist das, was geschieht, wenn du in diesem Bereich bist. All diese Mantras und Mudras haben den Tod nicht aufgehalten. Die Frage ist dann also, wie sollen wir sterben? Oh ja, das passiert. Das ist das, was geschieht. Natürlich, im Sinne der Medizin könnte eine Diagnose hilfreich sein. Aber die Diagnose des Ego zu sagen, da ist mit mir irgendwas Frau erschafft die innere Dualität von Ich, dem Subjekt und mir, dem Objekt. Ich mag nicht, was mir geschieht. Kann man verstehen. Aber helfen tut es nicht. Ob du es magst oder nicht, wenn es geschieht, geschieht. Die Funktion der Praxis ist, damit zu bleiben, wie es ist. Das ist nicht eine Art von hoffnungsloser Opfer Akzeptanz. Es geht immer darum, mit den Phänomenen zu verweilen, ohne unnötige Verbegrifflichungen hinzuzufügen. Und so heißt es hier im Text, in der Tat kann die Art und Weise des Verweilens, des Grundes, in keiner Weise durch die Aktivitäten irgendwelche Erscheinungen verändert werden. Das ist dieser sehr, sehr klare und scharfe Geist von Ayukandro. die Art und Weise des Verweilens des Spiegels wird durch die Aktivitäten der Spiegelbilder nicht gewandelt. Ob wir denken, dass das Spiegelbild wunderschön oder hässlich ist, das beeinflusst den oder beeinträchtigt den Spiegel überhaupt nicht. Die Offenheit und der Mangel an einer Selbst- oder Eigensubstanz ist die Großzügigkeit des Spiegels. Mit anderen Worten, der Spiegel kann zeigen, aufkommt. Es betritt nicht die Reaktivität mit dem Inhalt. Das ist der Grund, warum das Beispiel mit dem Spiegel so oft benutzt wird. Der Geist selbst wird nicht berührt oder beeinträchtigt durch das, was im Geist entsteht. Geist ist wie der Himmel. Wenn wir den Regenbogen am Himmel sehen, sehen wir die Farben. Wenn sich aber der Regenbogen auflöst, dann trägt der Himmel keine irgendwie so geartete Restfärbung in sich. Deswegen heißt es in den Texten, die wir zur Praxis haben, die einige dieser Texte in Simply Being veröffentlicht sind, sagt es immer wieder und wieder, bleibe offen bei dem, was sich zeigt, wie auch immer es ist, zum Beispiel, was auch immer der Grund dafür sein mag, kommen Wellen von Traurigkeit in dich. Wenn es dir möglich ist, addiere nicht einmal einen Gramm von Interpretation hinzu. Traurig. Natürlich kannst du es ein bisschen aufkochen und sagen, ich fühle mich traurig. Aber wenn du das tust, dann ist es dann nur ein kleiner Schritt zu denken, warum ist das so und was könnte ich damit anfangen? Und dann rufst du vielleicht einen Freund an und sagst, irgendwas ganz Seltsames ist passiert, ich habe meine Praxis gemacht und dann fühlte ich mich so traurig. Nun, jetzt kommt von dem Freund dann noch drüber ein Kommentar. Wie viel Zeit hast du denn jetzt mit der tatsächlichen Traurigkeit verbracht. Was oft geschieht, ist, dass wir viel mehr Zeit mit der Ausarbeitung, mit der Interpretation verbinden. Wenn du offen bleiben kannst, dann wird die Traurigkeit vergehen. Wenn du auf eine Grund bietet, der Traurigkeit nichts, worin sie sich einkralen könnte. Aber wir müssen uns daran erinnern, und das wird in vielen der Lehren, über die wir schon gesprochen haben, ausgedrückt, ist dieser Grund, der Grund von sowohl Nirvana als auch Samsara. Dieser offene Grund, der hat keinerlei Vorneigung sozusagen, er bietet sowohl Himmel als auch Hölle. Wenn du deinem eigenen Grund dich als der ungreifbaren Offenheit gegenüber öffnest, dann bist du von den Konstruktionen der Dualität befreit. wenn es dabei in Bezug auf die leere Natur des Grundes eine Vergesslichkeit gibt, was dann aufkommt, scheint dann seine Etwashaftigkeit aufzuweisen. Und die Dichte davon verursacht die Spaltung zwischen Subjekt und Objekt. Ich fühle mich traurig. Aber ich fühle mich traurig kommt nach der Traurigkeit. Wenn man Traurigkeit gestattet, selbst erstehen und selbst befreiend zu sein, dann ist sie einfach nur dies und dann nur dies. Wenn du einmal in die Formung und Gestaltung und das Beziehen von Positionen gerätst, dann ist deine Erfahrung von dir selbst nicht mehr illuminiert, nicht mehr beleuchtet durch Bewusstheit, sondern wird zu einem Vehikel, zu einem Fahrzeug des dualistischen Bewusstseins. Das Ich, das Ego selbst existiert als ein Strom von Konzepten, die alle leer sind. Das ist, was sie sagt, wenn du Leer siehst, das ist Buller. Und diese Offenheit kann durch Phänomene nicht gewandelt werden, aber sie kann durch Phänomene ignoriert werden. Wir sind alle fühlende Wesen. Wenn ich aber eine Gruppe angehöre und du gehörst einer anderen Gruppe und ich weiß, dass deine Gruppe sehr schlecht ist, dann ist die Empfindung, dass wir beides fühlende Wesen sind, eine sehr ausgedünnte und das Konzept, dass du sehr schlecht bist, wird sehr dick und dicht und sehr real. Ich werde nur dann in Sicherheit sein, wenn du zerstört wirst. Und dieses Du, das zu zerstören ist, ist primär ein Konzept in meinem Geist. Das ist die Tragödie, die sich überall in der Welt finden lässt. Nun, der relative von geteilte Grund ist, dass wir alles fühlende Wesen sind, aber der absolute oder der unendliche geteilte Grund ist, dass wir alle ungeborene Leerheit sind. Und wenn beides davon verloren geht, dann gehen wir in eine sehr intensive Dualität. Sie sagt, die Art und Weise des Verweilens ist einfach bloß. Dann, mit anderen Worten, das ist nicht irgendwie etwas, was ein Konstrukt oder irgendetwas hervorgebrachtes ist, sondern wie man sagen könnte, es ist einfach eine Gegebenheit, es ist, es ist, wie es ist. Für gewöhnlich wird das bedeckt durch all diese Formulierungen und Projektionen und Ideen, die wir in Schulen gelernt haben und so weiter. Aber wenn du da nichts hinzufügst, dann ist es, wie die Texte sagen, es ist nackt, frisch, roh. Wenn du auf den Markt gehst, wirst du etwas bekommen, was nicht vorpräpariert ist. Du bringst es nach Hause und du beginnst damit zu kochen. Du verwandelst es. Aber der Geist selbst ist nackt wie Kuntusankpo. Er ist frisch, neu, wie Salat. Kein Eintopf, kein Ragout. Und sie sagt, mit dieser Art des Verweins gibt es keine Unterbrechung des Spontanflusses der Erfahrung und so auch kein Zurückfallen davon. Wenn du lernen möchtest, Tango zu tanzen, dann kannst du das gut oder schlecht machen. Wenn du ein klassisches Gericht kochen willst, dann kannst du es ebenfalls gut oder schlecht machen, denn da gibt es ein klares Rezept. Was ja hier sagt, Schätzchen verirr dich nicht in Aufführungsfurcht. Von allem Anfang an hat es kein Rezept gegeben. Es ist nicht so, dass du versuchen musst, es auf die richtige Weise zu machen. Lass die Schablonen von Interpretation und Bewertung gehen und dann gibt es keine Unterbrechung des spontanen Flusses, denn es ist, wie es ist. Und das ist genau die Bedeutung von Hörnrupp, die spontane Präsenz, unmittelbare Präsenz von diesem und diesem. Und daher gibt es auch keinen Schwanken davon. Wenn du auf einer Party bist mit netten Leuten und du tanzt einfach, dann tanzt du einfach. ob das gut oder schlecht ist, spielt überhaupt keine Rolle. Die Leute sind nett, die Musik ist gut, alle lachen. Du genießt eine gute Zeit. Wir genießen den Fluss eines spontanen Ausdrucks. Wir versuchen nicht, etwas zu bewirken. Ich urteile nicht über dich und ich sorge mich auch nicht darum, ob du mich beurteilst. Alle möglichen Dinge entstehen, während du dich mit der Musik veränderst und das Gleiche trifft auch auf mich zu. Alles das ist Tanz. Daher gibt es da auch kein Zurückfallen oder Schwanken. Jemand könnte verlangsamen und dann einfach nur sanft von Seite zu Seite schwanken. Jemand anders springt hoch und runter. Warum nicht? Hier gibt es keine Choreografie. Es ist wie es ist. Das ist die Freiheit, die sich ergibt, wenn man das Urteilen verlässt. Und das Wunderbare daran ist, dass wenn du entspannt, frisch und spontan bleibst, dann ist das Feld der Spontaneität alles, was erscheint. Es ist nicht um dich zentriert. Es ist nicht so, dass du das tanzen tust. Du und die Stimmung und die Musik und die anderen Körper, das ist das, was das Tanzen tut. Das ist das Tanzen. Also je weniger du die Empfindung einer individuellen Agenz, eines Täters, eines Tuhenden der Tat hast, beginnst du die Co-Emergenz zu erfahren. In Sanskrit heißt das Sahaj und das bedeutet Subjekt und Objekt Erstehen Gemeinsam und Grund und Erscheinung Erstehen Gemeinsam und du kannst das ja auch gar nicht verlassen. Weil das das ist und das ist wie es ist. Aber natürlich wissen wir, wenn wir in Meditation sitzen, verlieren wir auch diese nicht duale, spontane Frische. Und dann werden wir über Gedanken eingehüllt. Der Schlüsselpunkt hier ist nicht zu kämpfen und es nicht zu versuchen es besser zu machen. Alles ist selbst befreiend. Das ist das, was wir zu praktizieren haben, bis es unmittelbar für uns klar wird. Das war's für heute und wir fahren mit dem Text um 11 Uhr Mitteleuropäische Zeit morgen fort. Und ich hoffe, ihr habt alle einen guten Abend. Bye. See you, James. Bye. 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 Wir können mit dem kurzen Guru Yoga des Weißen Ahr starten. Wir können mit dem kurzen Guru Yoga des Weißen Ahr starten. Aaaaaah Aaaaah Okay. Vielen Dank. Dass Intensität kein Merkmal von Existenz ist. Zum Beispiel Feuer ist heiß. Und wenn du an einem heißen Sommertag draußen bist und ein Feuer anzündest, um darauf zu kochen, kann das starke Sonnendicht es schwer machen, die Flammen sichtbar zu machen. Und auf diese Weise kannst du deine Finger verbrennen. Das ist mir viele Male in Indien passiert. Und ich sage dann, oh, ich mag nicht, wenn meine Finger verbrannt werden. Dieses böse Feuer hat mich verbrannt. Aber die Flamme, die mich verbrannt hat, ist bereits Vergangenheit. Das Feuer ist kein Ding. Doch hat die Hitze einen Einfluss? Das Gleiche trifft auf Krieg, auf Grausamkeit, auf sexuellen Missbrauch und dergleichen mehr. Das sind Ereignisse, das sind Bewegungen der Energie in der Zeit. Auf einer äußeren Ebene müssen wir einen mittleren Weg finden. Es ist nicht stark real, es ist eine Erscheinung, die leer ist. Wenn du sagst, es ist leer, also spielt es keine Rolle, verschwindet das Mitgefühl. Wenn du aber sagst, das ist furchtbar, das ist grauenhaft, wenn du das so stark real werden lässt, dann ist die Weisheit am Verschwinden. Diese Farbe und Leerheit, Gestalt und Leerheit, Erscheinung und Leerheit, all das sind Muster von Energie, die in Bewegung sind, aber die keine wahre Existenz aufweisen. Daher entwickeln wir auf der Seite des Subjekts Unparteilichkeit. Wenn du etwas tust, was mich aufregt, dann macht das dich nicht schlecht. Es gab keine dauerhafte, selbstbestehende Substanz von Du, auf der Basis diese Eigenschaften von Egoismus oder Grausamkeit oder dergleichen aufgebaut werden könnten. Den mittleren Weg zu finden und auch auf diesem mittleren Weg zu bleiben, wenn man unter Druck ist, ist schwierig. Wir werden sehr leicht in Urteile gezogen. Das sollte nicht passieren, wir müssen das anhalten. Jedoch aufgrund von Dharma-Sichtweise steht alles, was eben passiert, aufgrund von Ursachen. Einfach nur auf das Ereignis zu reagieren, wird die Kräfte oder die Ursachen nicht beseitigen. Deswegen heißt es in den Texten wieder und wieder, dass wir die Wurzel selbst durchtrennen müssen. Und die Wurzel ist der Glaube an wirkliche existente Substanzen. Die Wurzel des Krieges ist Unbewusstheit. Er sagte, einen Diktator zu töten, wird die Muster des Krieges verändern, aber wird den Krieg selbst nicht beenden, denn die Wurzel des Krieges liegt eben in der Unbewusstheit. Und die allgemeine buddhistische Tradition, insbesondere die Theravada-Tradition, spricht davon, dass die Menschen keine Essenz besitzen, sondern im Wesentlichen als die aus den fünf Skandas oder den fünf Anhäufungen zusammengesetzt sind. Da gibt es eine Abwesenheit eines Selbst in Leuten. Wenn aber diese Faktoren von Form, von Gefühl, von Assoziation, von des Zusammensetzens und des Bewusstseins zusammenwirken, dann entsteht die Illusion eines fühlenden Wesens, eines Selbst. Wenn wir also solche Namen wie Mr. Putin anwenden, dann ist es die Anwendung eines Namens auf eine konzeptuelle Konstruktion. Er existiert nicht. Alle Texte sagen, es ist eine Abwesenheit innewohnender Existenz da. Die Illusion wahrhaft existenter Phänomene geschieht, wenn die Illusion der Erscheinung sozusagen betont und präligiert wird, während der Zwilling, nämlich die Leerheit, vernachlässigt wird. Natürlich wird der Name Putin angewendet auf eine Musterbildung von Erscheinung. Wenn er Dinge tut, die wir nicht mögen, dann verleiht ihm das keine Existenz als eine schlechte Person. In Russland hat er viele Unterstützer, die daran glauben, dass er eine gute Person ist. Und auch das verleiht ihm keine wahrhafte Existenz als eine Person. Wenn du ein Urteil über etwas fällen willst, musst du ein Etwas haben. Diese Etwasheit, also eine separate, für sich bestehende Existenz, entsteht aus der Unbewusstheit bezüglich des Grundes. Und das ist hier in diesem Text nicht groß angesprochen, aber allgemein gesprochen wird davon gesprochen, dass die erste Stufe der Unbewusstheit eine Ähnlichkeit damit hat, ohnmächtig zu werden. Nicht, dass jemand ohnmächtig wurde, sondern es ist eher so, dass es da einfach eine Art Dunkelheit, eine Undurchdringlichkeit gibt, in der die Bewusstheit bezüglich des Grundes zeitweilig dysfunktional wird. Und daraus ersteht das Potenzial des Wissens oder des Sich-Gewahr-Seins von etwas geht daraus hervor. Und die Verwirrung dieses, diese Schmerze, dieses absoluten Nichts ist wie eine zusammenziehende Bewegung. Wir schrumpfen sozusagen zurück. Auf der relativen Ebene haben wir alle die Erfahrung, dass wenn wir ängstlich werden, dass wir auch kleiner dabei werden. Und diese Zusammenziehung, diese Schrumpfung, die manifestiert sich als die Empfindung von jemand. Und diese Jemandheit ist einfach eine Erscheinung. Es ist eine Musterbildung in dem Raum der möglichen Erscheinungen von Mustern. Wenn es aber gegriffen wird, wenn man daran festhält, dann ist es so, als ob jemand da wäre. Wir können seine Hand sich bewegen sehen. Wenn er die Muskeln anspannst, sodass sie die Sehnen ziehen, dann hat er eine Faust. Und diese Faust hat eine viel klarere und definiertere Form oder Gestalt als die Finger. Seht ihr die Faust? Passt auf, ich konnte euch schlagen. Und dann denkt man, oh mein Gott, was ist denn das, was der da hat? Wenn ich aber die Muskeln und die Sehnen entspanne, dann sind meine Finger wieder da. Und du weißt nicht, was die Finger tun werden. Finger haben ein Potenzial oder sind ein Potenzial. Und die Faust ist eine fixierte Formierung aus diesem Potenzial. Und das ist das, was mit Ignoranz passiert, dass die Offenheit, die Unvorhersagbarkeit des Potenzials zusammenstrumpft in diese konkretisierte Form, in diese realisierte Form des Potenzials, die die Faust, die sozusagen eine Vorhersagbarkeit erlaubt und die wir als das Ich bezeichnen. Es ist sehr schwer, das mit Sprache zu beschreiben, denn die Sprache beginnt immer von der Annahme oder mit der Annahme, dass es da ein Subjekt, ein Verb und ein Objekt gibt. Da gibt es diesen Täter, diesenjenigen, der das Tun tut, also das Gehen, das Sprechen, was immer es tut. Aber diese Ignoranz, die Ignoranz, die wird nicht von jemandem getan, sie wird nicht von Gott gemacht und sie wird auch nicht vom Teufel getan. Sie ist ein Potenzial des Grundes. Dann in Worten der Grund oder das Potenzial der Möglichkeit manifestiert viele Geschichten. Die Tatsache, dass sie Geschichten sind, macht sie nicht unbedingt wahr. Wenn aber die Erzählungslinie ein Sitz von Festhalten, Anhaften ist und wieder und wieder erzählt, wird sie zu einem Punkt der Anhäufung. Wenn erst einmal diese Illusionen, diese Faktoren der Illusionen auftauchen, die ein Gefühl von mir selbst erzeugen, das ja vorher nicht da war, aber eben durch diese Faktoren generiert werden, dann wird alles, was ich tue, zu einem Streicheln oder zu einem Akt der Konsolidierung meines Empfindens von mir als ein Tuender. Und mit der Entwicklung der Fähigkeit, Zeichen und Bedeutung zu manipulieren, beginne ich allen möglichen Dingen, die ich in der Welt sehe und auch mir selbst Bedeutung zuzuweisen. Und obgleich es kein tatsächlich vorhandenes Selbst gibt, wird es zu einem Ort oder einem Sitz eines angehäuften Repertoires. So wie ein alter Schauspieler, der in einer endlosen Anzahl von Bühnenaufführungen tätig war, sich immer noch an die Zeilen aus verschiedensten Komödien, Tragödien und historischen Dramas erinnern kann. Also die Spuren unserer Aktivität in vorigen Formationen oder das, was wir als unser Leben bezeichnen, diese karmischen Spuren, denn Karma bedeutet ja nichts anderes als Aktivität. Diese karmischen Spuren, die schweben sozusagen umher in unserer Gegenwart. Und wie wir es gestern schon angeschaut haben, werden gemäß den Umständen, denen wir begegnen, bestimmte Muster, die vielleicht, wenn man so sagen will, zu den persönlichen Möglichkeiten gehören, aktiviert. Wenn man also im Samsara umherwandert, scheint es innerwohnend wahr zu sein, dass ich existiere, dass dies und jenes da ist, dass ich dies mag, jenes nicht mag, dass alles erscheint als einfach wahr. Und die Tatsache, dass du nicht magst, was ich mag, wird von mir als ein Beweis dafür genommen, dass ich eben existiere. Denn ja, das bin ich und ich bin eben nicht du. Wenn wir aber in den Dharma kommen, dann beginnen wir das in einer anderen Weise zu untersuchen. Ich mag dies und das ist gut und du magst es nicht. Also für dich ist es nicht gut, aber es ist gut für mich. Also scheint das, diese gute Eigenschaft, dieses Gegenstandes, die scheinbar innewohnend dem Gegenstand selbst vorhanden ist, das scheint nicht wirklich innewohnend zu sein. Denn wenn ein Gegenstand innewohnend wahrhaft gut wäre, dann müsste es ja auch nicht nur für mich, sondern auch für dich gut sein. Es ist also nicht wahrhaft gut, sondern in meiner Meinung ist es gut. Und wenn ich dann mein Leben anschaue und sehe, dann erkenne ich ja, aufgrund von bestimmten Ereignissen und Umständen und Erfahrungen, komme ich zu der Auffassung, die mich heute sagen lässt, Vanille, Vanille-Eis ist das Beste. Es ist doch offensichtlich. Wir müssen, die meisten von uns brauchen, eine fortwährende Untersuchung, wieder und wieder zu schauen, wo dieser blinde Fleck ist. Und wir beginnen zu sehen, dass das, was wahr erscheint, in Wirklichkeit nur eine Meinung oder ein mentales Konstrukt, eine Interpretation ist. Wenn wir das wahrhaft erkennen, dann sollte die Folge sein, dass wir uns auf eine viel leichtere Weise durch die Welt hindurch bewegen können. Wir sollten uns da nicht so sicher sein, wenn wir Kommentare über Samsara abgeben, das ja eine unglaublich komplexe Matrix des Entstehens in Abhängigkeit ist. Es ist immer die Sicht von hier aus, von mir aus. Aber ich selbst bin ja auch nichts Fixiertes oder Verlässliches. Ich unterliege Stimmung und auch meine Befähigungen sind variabel und hängen von den Umständen ab. Wenn ich sehen kann, wie ich mich mit den Umständen manifestiere, dann kann ich nicht sicher vorhersagen, wie ich morgen sein werde. Hängt davon ab. Ich bin kein autonomes Agents. Ich bin nicht die Wurzel der Aktivität. Es ist nicht so, dass ich sie hinausdrücke und sie geschehen lasse. Ich bin ein Teilnehmer in diesem bewegten Feld von Faktoren. Und das ist, wie es jetzt ist. Für Meditierende ist das sehr, sehr wichtig. Was immer ich über die Zukunft sage, was immer ich über die Vergangenheit sage und auch meine Meinungen, das alles sind Meinungen, die durch die Interpretationen vermittelt werden. In anderen Worten, es sagt der Welt lediglich, was es für mich ist. Wenn ich aber diese egoistische Energie entspannen kann, diesen Willen zur Macht, diese Fantasie von Macht, dann beginne ich zu empfangen, was sich immer darbietet. In welcher Weise das Selbst und anderes hervorgeht als Energie in diesem Raum der Bewusstheit. Und dann werden wir gegenwärtig in diesem Moment und jeden Moment immer. Wenn wir aber ins Urteilen verfallen, haben wir bereits dasjenige, was wir beurteilen, verdinglicht und zu etwas werden lassen, was eine ewige, unabhängig bestehende Essenz besitzt. Das ist keine genaue Wahrnehmung. Das ist eine der Täuschung unterliegende Projektion. Wir stellen uns etwas vor und glauben, dass unsere eigene Vorstellung wahr ist in dieser Praxis des Guru-Yoga, der weißen A. Wir entspannen uns in diesem Klang von A. Wir entspannen die muskulären Verspannungen und auch die Spannung in der Kehle, in dem Klang von A. Die Spannung ist entlassen und wir entspannen uns. Wir beginnen mit der Faust. Ich werde jetzt die Praxis, meine Praxis machen und wir entspannen. Und dann bewegen sich die Finger wie der Seetang auf den Felsen im Meer, sich sozusagen mit den hin- und herschwingenden Wellen mitbewegen, so bewegen wir uns. Gedanken, Gefühle, Empfindungen, Erinnerungen, alle möglichen Dinge kommen und gehen. Da ist eine Gestalt oder, wenn man sie sagen will, eine Erscheinung, aber man kann sie nicht fangen, weil sie selbstbefreiend ist oder genauer selbstverschwindend ist. Und das ist die Art und Weise, wie wir uns allmählich in die ungeborene offene Bewusstheit niederlassen. Wenn wir entspannt sind, ist es gut. Da gibt es weder einen Mangel noch einen Überschuss. Und ich brauche nichts, um es zu verbessern und ich muss auch nichts loswerden. was es verschlechtern könnte. Dieser Augenblick ist innewohnend vollständig, jenseits von jedem Vergleich. Dieses Vergleichen und Kontrastieren ist die Art und Weise, wie das Ego selbst Bedeutung erschafft. Und diese Ego-Bedeutung ist eine Verdunklung für die innewohnende Klarheit der Bewusstheit. Die Texte sprechen davon, von dem innewohnenden Licht des Geistes. Und das Bild dafür ist die Vorstellung von einer Lampe oder einer Kerze, die innerhalb eines großen Tontopfes brennt. Die Lampe brennt, es gibt eine Beleuchtung, aber aufgrund des Topfes, der drüber gestülpt ist, kannst du es nicht sehen. Weil du das Licht der Lampe nicht zur Verfügung hast, bewegst du dich im Dunkeln und versuchst dir vorzustellen, was da ist, wie in dieser Geschichte von den sechs Blinden, die den Elefanten betasten. Was wir tun müssen, ist den Topf kaputt zu schlagen. Wie zerschlagen wir den Topf? Wie nehmen wir die Spannung und entspannen. Dieser Topf ist wie diese Faust. Entspanne, lass es sein, es wird kommen, wie es kommen wird. Unlängst haben wir diese kurze Sache auf der Website veröffentlicht, Hindernisse zurückzuweisen. Seine Praxis, die heißt Dogpa, das bedeutet zurücksenden. Wir attackieren nicht den anderen, wir rächen oder widern nichts. Es ist ein bisschen so, als würde der Postbote einen falsch adressierten Brief in unseren Briefkasten werfen und wenn wir das sehen, halten wir den Brief, den Briefträger zurück, bringen wir ihn zurück und sagen, Herr Briefträger, das ist nicht an mich gerichtet. Ich habe damit nichts zu tun. Ich muss da nicht in die Reaktivität gehen. Derjenige, der reagiert, ist das Ego selbst. Und mit reagieren meine ich, irgendetwas beeinflusst mich oder betrifft mich und unmittelbar kommt etwas aus mir darauf zurück. Der Sitz dieser Reaktion ist das Empfinden, dass ich auf mich etwas eingewirkt hat und dieser Sitz ist eben der Nexus des Ego selbst. Wenn wir das nicht tun, dann heißt es lange nicht, dass wir irgendwie paralysiert, gelähmt und pathetisch sind. Wir können schon darauf eingehen, was in der Welt erscheint. Die Frage hier ist, wie wird das, was sich ereignet, empfangen und wie ersteht die Antwort? Das Ereignis ist eine leere Bewegung innerhalb des Raumes leerer Bewegungen. Und die Antwort ersteht aus derselben Raumhaftigkeit heraus. Dann antworten, es bin nicht ich, der da antwortet. Konventionell betrachtet muss ich sagen, ja, ich reagiere. Das ist die Struktur der Sprache. Aber der Grund dieser Antwort kann die Klarheit der Bewusstheit sein. Sie kann aber auch, oder der Grund kann auch die Enge des Egos sein. Wenn man in der Sprache der drei Körper oder drei Modi des Buddhas das ausdrückt, dann entsteht der Nirmana-Kaya aus dem Sambhogakaya, der wiederum aus dem Dhamakaya hervorgeht. Der Dhamakaya ist die Klarheit des Geistes oder die Offenheit des Geistes, die kein Ding ist und daher auch sich niemals manifestiert. Sie ist Rigpa oder Bewusstheit und die Bewusstheit beleuchtet diesen Raum oder das Feld der Schau, des Erscheinens und diese Beleuchtung, das ist der Sambhogakaya. Und innerhalb dieses Sambhogakaya-Feldes bewegen wir uns. In der tibetischen Sprache ist der Nirmana-Kaya Chölpe-Ku und Chölpa ist ein Verb, das eine Beziehung zu Illusion oder zu Täuschung oder Magie auch hat. Unter den Worten, wir als der Nirmana-Kaya sind ungeboren. Wir sind wie ein Regenbogen am Himmel oder wie eine Fata-Morgana oder wie ein Charakter, eine Figur in einem Traum. Und da haben wir diese Untrennbarkeit, diese drei Aspekte von Bewusstheit und Leerheit des Dhamakaya, Klarheit und Leerheit des Sambhogakaya und Erscheinung und Leerheit des Nirmana-Kaya. Jeder Aspekt unserer Existenz ist dynamisch und veränderlich. Und auch der Körper ist nicht ein Ding. Blut fließt, Atem kommt und rein und raus, überall chemische Reaktionen. Der Körper ist ein Kommunikationssystem. und unser Immunsystem wird mit Elementen konfrontiert, die hineinkommen und versucht, sie zu bekämpfen oder aufzunehmen. Manche werden abgelehnt und ausgestoßen, andere werden angenommen. Das ist so, als ob der Körper ohne einen Geist zu haben diese Begierde und Abneigung in Szene setzt. Ich bin also kein Ding. und was für mich geschieht, ist auch nicht zusammengesetzt aus Dingen. Wenn du also interessiert bist und dich in diese Frage des Krieges irgendwie engagierst, dann kannst du diesen Text, diesen Dogma-Text lesen und die Praxis machen und indem du die Hände dann zusammenklatzt, drückst du aus, das ist nicht für mich, das ist nicht für mich. Und es ist sehr wichtig, dies von einer Position der Unpatrieren, des unparteilichen Gleichmuts zu machen. Einfach, das ist nicht für mich. Wenn du in diese Gravitationsfalllinie ausgeglichen bist, können sich deine Muskeln entspannen, weil dein Skelett dich trägt. Sobald du aus der Vertikalen heraus gehst, kannst du fühlen, wie sich deine Muskeln anspannen, weil sie einfach es verhindern müssen, dass du umfällst. Das Gleiche trifft auch die mentalen Phänomene zu, wenn du dein Gleichgewicht verlierst, dann wirst du in die eine oder die andere Richtung gezogen und Begehren bezüglich bestimmter Phänomene empfinden und Abneigung, Ablehnung und andere Phänomene. Das Ego selbst existiert nicht, aber es existiert in seinem Glauben, dass es existiert. Und je mehr wir an unsere Existenz als eine isolierte, fixierte Entität glauben, desto mehr verpassen wir eigentlich zu verstehen, was tatsächlich vor sich geht. Dieses neue Buch, das wir gerade herausgebracht haben, ich zuerst zeigt in einer illustrierten Form, was passiert, wenn der Dharma missverstanden wird. Der Lehrer sagt, der Geist ist wie der Himmel, du brauchst Dinge nicht zu kontrollieren, öffne dich einfach. Und in dieser Geschichte haben zwei junge Männer diese Unterweisung gleichzeitig erhalten. Einer von ihnen empfängt diese Lehre und setzt sich hin und gestattet dass die Dinge, die kommen, sich wie im Himmel einfach hindurch bewegen. Indem er nicht den Himmel versucht zu kontrollieren, blasen die Winde in diese Richtung und jene Richtung. Und aufgrund der Bewegung des Geistes stehen viele verschiedene Gedanken und Empfinden und Gefühle auf dem Meditationskissen und verursachen eigentlich keine Schwierigkeiten, weil du allmählich lernst, nicht in die Reaktivität zu gehen. Der andere Mann hörte diese Unterweisung und verstand sie so, mein Geist ist wie der Himmel und bewegt, die Energie bewegt sich darin hin und her und das bedeutet, ich kann tun, was ich will. und aufgrund dessen hatte immer mehr, eine immer stärkere Empfindung eines, einer individuellen, ein individueller Täter zu sein, ein Tuender zu sein und das führte schlussendlich zu einer Geburt als Dämon. Das veranlasste dann die Entstehung des Pantheons, der zornvollen Gottheiten und auch der Praxis von Sex und Töten, nämlich die Vereinigung des falschen Dualismus und dem Töten von Täuschung. Der vitale Punkt hier ist nicht Bewusstheit mit Bewusstsein zu verwechseln. Das Bewusstsein ergreift immer ein Objekt. Wir sind uns etwas bewusst. Bewusstsein ist sozusagen die offene Bewusstheit, die missverstanden wird als etwas, das ihren Sitz in dem Ich hat. Also ich bin mir etwas bewusst. Bewusstheit ist aber kein Ding. Aber die Art und Weise, wie Bewusstsein funktioniert, ist, dass da eine Empfind der Bestätigung von jemandem als einem Wissen als ein Etwas gibt. Wenn wir die Sinnesbewusstseins sein, dass die Information, die durch das Sinnesorgan des Auges hineinkommt, organisiert und weiter erreicht an das mentale Bewusstsein für die weitere Konsolidierung. Das geschieht so schnell, dass es wie eine nahtlose Welle erscheint. Ich sehe etwas. Die Tatsache, dass es da ein Objekt zu sehen gibt, vereinigt mich einerseits mit diesem Objekt, das ich zu sehen glaube, andererseits trennt es mich auch als eben von diesem Objekt gesehen verschieden. Unser mentales Bewusstsein, das ist wie der zentrale Punkt, an dem die Informationen der fünf Sinnesorgane oder Sinnesbewusstsein empfangen werden. Und dieses hat eine pulsierende Wechselwirkung mit dem siebten Bewusstsein, das auch als Bewusstsein der Geistesgifte bezeichnet werden kann, sodass all diese Färbung von Stolz, Eifersucht, Aversion und so weiter wie Einfärbung dieser übermittelten Informationen funktionieren können. Und all die Aktivitäten dieser sieben Bewusstseinsaspekte, die quasi die Gesamtheit der Erfahrung von Samsara umfassen, beruhen auf dem achten Bewusstseinsaspekt und dieser trägt den Namen Die Wurzel von Allen. Dieses achte Bewusstsein oder Bewusstseinsaspekt ist der grundlegende Sitz, der Ort der Verdinglichung und sozusagen die grundlegende Basis für Unbewusstheit. So wie auf einem Kinderspiegplatz wir vielleicht eine Schaukel sehen können, ein Brett, auf dem zwei Kinder sitzen und sozusagen das eine dann hoch und das andere runter geht. Bewusstheit ist bewusst bezüglich des offenen leeren Grundes und alles ist darin eingeschlossen als ungeborene Ausstrahlung und nicht so weit davon entfernt, wenn man so sagen will, auf dem anderen Ende des Bretts dieser Schaukel findet sich das Alaya Vijnana, also das Bewusstsein, dass die Wurzel von allem ist. Und da es der Sitz des Nichtwissens um die Offenheit ist, ist es der Sitz des Abschlusses, des Verschlusses gegenüber dieser Offenheit und das gibt Anlass dafür, all diese Entitäten entstehen zu lassen. Weil diese Erklärung, die ich hier gerade gebe, ist eine Art auf eine Frage zu antworten, die hier eingelaufen ist. Und es ging um eine Frage bezüglich des letzten Satzes im dritten Abschnitt des Textes. Und das ist der Satz, was immer erscheint, er, also der Geist, bleibt glücklich im Zustand, unveränderliche ursprüngliche Klarheit und ist so selbstbefreiend in seinem eigenen Ort. Und jemand schrieb also, wie könnte er denn glücklich bleiben, wenn es solche Situationen wie zum Beispiel Krieg gibt, wie könnte er darin glücklich sein? Das ist eine vernünftige Frage. Und was ich in meiner Antwort im Grunde genommen beabsichtigt habe, ist, davor zu warnen oder einfach anzusprechen, dass wir nicht diese Aspekte der offenen Bewusstheit zusammenschmieden, sollten, zusammenbringen sollten mit der Frage des dualistischen Bewusstseins. Diese beiden enthüllen zwei verschiedene Welten, obgleich nichts verändert ist. Als ich noch zur Schule ging, prägte ich runterzugehen, zur der Bushaltestelle um den Bus in die Stadt zu nehmen, zur Schule zu gehen. Und an der Bushaltestelle standen da einige Mädchen und Frauen. Als ich acht oder neun war, war ich ein Mädchen nicht interessiert und schaute einfach und sah, Leute sind da. Und ihre hauptsächliche Bedeutung für mich war, dass sie vielleicht den Bus vor mir besteigen und den Sitzplatz mir wegschnappen, den ich gerne hätte. Aber nach einigen Jahren haben die aufgrund des Segens, des Erblühens meine Testosteronproduktion, haben die Mädchen ein völlig anderes Aussehen angenommen. Das waren Mädchen. Aber wie ich sie so durch diesen Schleier des Testosterons beobachtete, wurden gewisse körperliche Merkmale ihres Körpers für mich sehr wichtig. Frozen war jetzt gerade eingefroren. Er sagte, mit der Pubertät wandelt sich die Produktion von Hormonen durch die Produktion von Hormonen. Wie auch diese Schaukel, wenn Ignoranz oder Unbewusstheit uns eine bestimmte Wahrnehmung vermittelt, dann werden wir in diese Sache wie eben in unsere Erfahrungen eingekapselt. Es ist nicht so, dass wir da an einer Wegegabelung stehen mit der Möglichkeit, den einen oder den anderen Weg einzuschlagen. Wir finden uns selbst durchtränkt mit dieser Art der Wahrnehmungsweise. Unter der Macht der Dualität bin ich real, du bist real. Ich habe Hoffnung und Befürchtungen und habe Dinge, die ich mag und die ich nicht mag. Das Ego ist reaktiv und seine Reaktionen werden vermittelt durch die Funktionsweise dieser Bewusstseins Aspekte. Aber wie Ayokandro gestern schon zeigte, ist Bewusstheit sozusagen eine vollkommene ursprüngliche Reinheit, rein von allem Anfang an. Sie wurde niemals von irgendwelchen dualistischen Formierungen berührt oder verschmutzt. Und wenn sie also sagt, dass die Bewusstheit sich in dieser muss mal die Stelle finden dass sie glücklich bleibt im Zustand dieser unveränderlichen ursprünglichen Klarheit, dann ist dieses Glücklich Bleiben nicht etwas, was gewissermaßen so sein oberflächliches Haha glücklich ist. Es ist mehr wie zufrieden oder gelassen oder frei von Bedrückung. In einem Sommertag, wo du im Feld einfach liegst und gelassen bist. Bewusstheit ist bewusst und sie ist sich dessen gewahr, dass alles in der Art und Weise eines Traums ersteht und Mitgefühl ersteht als eine traumgleiche Empfänglichkeit oder Reaktionsfähigkeit. Das ist eine Herausforderung für uns und ganz und gar nicht unsere gewohnte Art und Weise die Welt zu sehen. Das ist der Grund, warum ich immer wieder sage, liest das Herzutra wieder und wieder. Bis die Leerheit durch unsere Reflexion zumindest als Konzept klar wird und dann zum Leben erwacht durch unsere Meditationspraxis wird es wirklich schwierig zu verstehen bleiben, was sie hier sagt. Da heißt es Form ist Leerheit, Leerheit ist Form, Bewusstsein ist Leerheit, Leerheit ist Bewusstsein, Krieg ist Leerheit, Leerheit ist Krieg. Das ist eine große Herausforderung. Vom Standpunkt des Dualismus, vom Standpunkt einer Person sagen wir klare Weise, nein, das ist furchtbar, das sollte nicht geschehen, schau dir diese Toten an, schau dir die Tränen an. Etwas muss getan werden, lass uns den Feind töten. Viele Leute sind sozusagen zur Stelle bereit, für ihr Land zu sterben. Und das bedeutet, für ein Konzept zu sterben. Im Standpunkt des Dharma ist zwar das Sterben für Konzepte unter Umständen verständlich, dennoch ist es sozusagen das Sterben für etwas, was aus der Täuschung entspringt, für etwas zu sterben, was einen dauernden, einen echten Wert darstellt. Solange wir uns als Subjekte identifizieren, die eine Welt voller Objekte sind, wird Reaktivität wahrscheinlich sehr schnell kommen. Und das ist der Grund, warum der Buddha sagte, ihr seht nicht, Ihr habt das Weisheitsauge nicht. Du hast das Dualitätsauge. Du stellst dir Dinge vor und glaubst, sie zu sehen. Versuche zu sehen, ohne dir vorzustellen. Freund und Feind sind Vorstellungen. Das ist die Lehre des Dharma. Das ist schwierig. Aber sie kann es uns von der Reaktivität befreien, die Urteilen und Schuldzuweisung und Gegenangriff und Rache bewirkt. Wir machen jetzt eine Pause bis 10 vor 1 mitteleuropäische Zeit, also etwa 25 Minuten. See you bei Gut. Wir werden jetzt mit dem Text fortfahren. Sie sagt darin, wenn du Vertrauen in diesen Verbündeten hast, wirst du, wenn Fehler und Verwirrung erscheinen, nicht nach anderen Verbündeten Ausschau halten. In dem Buch Simply Being gibt es einige Kapitel, die mit Problemen in der Meditation oder von Problemen in der Meditation handeln und sie zeigen ganz klar, dass das, was sie sagt, wahr ist. Wenn du den Ansatz von Gegenmitteln anwendest, dann machst du etwas in Bezug auf etwas. Da ist ein Problem da und ich muss etwas anders machen, um dieses Problem zu verändern. Wenn wir die Erfahrung machen, dass wir diesen Drang entwickeln, das zu tun, dann ist es sehr wichtig zu erinnern, was sie bis jetzt beschrieben hat. Der Pfad der Gegenmittel ist in Dualität gegründet. Wenn ich also viele Hindernisse erfahre und entscheide, ich sollte ein paar Gebete sprechen, dann habe ich die Absicht, den Inhalt meines Geistes zu verändern. Da ich aber nicht sozusagen die Oberherrschaft über das Kommen und Gehen von Dingen in meinem Geist besitze, gibt es immer etwas mehr, was getan werden könnte und so wird unser Leben in Korrekturen verbracht. Was sie aber sagt, ist, dass der Geist das Herz von allem ist. Gedanken, Gefühle, Empfindungen, Erinnerungen, Enttäuschungen, Wut, all das erscheint und geht hindurch. Sie sind das Wetter und das Wetter bewegt sich am Himmel. Bezug auf den Bauer, der sich den Regen wünscht, damit die Ernte heranwächst. Es ist dann sehr nützlich, ein Flugzeug hinaufzuschicken, das ein paar Kristalle in die Luft schmeißt, um die sich Regenwolken bilden können. Bauer wollen, Bauern wollen Nahrungsmittel produzieren und sie am Markt, zum Markt bringen. In gewissen Stilen der Meditation kultivieren wir den Geist ebenfalls und unternehmen den Versuch, mehr gute Gedanken und wenige schlechte Gedanken zu bekommen. Was als gute Gedanken bezeichnet wird, ist besser als das, was als schlechte Gedanken bezeichnet wird. Die Entscheidung, dass dieser Gedanke ein schlechter Gedanke ist, ist ein anderer Gedanke. Es sind Gedanken, die Gedanken definieren. Es sind Gedanken, die versuchen, Gedanken auszuarbeiten oder zu unterdrücken und in diesem kurzen Text hat sie bereits so klar herausgearbeitet, dass es vom dualistischen Standpunkt eine Person, die im Samsara umherwandert, die Gedanken sehr wichtig sind. Aber vom Standpunkt der Bewusstheit her sind Gedanken etwas, was kommt und geht. Gedanken und die Aktivitäten, die daraus hervorgehen, stellen eine Musterbildung dadurch, welche wir andere Leute beurteilen können. In diesem Augenblick erschaffen die Gedanken und Handlungen mancher Leute Flüchtlinge und die Gedanken und Handlungen anderer Leute stellen Unterstützung und Zuflucht für Flüchtlinge bereit. Die erste Gruppe von Leuten, die könnten wir schlecht nennen und die zweite gut. Das ist eine Moral der Dualität. Dieser Text aber befasst sich mit Nicht-Dualität. Gemäß diesem Text entsteht das Gift des Krieges nicht aus schlechten Leuten, sondern aus Unbewusstheit. Das ist ein Bild, das in vielen Texten benutzt wird, dass wenn du ein Baum loswerden willst, musst du die Wurzel durchtrennen. Wenn du nur einfach die Blätter abzupfst oder versuchst, die kleinen Äste zu brechen, wird der Baum vielleicht gar nicht sterben. Wenn wir versuchen, schlechte Leute zu identifizieren und sie zu töten, dann kann es sein, dass diese schlechten Leute dann auch existieren, aber wir sind zu Leuten geworden, die Leute töten. Das ist ein ethisches Dilemma, töten oder nicht töten. Es gibt eine Menge Schrifttums bezüglich der Frage, ob es so etwas wie einen guten oder gerechten Krieg gibt und eine gute Basis dafür, Leute zu verteidigen oder anzugreifen. Ein gerechter Krieg. Aber wessen Begriff von Gerechtigkeit kommt hier zum Tragen? Es gibt kein Ende des Denkens und das ist das, was da das Denken, das Samsara antreibt, gibt es auch kein Ende des Samsara und solange wir eben in Samsara sind, wird es endlose, konfliktierende, einander widerstreitende Ideen geben. Aber Samsara selbst ist ungeboren und besteht nicht aus wahrhaft existenten, aus sich selbst daraus existenten Entitäten. Es erscheint lediglich so gemäß unserer eigenen Wahrnehmung. Was also ist der Status dieser Urteile und Gedanken die in dem Geist aufkommen. Sie hängen von der Wechselwirkung mit anderen Gedanken ab. Und das ist der Grund, warum wir über relative Wahrheit sprechen. Dieses ist besser als jenes. Und doch existiert weder dies noch jenes wahrhaft. Die absolute oder die tatsächliche Wahrheit schaut auf die Wurzel des offenen Grundes und pflanzt da nichts in diesem offenen Grund. In Sokchen benutzen wir diesen Begriff Grund oder Basis eine Menge. Der Grund ist ungreifbar und existiert nicht als ein Etwas. Und doch gibt er Anlass zu allem. Es ist nicht so, dass da etwas aus Nichts herauskommt, sondern dass Nichts zeigt sich als eine unaufhörliche Schau illusorischer Formen. Wenn wir die Unterweisung zu Karma anschauen, werden dort vier Stufen beschrieben. Und die erste wird auch als der Grund oder die Basis beschrieben. Und der Grund oder die Basis für Karma ist die Dualität. Das ist der Glaube, dass ich auf eine fundamentale und essentielle Art und Weise von dir verschieden bin. Auf der Basis dieses Grundes steht eine Intention von dem Subjekt auf das Objekt zu. Im Allgemeinen bedeutet das, ich will meinen Freunden helfen, aber ich will nicht meinen Feinden helfen. Wenn ich diese Intention aktiviere und sozusagen anfange zu handeln, indem ich vielleicht irgendeiner gemeinnützigen Organisation Geld spende, um Flüchtlinge zu unterstützen oder ich gehe nach London zur russischen Botschaft und schwenke eine Fahne, die sagt, Putin ist großartig, egal in welcher Weise, ich aktiviere eben eine Handlung und dann reflektiere ich, was ich da getan habe und entweder ich komme zu dem Schluss, das war jetzt gut oder ich habe da gewisse Zweifel. Wenn ich zu dem Schluss komme, das war gut, dann eine energetische Ausrichtung mit der ganzen Linie der Handlung bis zum Anfang und das verstärkt die Konsequenzen, die karmischen Konsequenzen dieser Handlung in der Zukunft. In unserem Leben ist es wirklich eine sehr seltene Situation, jemandem zu begegnen, die die Basis unserer Intentionen infrage stellt. Es kann sein, dass die Natur unserer Absicht infrage gestellt ist, dass wir ausgerechnet dieser Gruppe und jener Gruppe helfen wollen. Aber wahrscheinlich hat, als du in der Schule warst, niemand gesagt, du operierst auf der Grundlage der Dualität. Dieser Grund oder dieses Fundament ist implizit in der gesamten Struktur unserer Kultur. Wir halten es für selbstverständlich und so bleibt es auch unhinterfragt. Das ist eine Annahme, die aus der Unbewusstheit bezüglich des wahren Grundes aufkommt. Wenn wir sehen können, dass alles, was ersteht, nicht dual mit Leerheit ist, dann sind wir auch zugleich von dieser Art von Begrenzung befreit. Zum Beispiel sagen die Texte Rig Tong, das heißt Bewusstheit und Leerheit sind untrennbar. Das bedeutet, dass ich nicht Bewusstheit habe. Es ist kein Ding, das ich haben kann. Sie ist leer von Häkchen, an die sich eine Form von Greifbarkeit erhängen könnte. Traditionell sagt man, sie ist wie ein Ball und ein Ball hat eben keine Ecken. Wenn ein Ball aus gleichem Material gemacht wird, zum Beispiel Glas, dann gibt es keinerlei Kennzeichen, die irgendwie einen oben oder einen unten auszeichnen würden. Der Ball ist gleich in alle Richtungen. Das ist also nicht ein Objekt, das ich haben kann. Unsere Bewusstheit ist niemals von Dualität berührt oder beschmutzt worden. Wenn ich in einem gewöhnlichen Gespräch von meinem Geist spreche, dann spreche ich über die Inhalte, die da erstehen, so als ob sie selbstständige Entität werden. Zum Beispiel kann ich über meine Ängstlichkeiten sprechen. Dann wird Angst oder Ängstlichkeit als eine Qualität aufgefasst, die irgendwie da in meinem Geist vorhanden ist und mal mehr in den Vordergrund, mal mehr in den Hintergrund treten kann, aber irgendwie ist sie einfach da. Vielleicht habe ich eine konfliktreiche Beziehung zu Autoritätsfiguren und dann komme ich vielleicht zu der Erkenntnis, dass mein eigener Vater sehr beherrschend war. Sorry, frozen, 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 it was frozen, I understand a little bit and then it was gone. Also ich sehe diese Qualität in den Autoritätspersonen und gleichzeitig sehe ich, dass mein Vater selbst sehr kontrollierend war und dann ziehe ich da eine Linie zu dieser Eigenschaft in den Autoritätsfiguren und das bin ich. Das ist das, was ich bin und ich über mich selber weiß. Das ist wie mein Geist ist. All diese Interpretationen oder Glaubensvorstellungen oder Meinungen haben nichts mit der Bewusstheit zu tun. Sie sagen nichts über die Bewusstheit aus, sondern verbergen die Bewusstheit vor uns. Da ist es sehr wichtig zu sehen, dass wenn du den Versuch unternimmst, den Inhalt deines Geistes anzupassen, wird deine Beschäftigung oder wörtlich gesagt Vorbesetztheit mit diesem Inhalt nichts über den Geist selbst enthüllen. Zum Beispiel könnte es sein, dass du in ein Badezimmer gehst und dann ist dort ein Spiegel und du schaust in den Spiegel und dann machst du verschiedene Gesichter und gucken, wie das aussieht. Und dann stellst du fest, ich habe es glaube ich missverstanden, also du guckst dir einfach die Zähne an und stellst fest, oh vielleicht brauche ich eine neue Zahnbürste oder ich muss mein Haar wieder waschen. Alle möglichen Arten von Gedanken können da aufkommen, vielleicht praktisch sogar ganz nützliche Gedanken, aber das sagt dir überhaupt nichts über den Spiegel selbst. Du nimmst die Spiegelung im Spiegel als ein wahres Objekt, mit dem du als Subjekt eine Beziehung aufnimmst. Du kannst 10.000 Mal in den Spiegel gucken und nicht einen einzigen Gedanken dran verschwenden, wie der Spiegel selbst eigentlich ist. Und du könntest natürlich Gedanken hegen, wie ich sollte etwas gütiger werden oder ich muss lernen, meinen Zorn zu beherrschen oder ich muss weniger Alkohol trinken, sodass du deine Tendenz, noch ein Glas Wein einzuschenken, beobachten musst. Das alles handelt von deiner Beziehung zu dem Spiegelbild und hilft nicht, den Spiegel selbst zu enthöhlen. Was Asayokandro sagt, ist, liebe Brüder und Schwestern, schaut den Geist selbst an. Wenn wir diese 3A weiße A Praxis machen, sitzen wir mit dem Geist. Gedanken und Gefühle und so weiter stehen. Wir brauchen sie nicht zu verändern oder zu blockieren. Es ist ein Fluss von Erfahrung da und die Erfahrung wird enthüllt durch die Klarheit des Geistes. Was ist diese Klarheit? Natürlich könnten wir denken, ich bin der Denker meiner Gedanken. Es bin ich, der hier sitzt und meditiert und sich plötzlich an das erinnert, was ich letzten Sommer getan habe. Der Gedanke bestätigt meine Existenz als die des Denkers, des Gedanken. Und wenn ich etwas kochen will, muss ich wissen, welche Zutaten ich in der Küche habe. Was ich kochen kann, hängt davon ab, welche Ingredienzien verfügbar sind. Wenn ich aber mich selbst anschaue, was sind denn meine Ingredienzien? Wenn ich der Denker meine Gedanken bin, wie kommt es, dass ich gar nicht weiß, was ich denken werde. In der Tat bin ich eigentlich gar nicht der Koch. Ich bin in einem Restaurant. Und es gibt hier nicht einmal eine ordentliche Speisekarte. Da gibt es nur noch Plats du Jours, das Tagesgericht. Und nicht einmal ein Tagesgericht, sondern ein Minutengericht oder ein Sekundengericht. Aber weil ich immer hungrig bin, bin ich bereit, es zu essen. Das ist das Ego. Uns immer wieder bemühen, bemühen zu erkennen, wir sind auf Abwege gekommen. Eine einfache Praxis, die wir ausüben können, ist einfach mit den Augen offen zu sitzen und du schaust irgendwas vor dir an und dann entspannst du deinen Blick, sodass es sozusagen in die Peripherie kommt. Und Augen wieder auf etwas. Wenn ich mich für alles öffne, dann ist dieses eine Ding nicht so signifikant. Wenn dieses eine Ding so bedeutend ist und meine Aufmerksamkeit fesselt, dann verschwindet die Peripherie. Und das ist ein Weg, ein Gefühl dafür zu bekommen, dass wenn du dich allen gegenüber öffnest und weil dann die besondere Bedeutung des Spezifischen verringert wird, dass du dann nicht so leicht gefangen genommen wirst. Es ist unsere Beachtung, die ein Vehikel dafür ist, spezifische Objekte mit Bedeutung und Wert zu investieren. Irgendwie fängt irgendetwas meine Beachtung und scheint wichtig zu sein. Und ich könnte daran glauben, dass es wichtig an sich ist. Und es lege nur daran, dass das Objekt in der Wohnung wichtig ist, dass es eben auch meine Beachtung gefangen genommen hat. Und das ist so, wie es sich für uns anfühlt. Aber andere Leute geben dem gar nicht so viel Beachtung, was für mich der Fokus ist. Wenn ich das reflektiere, dann scheint die Macht ja gar Es ist mein eigener Geist, der dieses spezifische Ding in den Fokus bringt und es so zum Vordergrund werden lässt, bei dem alles andere in den Hintergrund tritt. Das ist eine Art des Darüber Dardenkens, was Ablenkung in der Meditation ist. Aufgrund von karmischen Formierungen und Gewohnheiten scheinen bestimmte Gegenstände unsere Aufmerksamkeit wenn sie dann aufkommen in der Meditation zu fesseln und uns dazu zu bringen in einen kleinen Wirbel um sie herum zu gehen. Wenn wir über die drei grundlegenden Geistesgifte nachdenken, Dummheit oder die Undurchdringlichkeit oder mentale Stumpfheit, daraus geht dann Anziehung und Abneigung hervor, Begehren und Zorn. Wenn also dein Blick ausrichtest, dann scheint da eine Etwasheit da zu sein, die deinen Fokus anzieht. In anderen Worten, die Tensität unserer eigenen Beachtung generiert die Dichtheit, die Dichte des Objekts. Andere Leute sehen in diesem Objekt nicht diese Dichte. Was mir einfiel, ist zum Beispiel, als ich studierte und mich dann entschloss mit Freunden ein bestimmtes Kino zu besuchen und dann herauszufinden, welchen Film wir alle mögen würden, war sehr schwierig. Jemand kam mit einem Vorschlag und sagte, das ist wirklich gut und dann sagt jemand anders, nee, das ist wirklich unmöglich. Und da kannst du erkennen, sie können nicht in das hineinfließen, worin ich hineinfließen kann. Das ist bedeutend und wichtig und war real für mich, aber nicht für die anderen. Wenn du das für dich selber sehen kannst, dann kannst du die Tendenz zur Dualität in dir dekonstruieren. Es ist also nicht das Objekt, das die Macht hat. Es ist die Energie unseres eigenen Geistes, welche dieses spezifische Objekt zu diesem Zeitung mit Bedeutung drängt. Es war als ob das Licht der Klarheit unseres Geistes den zersprungenen Kristall unserer karmischen Gewohnheiten treffen würde und dieser den Strahl in bestimmte charakteristische Muster brechen würde, die eben bestimmte Teile des Musters beleuchten und andere nicht. Was ja so sagt, ist, wenn du die Wahrheit deines eigenen Geistes als deinen Verbündeten hast, wirst du in allen Situationen in Sicherheit sein. Wenn du aber nicht deine eigene Präsenz als ungeborene Bewusstheit beachtest, indem du dich da hinein entspannst, wenn du stattdessen deine Energie mobilisierst, um auszusuchen, auszusondern, was du denkst, was gut ist und zu vermeiden, was du für schlecht hältst, dann wirst du, wenn Fehler und Verwirrungen erscheinen, hin und her rennen und verschiedenste Praktiken ausüben. Wenn wir eine Sache machen mit unserer Praxis, dann ist es uns gegenüber der Offenheit des Geistes zu öffnen. Wie sie in dem Text früher sagte, ist unser eigener Geist, die Buddha Natur der Schick Ningbo. Du musst diese nicht an irgendeinem anderen Ort finden. Du musst nicht auf Pilgertour gehen. Es ist nicht etwas, was jemand anderen dir geben könnte. Du musst nicht losgehen und eine Initiation bekommen. Wenn ein Lama eine Initiation gibt, dann ist er wie ein Fensterputzer. Er kommt mit seinem Eimer, mit seinem Schwamm und versucht, den Dreck vom Fenster wegzuwischen. Und dann ist das Glas strahlend. Hat er das Glas strahlen gemacht, hat den Schmutz beseitigt. Der Schmutz war auf dem Fenster, nicht im Fenster. Das extrinsische Äußere ist beseitigt. Das intrinsische, das Innerwohrende kann, die Qualität dessen kann hervorstrahlen. Aber ob nun Schmutz auf dem Fenster ist oder nicht, das Glas ist klar. Und das ist der Unterschied zwischen Sokchen und allen anderen Pfaden. Ich muss den Schmutz beseitigen, bevor ich weiß, dass das Fenster sauber ist. Aber dieses Glas oder unser unzerstörbare Vajrage in das man die Nase rein rotzt. Es absorbiert nicht. Das ist die ursprüngliche Reinheit. Das Ego absorbiert aber die Bewusstheit nicht. Was sie sagt, ist, habt Vertrauen darin. An dieser Stelle ist es ein bisschen wie eine Weggabelung. Irgendetwas geschieht, irgendwas entsteht im Geist und jetzt entspannst du dich oder mobilisierst du. Wenn du dich entspannst, wird alles, was erscheint, freigehen und keine Sprüche hinterlassen. Wenn du dich mobilisierst, dann kannst du die Muster in deinem Geist verändern, verschieben. Das ist durchaus möglich, aber wenn du das tust, dann beruht das darauf, dass du dich auf dualistische Aktivität eingelassen hast. Zum Beispiel angenommen, wir sitzen plötzlich kommt eine Erinnerung hoch von einer Situation, in der wir uns wirklich sehr schlecht verhalten haben. Wir waren selbstsüchtig und wir haben jemand anderen verletzt. Vielleicht fühlst du irgendeine Empfindung im Körper oder ein Gefühl von Scham. Wenn du das, was Ayukandro sagst, erinnerst und da nahe dran bleibst, dann bleibst du einfach damit. Dann ist es da und dann ist es weg. Wenn du sagen willst, ist das, was erstanden ist, etwas, was über dich etwas sagt, aber du bist nicht du selbst. Du bist die Bewusstheit und die Selbstbewusstheit ist lediglich eine spezifische Musterbildung, Art Whirlpool von Energie. Vielleicht denkst du, ich müsste die Person kontaktieren und mich entschuldigen. Das wird es noch realer werden lassen. Aber ich muss, es ist wichtig. Wenn große Lehrer sagen, es ist wie ein Traum, wird es dich ermutigen, jemanden anzurufen und dich zu entschuldigen, weil du die Person in einen Traum geschlagen hast. Wir müssen die Dharma Sichtweise in uns hinein massieren, natürlich nur, wenn wir wünschen. Dharma Sicht und weltliche Sicht ist nicht die gleiche. Dann sagt sie, und wenn gute oder schlechte Gedanken, was immer diese seien, erscheinen, bleibe strahlend an deinem eigenen Ort, ohne Künstlichkeit oder Bemühung um Abwandlung. Viele Jahre zuvor hat eine neue Seifenoper, eine neue Serie im britischen Fernsehen angefangen, unter dem Titel die East Enders. und der Mittelpunkt dieser Serie war ein Pub, eine Kneipe und der Vermieter hieß der dreckige Dan und er war keineswegs eine nette Person. Ein Schauspieler spielte diese Person für ich denke zwei Jahre und in den populären Zeitungen gab es immer Beiträge über ihn und was er tat. Dann gab er die Rolle auf, aber fand es sehr schwierig irgendeine andere Arbeit zu bekommen, denn sein Gesicht war mit diesem Charakter so verbunden, dass die Leute sich kaum vorstellen konnten, dass er auch jemand anders sein konnte. Und ich erinnere mich gelesen zu haben, dass er sagte, mein Erfolg in dieser Rolle hat mein Leben als Schauspieler können viele verschiedene Rollen auf sich nehmen. Das Gleiche trifft auf uns in unserer Neurose. Das ist wie ein zu enges Kleidungsstück, das uns in die Annahme einer zu eng definierten Identität zwingt. Wenn aber dein wahrer Verbündeter die ungeborene Bewusstheit ist, dann weißt du, dass Samsara ein Theater ist. Da spielt sich das Drama der Sechs Daseins Bereiche und das Drama der Fünf Geistes Gifte ab und so weiter. Die sind performativ, aber nicht wahr. Was sie sagt, ist, wenn da eine Einladung in einem Geist aufkommt, eine Rolle zu betreten, wie von Scham, Zorn oder was immer es dann ist, bleibe strahlend an deinem eigenen Ort. Ziehe nicht das Kostüm, deines eigenen Involviertseins in dieser Einladung handelt. Sie sagt, ohne Künstlichkeit oder Bemühungen um Abwandlung. Das heißt, wenn du aufstehst von deiner Meditationspraxis, stellst du fest, dass du dich auf verschiedene Weisen verhältst, bestattet, dass es durch dich hindurch fließt. und die Funktion der Meditation ist, sehr gegenwärtig zu sein, sehr präsent zu sein in dem Fluss des Erstehens von selbst erstehenden und selbst befreienden Phänomenen. Sondern worden jedweder Art von Verhalten ist verfügbar, um sich gemäß der Umstände zu manifestieren und es ist so, als ob es ich wäre, aber ist nicht ich. Zu glauben, dass dieses Muster wahrhaft du bist, ist künstlich. Wenn du zum Beispiel egoistisch bist, dann war da ein Moment des Egoismus, dann ist aber dieser Egoismus etwas, was im Geist aufkommt und vergeht. Wenn jemand dieses selbst verhalten gesehen hat, dann könnte es sein, dass die zu dir sagen, oh James, du bist wirklich egoistisch. Das ist ein großer Haken. Mir geht es schlecht. Ich möchte nicht, dass die Leute das über mich denken. Vielleicht versuche ich es irgendwie zuzudecken oder ich werde mich entschuldigen. Jetzt bin ich ein Selbst, ein Ego Selbst, das definiert werden kann durch einen Moment der Aktivität. Bewusstheit aber ist jenseits von Definition und die Aktivität ersteht durch abhängiges Entstehen in der Art und Weise eines Traums. Sich vorzustellen, dass du der Tue einer Tat bist, ist künstlich, ist ein Kunstgriff, du erschaffst etwas. Wenn du entspannt offen und strahlend bleibst an deinem eigenen Ort und das bedeutet immer hier und jetzt, dann ist dieser Augenblick des Egoismus bereits vergangen und dann kommt dies auf und das ist die Wechselwirkung, die du Beachtung schenkst. Der große Lehrer Nam Kain Norgo, der große Sokchen Lehrer sagte immer wieder ohne Begrenzung. Wenn du gemein egoistisch oder ausbeuterisch bist, dann sind das Aktivitäten, das sind Bewegungen von Energie durch den Geist. Also hier gilt wieder bewahrt den mittleren Weg, ohne zu verschmelzen, damit zu denken, oh mein Gott, das ist ja eine Röntgenaufnahme meiner Seele, das zeigt sich, dass ich ein verdorbener Mensch bin, oder ohne es auch zu versuchen zu rechtfertigen und zu erklären, zu sagen, das ist nicht mein Fehler, die haben sich so und so mir gegenüber verhalten. Beide diese Reaktionen sind künstlich, das erscheint, aber das begrenzt mich nicht. Und hier, das mich bezieht sich auf die Bewusstheit, nicht auf das Ego Selbst. Also die Bewusstheit bleibt frei von Beschmutzung. Und das bringt uns natürlich zu einer wichtigen ethischen Frage, denn man könnte einwerfen, James, du versuchst lediglich die Verantwortung für die Konsequenzen deiner Handlung zu vermeiden. Und das klingt vielleicht wie eine vernünftige Herausforderung, aber es hat viele Häkchen da dran. Als erstes, James, du hast dies getan. Du existierst als eine Person und du hast sozusagen ein Agence und du hast das getan. Und was du getan hast, ist nicht gut. Schau die Konsequenz für andere Leute an. Du musst etwas unternehmen. Und das ist eine Beschreibung gemäß der Dualität. Von Stand von Praxis aus kann man sagen, ja, ich habe das getan, aber es ist bereits vergangen. Da ich Bewusstheit praktiziere oder besser gesagt mich in die Bewusstheit hinein entspanne und Bewusstheit nicht blind ist, ist es mir sehr bewusst, dass ich das getan habe. Oder vielmehr, dass die Energie in diesem Feld sich in dieser illusorischen Formation Manifestierend das getan hat. Die Formierung der Aktivität, ja, das ist das, was passiert ist. Wenn du aber versuchst, irgendeine essentielle Existenz in mir zu finden als den Täter dieser Tat, dann ist das ein falsches Verstehen. Und das ist der Grund, warum sie das so herausstellt, dass der Geist strahlend, wie er ist, bleiben kann. Samsara ist also eine Fehlinterpretation. Dualität ist ein Druck, eine Täuschung, eine Lüge. Das ist die Unterweisung. Wenn wir dieser Lehre folgen wollen, dann müssen die Farschheit, diese Ego-Selbst Deskonstruktion erkennen. Wir sprechen hier über die drei Zeiten Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wenn aber in dem Text von Ursprünglich die Rede ist, dann bezieht sich das auf das Unveränderliche Jetzt. Das ist immer Hier und Jetzt. Es gibt nichts außer diesem Hier und Jetzt. Auch die Konzepte von Vergangenheit und Zukunft sind nur in diesem Hier und Jetzt Gegenwärtig mit seiner Geschichte von den christlichen Wüstenvätern. Das waren sehr schlicht lebende Mönche, die in Strohhütten lebten und deren Einkommen bestand darin, aus den Palmblättern Körbe zu flechten, die sie auf dem Marktplatz verkauften, weil sie nicht von anderen abhängig sein wollten. Und als Mönche vermieden sie den Kontakt mit Frauen. Und in dieser Geschichte gingen zwei Mönche auf Wanderschaft zusammen und sie kamen an einen Fluss. Einer der Mönche erkannte, dass die Frau, die sich da im Fluss befand, seine Mutter war. Und sie sagt, Sohn, kannst du mich über den Fluss tragen? Also greift er sie auf, geträgt über den Fluss und setzt sie dann ab und sagt, Tschüss, Mama. Und dann gehen sie weiter mit seinem Kollegen, dem anderen Mönch. Nach einigen Stunden wendet sich der andere zu ihm und sagt, oh Bruder, ich muss mit dir reden. du hast eine Frau hoch auf deinen Arm genommen und getragen, warum hast du das gemacht? Und der erste Mönch sagte, ja, das ist wahr, ich habe sie über den Fluss getragen, das hat etwa zwei Minuten gedauert, du hast aber sie schon seit zwei Stunden getragen, in deinem Geist. Das ist, wenn wir in die Begrenztheit oder in dieses Urteilen eintreten, dann treten wir in diese Geschichten ein, die etwas verfestigen. Klarheit des Geistes ist nicht ein Mittel Verantwortung zu vermeiden. Aktivitäten finden statt, das kann man nicht leugnen. Wenn irgendetwas in diesem Augenblick aufkommt, dann müssen wir darauf eingehen. Der Punkt ist hier eine konzeptuelle Ausarbeitung zu vermeiden. Der tatsächliche Moment ist erstanden, selbst erstanden und dann verschwindet er selbst befreiend. Wenn wir aber in den Bereich der Polaritäten gehen, dann erlaubt uns das Ereignis sozusagen umher zu bewegen und Bedeutung und Wert hinein zu massieren. Schlüsselpunkt hier ist, dass es du selbst bist, der Bedeutung und Wert in ein Ereignis hineinsteckt. Das Ereignis, zum Beispiel deine Mutter über den Fluss zu tragen, ist weder gut noch schlecht. Du kannst sagen, es ist gut, weil sie ist alt und sie konnte nicht schwimmen und würde von dem Fluss fortgerissen werden. Also das wären Aspekte Güte. Oder du kannst sagen, du bist ein Mönch und sie ist eine Frau und als Mönch hast du jeden physischen Kontakt mit einer Frau zu vermeiden, das war eine schlechte Handlung. Er verrichtete diese Handlung einfach und sie war dann vorbei. Um zu sagen, die ist gut oder die ist schlecht, dient lediglich dazu, Kopfschmerzen zu bereiten. Denn seine Handlung stand oder war emergent mit dem Anblick dieser alten Frau, die sozusagen vor dem Fluss stecken geblieben ist. Das war sehr einfach. Das ist eine Ermutigung in dieser intuitiven Spontanität, von der schon die Rede war, zu verweilen und ein entsprechendes Emergieren einer Handlung zu erlauben, statt sich in dieses interpretative Schema hinein zu begeben. Wir haben jetzt also eine Pause bis 15 Uhr mitteleuropäische Zeit. Wenn Ayikantra von dem Vermeiden von Künstlichkeit sprach, dann folgt sie der Linie des Buddha, der so viele Male darauf hinwies, dass alle zusammengesetzten Dinge unbeständig sind. Wir alle haben einen Körper und unser Körper kann auf verschiedene Weisen altern. Bei manchen Leuten wird das Augenlicht schwach, bei anderen wird das Hören schlecht und noch andere entwickeln Diabetes. Die vielen verschiedenen Faktoren, die zusammenkommen, um unseren Körper auszumachen, kollaborieren miteinander gut für eine Weile und dann wird die Zusammenarbeit dieser Faktoren nicht mehr so einfach sein. Und das Gleiche trifft auf andere Projekte in unserem Leben zu, ob es die Kindererziehung ist oder die Entwicklung einer Berufskarriere. Wir investieren viel Energie, um die Dinge so zu steuern, wie wir sie gerne hätten, aber dann kommen andere Strömungen und beeinflussen das auf eine andere Weise. Das kann uns eine Pause verschaffen und darüber nachzudenken, warum wir denn so viel Energie darauf investieren, Dinge geschehen zu lassen. Imperien steigen auf und fallen, Nationen werden größer und schrumpfen wieder, die Industrie verändert sich und gewisse Produktionsweisen werden plötzlich veraltet und auf dieser Ebene gibt es dann nichts, was zuverlässig wäre. und doch verbringen wir unser Leben damit geschäftig dies und jenes zu tun. Es ist nicht so, dass die Aktivität an sich notwendigerweise falsch ist. Es ist die Frage, wie wir das, was wir tun, konzeptualisieren. Indem wir mit einem Körper ausgestattet geboren wurden, haben wir einen Körper, der unaufhörlich mit dem Umfeld Wechsel wirkt. Unsere Praxis beruht auf dem Wunsch, die offene Bewusstheit zu allen Zeiten aufrecht zu erhalten, sodass wir die nicht-duale koemergente, also gleichzeitig entspringende Spontaneität erfahren können. Das ist der mittlere Weg oder der mittlere Punkt zwischen einerseits überbestimmt sein, zu viel zu planen und einer heißblütigen Impulsivität. Wenn die verkörperte Formation unserer Reaktionen mit in und als Teil von unserem Umfeld ersteht, indem wir dann in dem Hier und Jetzt niedergelassen sind, sind wir weder sozusagen dem Ereignis hinterherhinkend noch vorausgreifend. Das Feld Erfahrung in diesem Augenblick manifestiert sich, wie es ist, genau mit meiner Partizipation, mit meinem Teil davon Sein. Das heißt, wir denken nicht über etwas oder jemanden, wir verdinglichen nicht die Erscheinung und sehen sie nicht als ein wahrhaft existentes Objekt da draußen von uns getrennt, sondern wir manifestieren uns gemeinsam und das hat eine Beziehung zu einem Begriff, den wir in Mahamudra-Text im Vieh bekommen, nämlich Sahaj und das bedeutet gemeinsames Erstehen. handele nicht sozusagen auf jemanden auch reagiere ich nicht auf den Einfluss der ein Anderer auf mich hat, sondern dieser Punkt, dieser Augenblick selbst ist konnektiv verbunden. Selbst und anderes ersteht gemeinsam. Es ist lediglich durch diese konzeptuelle Aufstülpung einer innerwohnenden separaten Existenz, die dazu führt, dass diese Trennung erscheint. In manchen Arten von Meditation gibt es irgendetwas, worauf unsere Beachtung fokussiert wird. Theoretisch heißt es Migio und das ist so etwas wie ein Objekt, auf das wir unsere Intention mobilisieren. Wir identifizieren da etwas, was da ist. Vielleicht zum Beispiel wollen wir die Aryatara visualisieren, sei es in ihrer weißen oder grünen Form und wir folgen einem Text, in dem klar beschrieben wird, wie diese Tara erscheint. Aber das bezieht sich natürlich auf diese Praxis, auf dieses Sadhana. Und dann versuchen wir eben sie auf eine bestimmte Art und Weise zu visualisieren oder uns vorzustellen. In dieser Art von tantrische Praxis benutzen wir die Struktur der Dualität, um die Dualität zu dekonstruieren. Wir wenden gewisse Geschicklichkeiten an, die wir vielleicht auch in einer beruflichen Situation anwenden würden, gewisse Aufgaben zu organisieren und die gleichen Geschicklichkeiten wenden wir jetzt in Bezug auf das Sadhana an. Und damit geht dann auch die Auflösung der Visualisierung in die Leerheit auch ein. Das ist eine etwas elaboriertere Praxis. Und unsere Praxis ist nicht elaboriert. Denn wir starten nicht mit einer Aktivität, die auszuführen ist. Wir sind einfach gegenwärtig mit allem, was erscheint, wie auch immer es erscheint. Es gibt keine Planung oder Vorbereitung, die ausgeführt werden müsste. Weder planen wir vor Ausgreifenden noch reagieren wir auf etwas, was bereits erschienen ist. Wir sind einfach hier zusammen mit dem, was erscheint. Und wenn wir in unserer Sitzenden Praxis sind, dann fokussieren wir uns auf Nichtverwicklung und Nichtreaktivität. Und wir tun das, um die Klarheit zu haben, dass wir es auch nicht müssen. Ich bin nicht ausgeliefert einem Impuls, der von Subjekt zum Objekt hinausgeht. Auch reagiere ich nicht auf die gegenwärtige Formung des Feldes der Objektseite, die mich in irgendeiner Weise dazu zwingen würde, auf eine bestimmte Weise zu reagieren. Ich muss nicht. Ich bleibe entspannt, Dinge erscheinen. Ich könnte, weil ich die Fähigkeit habe, zu reagieren, aber ich muss nicht, weil es nicht bestimmt ist und nicht von einer dualistischen Notwendigkeit getrieben ist. Ob man also reagiert oder nicht reagiert, wird entschieden anhand dessen, wie die eigene Stellung zu dem Umfeld gerade ist. Manche Lamas lernen viel, andere Lamas lernen sehr wenig. Das ist so, wie es für sie ist. Wenn ein Lama in einer großen monastischen Struktur eingebettet ist und womöglich auch noch einen Titel wie Kenpo trägt, da würde es viel mehr Regulierungen dafür geben, was er zu tun hat. Ohne es in irgendeiner Weise, in einer herabsetzenden Weise zu meinen, würden sie mehr die Funktion eines Schullehrers erfüllen, in dem Zusammenhang, dass es da eben auch einen festgesetzten Lehrplan gibt und viele Verpflichtungen. Und der sozusagen oberste Lama, der hätte mehr die Stellung eines Professors, wie er sie in eine traditionelle Universität hatte. Sie könnten ja hauptsächlich forschen und alle 15 Jahre mal ein Buch veröffentlichen oder endlose Konferenzen besuchen oder viel Lehr, aber sie wären frei, ihr eigenes Reifen auszudrücken. Und das ist die Art und Weise, wie wir den Sobchent praktizieren. Wir starten dort, wie es ist, ohne zu objektivieren, ohne zu analysieren, bleiben wir offen zu dem Fluss dessen, wie es ist, sodass das ethische Korrektiv oder das ethische Gleichgewicht nicht in einem Satz von Regeln und Regulierungen liegt, sondern in der unzerstörbaren Seinsweise der Nicht-Dualität. Wenn jedes Mal, wenn wir uns treffen, du mich beleidigst, dann könnte sein, dass ich nicht allzu viel Zeit mit dir verbringen will. Das wäre eine Art Bewegung. Wir sind verbunden, aber ein bisschen mehr Raum zwischen uns wäre eine gute Idee. Ich muss mich nicht entschließen, zu sagen, du bist furchtbar und ich muss dich auch nicht herausfordern und dich fragen, warum benimmst du dich die ganze Zeit zu mir gegenüber? Das ist ein Vertrauen setzen in das Selbst, die eigene Musterbildung der Co-Emergenz. Der Hauptpunkt hier ist die Zusammenarbeit. Manches kollaboriert auf eine leichte Weise und anderes nicht. Es ist schwierig, ein nasses Holz zum Brennen zu bringen, insbesondere wenn einem nur eine Streichholz Schachtel zur Verfügung steht. Du hast also deine Befähigung, wie sie sich manifestiert und die Qualität dessen, was um dich herum ist. Um mit der Sprache von Namkai Norbo wieder zu sprechen, wenn du mit den Umständen arbeitest, indem du dich dem gegenüber eröffnest, was auf eine sehr einfache und ungekochte Art und Weise sich als entstehend zeigt und dann siehst du, was möglich ist. Es ist nicht so, dass wir es versuchen, geschehen zu lassen. Mit anderen Worten, das Potenzial enthüllt sich selbst in seinem Erscheinen. Aber ich wollte arbeiten, aber vielleicht wird es nicht. Aber es ist so wichtig, dass es funktioniert. Das ist ein Urteil. Dinge reifen daran oder auch nicht. Aber warum machen die das nicht? Warum lehrt diese Lama nicht regelmäßiger? Die Frage selbst manifestiert schon einen Satz von Annahmen darüber, was die andere Person zu tun hat. Das ist ihr Titel, das ist ihr Job, warum machen sie das nicht? Das ist sehr fest. Du hast die Situation verdinglicht und willst auch noch anderen sagen, was sie zu tun haben. Was Alcantro sagt, ist, erfinde deinen Geist zuerst. Mach dich nicht geschäftig damit, darüber nachzudenken, was andere Leute tun. Wenn du dich niederlässt in deiner ungeborenen Bewusstheit, dann das wird dir schon zeigen, wie es ist. Da sagt sie, indem du dich stets an diesem Zustand von Klarheit und Bewusstheit hältst, wirst du die Selbstbefreiung von allem, was erscheint, erfahren. Zum Beispiel, du bist in einer Situation und es gibt Muster, die sich da zeigen und dann ist es, wie es ist. Was da steht, ist eine augenbüchliche Präsenz oder ein sofortiges Erstehen von Erstehen von dieser offenen Bewusstheit. Und wenn du in dieser Situation bleibst, ist es, wie es ist. Wenn aber die Frage kommt, aber warum, dann lässt du diese Frage sich selbst befreien. Wir müssen es nicht wissen, denn wir können es auch nicht wissen. Wenn jemand uns fragt, warum hast du das getan, werden wir wahrscheinlich irgendetwas sagen können? Ist das die Wahrheit? Warum bist du rausgegangen und hast dir ein Glas Wasser geholt? Ich hatte Durst. Warum warst du durstig? Ich habe zu viel Salz in meinem Mittagessen gehabt. Warum hast du das getan? Ich war abgelenkt. Warum warst du abgelenkt? Diese Art von Untersuchung findet kein Ende. Warum bin ich daran interessiert, warum jemand rausging, um Wasser zu holen? Vielleicht bin ich sauer, dass sie mir nicht ein Glas Wasser mitgebracht haben. Ich habe da eine Erwartung, wie eine höfliche Person sich benehmen sollte. Der Dschungel konzepthafte Interpretationen kann sehr schnell sehr dicht werden. Und die Selbstbefreiung von allem, was erscheint, bedeutet, bleibe in der Frische dieses Augenblicks. Was immer feine Geschichte auf der Grundlage von Konzepten konstruiert wird, sie wird niemals definitiv sein. Es gibt Tausende von Büchern über den Zweiten Weltkrieg. Es wird sicherlich Gelehrte geben und Journalisten, die sich schon darauf vorbereiten, ihre Bücher über den Krieg in der Ukraine zu schreiben. Warum es geschah, wie es geschah, das sind Interpretationen. Es gibt da keine definitive Wahrheit dieser Dinge. Du verbindest deine scheinbaren Fakten zu einem Muster und bist sicher, das ist die Wahrheit. Aber jemand anders ist nicht einverstanden. Es gibt keinen wahren Bericht von irgendetwas. Denn ein Bericht ist immer eine Geschichte über etwas. Aber die Unmittelbarkeit ist keine Idee über etwas, sondern sie ist einfach. Je mehr du dich auf Geschichten und Meinungen über etwas stützt, desto stärker bereitest du dem Konflikt einen Weg. Dann sagt sie, indem du die stetige Praxis der Nicht-Meditation der Soheit entwickelst, werden die Geistesplagen allmählich schwinden. Und die Nicht-Meditation der Soheit bedeutet, wie es ist, wie es erscheint, wie es sich gerade ereignet, versuche nicht irgendeine Position dem Gegenüber einzunehmen, füge nichts hinzu, ziehe nichts ab und bleibe einfach dabei, wie es ist. Und diese kontinuierliche Praxis davon ist, nicht irgendetwas zu tun, sondern gewissermaßen auf diesem Punkt zu bleiben. Das ist ein bisschen wie das Erlernen des Pferdereitens. Am Anfang fühlst du dich nicht sehr wohl da oben auf dem Pferd und das Pferd spürt dein Unwohlsein und wird auch nervös und fängt an, sich herumzuwinden. Aber allmählich beginnst du zu vertrauen, dass das Pferd dich nicht abwerfen wird und du entspannst dich. Und wenn du dich entspannst, entspannt sich das Pferd auch. Und dann beginnt ihr in Harmonie zu sein. Und das ist nicht so, dass du da irgendetwas zu tun übst, sondern was du übst, ist das Nicht-Unterbrechen der potenziellen Harmonie zwischen dir und dem Pferd. Indem du also entspannt und offen in dem, wie es ist, bleibst, werden die Geistesplagen allmählich abebben. die Geistesplagen, also das Treffen von unhinterfrachten Annahmen, die dann gefolgt werden von Abneigung und Begierde, Stolz und Eifersucht und all dem, davon gibt es viele. Sie werden sich allmählich verringern von sich aus ohne den Gebrauch irgendeines Gegenmittels, denn wenn du dich niedergelassen hast, dann bist du im Gleichgewicht, sodass du dich nicht anspannen musst und nicht versuchen musst, dich selbst zu korrigieren. Da gibt es weder einen Überfluss noch einen Mangel, es ist harmonisch. Ich brauche nicht mehr von diesem und weniger von jenem. Es ist gut, wie es ist. Also diese fünf Geistesgifte erstehen, aus dem sich in Dualität Befinden und diese Trennung und Mangel an Ausrichtung zu erfahren, sodass es die Aktivität gibt, sicherzustellen, dass du das bekommst, was du brauchst. Und das kommt von einem Mangel her. Ich bin unvollständig. Wenn wir zurückkommen auf das Sokpa-Chenpo, die große Vollendung, Vollständigkeit, was wir heute Morgen angeguckt haben, ist die Unvollständigkeit der Positionierung des Bewusstseins. Bewusstheit ist vollständig und das Ego selbst ist niemals vollständig. Denn das Ego selbst ist zusammengesetzt aus dynamischen Elementen und es wechselwirkt mit dem Umfeld, welches auch ein Feld ist, das aus nichts anderem als dynamischen Elementen besteht, sodass es hier immer die Tendenz zur Destabilisierung gibt. Was sich ja so anzeigt, ist, dass wir nicht den Versuch unternehmen müssten, in den Zustand von Bewusstheit zu kommen. Also wir müssen nicht etwas tun, um in die Bewusstheit zu kommen, weil die Bewusstheit von allem Anfang an innewohnend da ist. In Samsara, in unserer begrenzten, verkörperten Welt, ist Aktivität notwendig. Aber dieser Körper wird verschwinden, wir werden sterben und das ist nicht das Ende der Straße. Aber Bewusstheit selbst wird weder größer noch verringert, sodass du nicht den Versuch unternehmen musst, es zu irgendetwas zu machen, sie ist einfach schon bereits da. Du als der Handelnde kannst du nicht Erleuchtung machen. Erleuchtung erscheint, wenn du dich dem gegenüber öffnen kannst, was schon immer da war, nämlich zu der unveränderlichen ursprünglichen Bewusstheit. Aber wir sind auf dem Pfad, wir haben noch nicht herausgefunden, wo wir sein wollen und deswegen sagt sie dennoch, obgleich du dich darin übst, immer in Soheit zu verweilen, musst du so wie süße Klänge eine richtig gestimmte Seite erfordern, im Zustand unabgelenkte Sammlung verweilen. Also das hat er nicht vorgelesen. Ja, okay. Das ist ja ein bisschen ein kompliziertes Bild, was sie verwendet. Normalerweise, wenn du eine Gitarre hast, dann musst du die Seite anspannen und dann vielleicht auch wieder etwas entspannen, um die richtige Spannung zu bekommen. Und so sagt sie, du könntest herausfinden, dass du hier ein bisschen zu angespannt und zu sehr strebend bist oder du könntest zu entspannt und so nachlässig sein und nicht wirklich hier sein. Was sie aber sagt, ist, versuche es nicht einzustimmen, versuche nicht zu korrigieren, was da ist und wende keine Gegenmittel an, sondern bewahre schlicht und einfach den Zustand einer ablenkungsfreien Sammlung. Der Keist ist entspannt und offen, hat keinen Ort, keine Farbe, keine Form, kommt nicht von irgendwoher, geht nicht irgendwo hin, du kannst ihn nicht als ein irgendwie geartetes Ding begründen. Und diese Sammlung, oder man könnte auch Erinnerung sagen, ist einfach eine Erinnerung daran, sich in die Präsenz, in der Präsenz niederzulassen. Wenn wir abgelenkt sind, geht unsere Energie scheinbar in fragmentierte Muster hinein und wir zerstreuen uns. Das ist jedenfalls, wie es sich für uns anfühlt. Also diese Sammlung bedeutet, bedeutet, dass man sich zusammenbringt wieder, also die zerstreuten Teile wieder zusammenbringt. Wenn du das in einer subtil-dualistischen Art und Weise machst, dann könntest du irgendwelche Dehnungsübungen, Yoga-Übungen machen, deinen Atem entspannen und das würde dir helfen, dich wieder sozusagen in dir selber zu sammeln. Aber das ist nicht, worüber sie spricht. Sie spricht davon, öffne dich dem Grund gegenüber. Der Grund ist die ungreifbare unendliche Offenheit, innerhalb derer sich die Klarheit manifestiert. Und innerhalb dieser Klarheit bist du gegenwärtig präsent. Du bist innerhalb des Feldes der Klarheit gegenwärtig als ein Aspekt dieses Feldes der Klarheit. Diese Fragmentierung oder Trennung oder die Entwicklung separater wahrhaft existente Entitäten hat niemals in Wahrheit bestanden. Und das zeigt uns, was ja auch viele Schreibende festgestellt haben, eingeschlossen, Milarepa, ist diese Aussage, dass wenn du diesen einen Punkt klar siehst, alles andere enthüllt ist. Die Bewusstheit ist das Ganze und das Ganze ist nicht fragmentiert. Fragmentierung erscheint, wenn es da eine Unbewusstheit bezüglich auf das Ganze gibt und dann viele verschiedene Dinge erscheinen, aus denen man versucht, irgendwie einen Sinn zu machen und zu verstehen, was vor sich geht und so weiter. zu allen Zeiten und unter allen Umständen weigst du nicht von dem Grund ab. Das ist der eine Punkt, der alles integriert. Es gibt da keine andere Quelle. Also hierher zu gehen, dorthin zu gehen, hier zu schauen, dort zu schauen, zu versuchen irgendwelche Bruchteile zu finden, ist nicht notwendig. Nun, Ayokandro hat diesen Text spät in ihrem Leben geschrieben. Sie ist durch Tibet gereist, hat sehr, sehr viele Lehrer getroffen, sehr, sehr viele Unterweisungen und Initiationen erhalten und viele verschiedene Arten von Praxis durchgeführt. Es gibt so viele Dinge, die du tun kannst, aber wer bist du? Du bist hier, du bist am Leben, deine Sinne funktionieren, wer ist derjenige, der aus meinen Augen schaut, wer ist derjenige, der durch meine Ohren hört, einfach nur ein Konzept darauf anzuwenden, wird nicht hilfreich sein. Wir müssen uns hinsetzen und gestatten, dass unsere Wahrheit sich für uns zeigt. Wenn du aufhörst, dir selbst zu sagen, wer du bist, wie du bist, wenn du dich einfach hinsetzt, dann gibt es am Ende vielleicht ein wenig Raum, damit es klar wird, wie es tatsächlich ist. Und die Sache, dass alles die gleiche Quelle hat und eingeschlossen ist innerhalb der großen Vollendung oder des großen Ganzen, ist, dass es da keine Fehler gibt. Es gibt eine Musterbildung der Manifestation und das ist, wie es ist. Zum Beispiel gab es diesen berühmten Lama Chögyam Trunkpa. Ich habe ihn getroffen, als er vor langer Zeit in Schottland war. Und er war damals der leitende Lama, wenn man so sagen will, eines kleinen Platzes, der damals Johnson House hieß. Seine Lebensweise war ziemlich intensiv und eines Nachts war unterwegs mit einigen Leuten mit seinem Fahrzeug und fuhr sehr schnell und baute einen Unfall. Und der übliche Bericht ist, dass er das Auto in einen Laden mit Scherzartikeln hineinfuhr und dann war er im Krankenhaus mit ziemlich ernsthaften Verletzungen seines Körpers und dass wir in die buddhistische Gesellschaft an der Universität einluden, konnte er kaum laufen. Und dann bewohnte er eben diese Existenz. Er schien wirklich in seiner Existenz ziemlich zu Hause zu sein. Das hat ihn nicht daran gehindert, viele neue Dinge zu lernen über japanische Kunst und so weiter. war sehr produktiv und auch sehr offen für Verbindung mit vielen Menschen. Er war ein sehr gutes Beispiel dafür, sich selbst nicht zu begrenzen. Wenn dein Körper beginnt anders zu funktionieren, wenn du gewisse Funktionen verlierst oder deine Flexibilität verlierst und Dinge nicht mehr tun kannst, die du zu tun gewohnt bist, dann kannst du eben die Dinge tun, die du jetzt tun kannst. Es ist nicht so sehr der Zustand unseres Körpers der uns begrenzt, sondern es ist unsere eigene Idee davon, wie wir sein sollten oder wie wir gerne wären. Versuche also in jeder Situation immer bei der Einfachheit diese Situation zu verweilen. Wenn du traurig bist, sei traurig in Leerheit. Wenn du dich einsam fühlst, sei einsam in Leerheit. Versuche nicht die Art und Weise des Erscheinens zu beeinflussen, weil sonst wirst du einfach immer mehr das Erscheinen der Dualität verstärken. Das ist es. Wenn du da sehr nah dran bleibst, dann hast du auch mit allen anderen eine sehr nahe Beziehung, denn du bist ein Teil des gesamten Feldes des Erscheinens. In der Tat, selbst wenn wir lernen, müssen einfach nur lernen, wie wir dieses Pferd zu reiten haben, unseren Sattel sozusagen auf dem Pferd von Problemen, Verwirrungen, aufbringenden Dingen und so weiter einzunehmen. Wenn wir nämlich mit den Umständen arbeiten wollen, dann ist es nur dann möglich, wenn wir sozusagen mit den Umständen Co-Emergent sind, nämlich aus dem Feld der Bewegung der Erscheinung in der Klarheit. Lass uns wieder ein bisschen sitzen, lass die Wirbelsäule euer Gewicht tragen, unser Blick ist offen, aber wir starren nichts an. Erinnert euch dann, was sie uns sagte, was immer du siehst, ist deine Interpretation. Wenn du denkst, ich schaue die Wand an und da ist ein Gemälde auf der Wand, das ist ein Konzept. Was du siehst, ist Licht um diese Farbmuster. Das ist das, was zu dir durch deine Augen kommt. Und das bist du, der die konzeptuellen Interpretationen hinzufügt. Wenn wir das weiße A visualisieren, dann repräsentiert das A den Grund oder die Quelle von allem. Und dieses fünffarbige Licht von weiß, gelb, grün, rot und blau repräsentiert das Potenzial der fünf Elemente, der fünf Weisheiten, der fünf Geistesplagen und allem, was in Samara und Nirvana erscheint. Und das ist die Strahlkraft unseres Geistes. In und in und aus der Leerheit erstehen und als Leerheit erstehen. Dann lassen den Klang von den A's dreimal erklingen und entspannen langsam dann die Spannung in unserem Körper. Und wir öffnen sozusagen den Raum, unseren Raum und das erlaubt uns den Raum überhaupt zu sehen. Und dann ist es wie Himmel zu Himmel, der Himmel der Bewusstheit und der Himmel der Phänomene voneinander untrennbar. Was immer dann kommt, lasst es kommen, was immer geht, lasst es gehen, entspannt und offen. Das ist eine Pause. Wenn du aufstehst und dich umherbewegst, versuche in deiner Bewegung das Gefühl dafür zu wahren, dass dein Körper sich mit der Form der Welt um dich herum bewegt. Wenn Kommentare und Absichten in deinem Geist aufkommen, dann lasst sie einfach da sein und vorbeigehen und bleibe nahe an der einfachen Wahrnehmung. Wir treffen uns wieder viertel vor fünf mitteleuropäische Zeit. Okay. Lasst uns weitermachen. Wie die meisten von euch sicher wissen werden, gibt es viele, viele verschiedene Dharma-Pfade und alle diese Pfade sind gut. Aber wir werden sicherlich sterben und wir sind für gewöhnlich auch jetzt schon sehr beschäftigte Leute und so ist ein Dharma-Weg, der schnell ist, auch nützlich. Zentrale Punkt ist der Geist. Wie es in dem ersten Text aus dem Buch, aus dem auch dieser Text hier entnommen ist, sagt, ist der Geist der Boss. Und das sagt der Dharma-Pfade einen allgemeinen Theravaden-Text. Den eigenen Geist zu finden ist also das Wichtigste. Dann sagt sie in dem Text hier, es ist nicht nützlich, sich an irgendeine Art analytische Kontemplation zu halten. Lasse also die Bewusstheit nackt und unbedeckt sein. Und das betrifft sowohl eine analytische Kontemplation im allgemeinen Mahayana wie etwa dem Versuch der Prasangiger Kritik der inwohnenden Existenz zu folgen, um die Leerheit aller Phänomene zu zeigen. Aber es bezieht sich ebenfalls auf den Gebrauch im Tantra von Symbolen der Transformation, also Praktiken, in welchen wir selbst eine bestimmte Gottheit werden oder die verschiedenen Konstituenten unserer Existenz werden zu verschiedenen Gottheiten aus dem Mandala der friedlichen und zornigen Gottheiten. Es gibt eine Beschreibung, die einen Zusammenhang herstellt zwischen jedem der konstituierenden Teile unserer samsarischen Existenz mit einer Gottheit aus diesem Mandala. Wenn du die acht verschiedenen Bewusstseinsaspekte betrachtest, du weißt, dass sie in Wirklichkeit die acht Bodhisattvas sind. Verschiedene Systeme knüpfen hier zu Wahlen verschiedene Korrelationen. Dies ist nicht dies, sondern jenes. Wenn du die Welt als voller, die samsarische Welt als voller Konstituenten mit ihrer materiellen substanziellen Existenz ansiehst, dann ist das eine Fehlwahrnehmung, denn in Wirklichkeit sind das sozusagen die verschiedenen Buddhas und Bestandteile dieses Mandalas. Aber diese Pfad der Transformation erfordert eine Menge Erinnerung an die Details der verschiedenen Gottheiten und aber auch an die Details verschiedener Aspekte des Samsara und wie es funktioniert. Das involviert bei uns dann die Notwendigkeit zu verknüpfen, Verknüpfungen herzustellen, Korrespondenzen herzustellen, was uns gewissermaßen auch dazu bringt, uns mit dem mit den verschiedenen Aspekten mentaler Aktivität zu verknüpfen, zu verbinden. Und deswegen sagt sich hier, daher lasse deine Bewusstheit nackt und unbedeckt sein. Wenn du in den Zustand des Spiegels eintrittst, werden die Spiegelungen von alleine kommen und gehen. Und wenn du versuchst, die Spiegelungen in bestimmten Mustern anzuordnen, sodass sie auf bestimmte Funktionen übernehmen, dann ist es wahrscheinlich, dass du den offenen nackten Zustand des Spiegels selbst vergisst. Tatsache ist aber, dass der Spiegel immer nackt ist. Und selbst wenn eine Spiegelung im Spiegel erscheint, kann diese den Spiegel nicht zudecken, weil der Spiegel dadurch nicht zugedeckt werden kann. Es ist ja nichts innerhalb des Spiegels da, was durch die Spiegelung verborgen werden könnte. Also entspanne dich, sei offen gegenüber deinem Geist und erkenne, wie die verschiedenen Muster von Interpretationen und Ideen in deinem Geist erstehen und erkenne, sie sind alle mein Geist. Alles hat die gleiche Quelle und das ist der offene leere Geist. Diese ganzen Muster des Erscheinens, ob die jetzt glücklich oder traurig sind, angenehm oder nicht angenehm, sind alles Muster des sich Zeigens, des Potenzials des offenen leeren Geistes. Wenn du in den Spiegel schaust, siehst du da etwas, dann kannst du anfangen zu identifizieren, was es darzustellen scheint oder du kannst unmittelbar sehen, es ist eine Spiegelung. In der gleichen Weise mit unserem Geist, der offen ist, in diesem Raum, da ist diese Unmittelbarkeit des Entstehens, das Potenzial von allem, was da sein könnte. Wenn du sehen kannst, ah, das ist die Klarheit des Geistes, das ist wie das Erkennen, dass es sich um ein Spiegelbild handelt. Wenn du aber anfängst, herausarbeiten zu wollen, was es ist, was es bedeutet und so weiter, dann verfällst du unmittelbar in die Dualität, denn Samsara und Nirvana befinden sich nah beieinander. Dann sagt sie, genau der Zustand des ursprünglichen Erkennens, dieses augenblicklichen Inders-Sein-Tretens muss in seiner ganzen Fülle erfahren werden. Dieses augenblickliche Ins-Sein-Treten ist etwas, was immer unmittelbar hier ist. Es ist immer einfach dies, dies, dies. Es ist kein nichts zusammengesetztes und aufgebautes. Es ist immer unmittelbar dies. Und wenn unsere Bewusstheit dieses unmittelbar sieht, ohne irgendetwas hinzuzufügen oder wegzunehmen, ohne es zu analysieren oder sonst irgendwie zu verändern, dann ist das die unmittelbare Qualität des ursprünglichen Wissens. Ich gebrauche diesen Term, diesen Begriff ursprüngliches Wissen. Auf Deutsch müsste man eigentlich ursprüngliche Wisserung sagen, wenn es das gäbe, für das tibetische Wort Je-She. Je bedeutet von allem Anfang oder vom Ursprung her und Shepa bedeutet zu wissen. Das Ursprüngliche ist dasjenige, das niemals künstlich geworden ist. Es wurde nicht repariert, es hat keinen Fehler entwickelt, es muss nicht verbessert werden, es ist, wie es ist. Und wie es ist, ist immer das Gleiche. Bewusstheit und Leerheit, Klarheit und Leerheit und Erscheinung und Leerheit. Und das ist alles, was es jemals gab, was jetzt da ist und was jemals da sein wird. Das ist jetzt kein Dogma, sondern das ist etwas, wonach du selbst Ausschau halten musst und dann wirst du sehen. Und dann heißt es hier, du musst das in seiner ganzen Fülle erfahren. Das ist das Ganze und das ist vollständig. Das ist nicht notwendig, irgendetwas von woanders zu importieren, denn es gibt kein woanders. Das ist das Ganze, das Malato. Und dann hast du das Vertrauen oder die Zuversicht, dass alles, was erscheint, der Geist ist. Und wie wir bereits angeschaut haben, ist dieser Geist mein Geist und auch zugleich nicht mein Geist. Es ist unbestreitbar mein Geist, weil ich hier bin, gegenwärtig. aber aber es nicht mein Geist im Sinne was ich besitzen könnte. Das ist auch sicherlich nicht etwas, was repräsentiert werden kann oder worauf hingewiesen werden kann mittels der Sprache. Wenn du an einem heißen Sommertag in der Landschaft bist und bekommst zu einem kleinen Wasserfall, dann hast du vielleicht das Bedürfnis, in diesem Wasser zu baden. Du kannst natürlich hinsetzen aber nachdenken, ich frage mich, wo dieses Wasser da oben im Gebirge herkommt. Ich frage mich, ob es vielleicht sehr kalt ist und dann werde ich mich verkühlen und krank werden. Du kannst über diesen Wasserfall in vielerlei Hinsicht nachdenken. Oder du kleidest dich aus und läufst da rein. In dieser Wasserfall, wenn dein Körper ihm begegnet, hat eine völlig frische Unmittelbarkeit jenseits von allen Konzepten, die du darüber haben kannst. Und das ist diese Fülle, du musst dich deinem eigenen Geist gegenüber öffnen. Wenn du über deinen Geist nachdenkst, dann ist es so, als würdest du gewissermaßen deine Wetten ein bisschen einhegen. Das heißt, du setzt ein bisschen von deinem Geld auf die Bewusstheit und einen anderen Teil auf Konzepte. Und sie sagt, nee, mach das nicht. Gib dich selbst völlig an die Öffnung. Aber wie werde ich dann wissen, was geschieht? Aber wir brauchen es ja gar nicht zu wissen, was geschieht. Du wirst in diesem Geschehen gegenwärtig sein, als ein Teilnehmer dieses Geschehens. Und dann sagt sie, das ist das Lebensblut der Praxis. Und uns geht es gut, wenn das Blut in jeden Teil unseres Körpers hinkommt. Und das ist das Gleiche. Das Lebensblut der Praxis sollte jeden Aspekt unserer Erfahrung durchdringen und uns nicht irreführen durch Ideen von vielleicht ist es dies, aber vielleicht auch jenes. Das ist sehr stark wie die Unterweisung von Garab Dorje in den drei Aussagen. Er sagt, als erstes offene dich deinem Geist gegenüber wir ist. Und das wird mit dem Begriff beschrieben, was so viel heißt wie dem Geist vorgestellt werden. Dem Wasserfall vorgestellt zu werden, ist nicht nicht das, was wir in Englischen oder im Deutschen sagen, das ist hier ein Wasserfall. Du trittst da hinein und weißt unmittelbar, ja, das ist es. Sich dem Geist vorgestellt zu werden, heißt so viel wie sich dem Geist gegenüber zu öffnen und die Gedanken über den Geist loszulassen und sozusagen einfach selbst der Geist sein als wir selbst. Die zweite Aussage ist in die Zuversicht oder in Vertrauen darauf zu verweilen oder wie Namkai Novo es bevorzugt zu sagen nicht in Zweifel darüber zu verharren. Mit anderen Worten, wenn du präsent in diesem Augenblick bleibst, dann ist dieser Augenblick ein sich immer erfüllender Augenblick und das wird der Fluss des Lebens durch dich sein mit dir als ein Teil des Umfeldes sodass du eine nicht-duale Co-Emergenz von eben diesem hast. Aber wenn die übrig gebliebenen Fäden oder Fransen unsere Ego-Identität da hinein gezogen werden und uns damit auch fangen, dann fangen wir an zu denken, ist das wirklich das? Ist das Buddha? Denn ich habe doch im Text gelesen, wenn ich sein Buddha werde, dann bekomme ich da dieses vorstehende Ding auf dem Kopf, diese Ushnisha und einen kleinen Punkt auf der Stirn, die Urna und die Finger, die kriegen Schwimmhäute, aber ich habe all das nicht. Ich denke nicht, dass ich ein richtiger Buddha bin. Jetzt haben wir eine Idee, wie der richtige Buddha wäre und eine Idee davon, wie wir sind und diese beiden Ideen passen nicht zueinander. Was Karab Doge sagt, du kannst nicht als Bewusstheit präsent sein, wenn du über Bewusstheit nachdenkst. Eine Sache ist, sich der stets offenen Bewusstheit gegenüber zu öffnen und die andere Sache ist, darüber nachzudenken. Im gewöhnlichen Leben entwickeln wir Zuversicht oder Vertrauen, weil wir darauf vertrauen, dass wir in der Lage sein werden, etwas gut durchzuführen. Ich weiß, was ich tue, ich kann das gut, ich habe das gut geübt, ich bin zuversichtlich, dass ich es gut machen werde. Das ist die Zuversicht des Egos. Aber die Zuversicht oder das Vertrauen der Präsenz ist einfach diese Präsenz. Und das ist kein künstlicher Konstrukt. Also nicht im Zweifel zu verweilen bedeutet, wirklich in den Wasserfall zu treten, bis man vollständig durchnässt ist. Und das ist der Strom des Lebens. In tibetischen Texten heißt es Rangbab, also selbstfallend oder selbstströmend, wie eben ein Wasserfall, der einen Berg herabfließt oder abstürzt. In einem Land wie Schottland, wo der Wind stetig bläst, wird das Wasser des Wasserfalls sich hin und herbewegen. Wir sind in einem Strom von Erfahrungen, Gedanken, Gefühle, Empfindungen, Farben, Klänge, aber das ist nicht fixiert. Wir kommen nicht an irgendeinem Ort an. Was wir haben, ist gegenwärtig zu sein, wie auch immer es ist. Manchmal wird das auch als die Zitadelle oder die Burg des Vajradara, des höchsten Buddha bezeichnet. Du wirst da drin sicher sein. Das ist natürlich ein Symbol, das ist nicht irgendein Ort, sondern das ist die Nicht-Dualität von Bewusstheit und Leerheit, Klarheit und Leerheit und Erscheinung und Leerheit. Die dritte Aussage des Karab ist in diese Weise fort zu fahren. Sorry, it's frozen. It's frozen. I didn't get it. Frozen. Was immer erscheint, befindet sich in dem ungeborenen Fluss der Erfahrung. Was immer das ist. Autounfall. Erscheinung und Leerheit. Krieg, weinende Kinder, Erscheinung und Leerheit. Das ist, was es ist, wie es ist. Wir können unsere Meinung und unsere Emotionen und Gedanken hinzufügen. Wir können sagen, es sollte nicht geschehen. Was ist geschehen? Muster haben sich verändert. Manche Musterveränderungen machen uns glücklicher, manche Veränderungen von Mustern machen uns nicht so glücklich, aber der Spiegel wird durch die Spiegelung nicht berührt. Und das Tor zum Samsara ist die Unbewusstheit bezüglich des Spiegels. Wenn du die Spiegelung siehst, ohne zu wissen, dass es eine Spiegelung ist, dann hältst es für real. Das Weinen Kind ist eine Spiegelung und das ist keine grausame oder herzlose Behauptung. Das Kind wird für eine Weile weinen oder dann wird es sterben oder es wird gesunden und die Umstände werden sich verändern. Das ist die Art und Weise, wie das Leben für eine sehr, sehr lange Zeit vor sich geht. und niemand kann das anhalten. Kriege geschehen, Grausamkeit geschieht, Vergewaltigung geschieht, Folter von Kindern geschieht, alles Mögliche geschieht. Wenn du sagst, ich bin damit nicht einverstanden, das ist sehr schlecht, ich werde es anhalten, dann können wir es trotzdem nicht anhalten. Das ist die Bedeutung von Samzara. Als ich ein Teenager war, wurde ich sehr involviert in die pazifistische Sichtweise und war engagiert beim Verkauf von pazifistischen und anarchistischen Schriften. Ich erinnere mich, wie ich zu meiner Mutter sagte, warum haben die Frauen nicht ihre Männer und ihre jungen Jungs angehalten und von ihnen verlangt, dass sie nicht in den Krieg gehen. Wenn die Frauen das gewollt hätten, hätten sie den Krieg stoppen können. Und sie guckte mich nur ein bisschen traurig an, als ob sie sagen wollte, oh ja, du bist noch recht jung. Denn kurz danach begann der Vietnamkrieg, sozusagen seine große Zeit zu haben. und wieder geschahen furchtbare Dinge Napalm und mit Agent Orange und mit der gleichen mehr. Das hat nicht angehalten. Die Kriege stehen nicht aufgrund von ein paar schlechten Leuten, sondern aufgrund der eigentlichen Natur von Unbewusstheit und den fünf Geistesgiften. Was sich hier im Sinne der dritten Aussage von Garab Doge sagt, ist, wenn du allzu schockiert durch das, was die Welt an dich heranträgt, bist, dann wird das in dir wiederheilen und diese Vibration, diese Schwingung wird dich zu einer einsamen und impotenten Person machen. Was Garab Doge sagt, ist, setze fort in diese Weise. Bleibe niedergelassen in der stets offenen Bewusstheit. Du musst nicht das blockieren, was erscheint. Es erscheint um dich mit dir herum. Und bleibt aber ungreifbar. Unser Mitgefühl ist keine Theorie, sondern das ist eine Praxis des Arbeitens mit den Umständen und auch mit dem Umstand der eigenen Befähigung und der eigenen Möglichkeiten, so wie die Dinge für uns eben erscheinen. Und was wir mit anderen tun, findet statt in dem Raum der Bewusstheit. Dann sagt sie hier im Text, es gibt viele, die es akzeptieren und erklären, dass die Phänomene leer sind. Wenn da zum Beispiel Nagar-Journalist oder die vielen Schriftsteller, die nach ihm darüber geschrieben haben, dann begegnest du so vielen verschiedenen Sichtweisen und Erklärungen der Leerheit. Aber es heißt in vielen Texten, dass ein solches konzeptuelle Verständnis lediglich wie ein Flicken auf deinem Mantel ist. Dieser Flicken ist nicht verwoben mit dem Stoff des Mantels und deswegen können die Fäden brechen und der Flicken wird wieder abfallen. Es kann sein, dass es dir völlig klar ist, was Leerheit ist an einem guten Tag, wenn du entspannt und glücklich bist, aber wenn du vielen Problemen begegnest, ist, kann es sein, dass du dann anfängst, doch alles für serial zu halten. Sie sagt, nein, nein, das ist nicht genug. Wisse nicht über Leerheit, sondern sei Leerheit. Dann sagt sie, aber die gleichzeitige Bewusstheit und Leerheit, die zur Zeit der Initiation aufgezeigt wird, ist deine eigene gegenwärtige Präsenz, die jenseits davon ist, als existent beurteilt zu werden. In den tantrischen Systemen der Initiation gibt es natürlich viele verschiedene Klassifikationen, aber grundlegend gesprochen sagt man, dass es die dritte Initiation ist, die in die Natur des Geistes einführt, in die leere Natur des Geistes einführt. Und unser Geist ist leer, aber zugleich auch gewahr. Oder um es anders auszudrücken, die Nicht-Dualität von Bewusstheit und Leerheit ist unser Geist. Und die Klarheit davon kann auf vielen Wegen erstehen, indem wir vielleicht einen Unfall haben, ein Schockerlebnis oder indem wir Pet rufen oder im Orgasmus oder indem wir verschiedene Semsins praktizieren. Auf vielen Wegen kann diese Erfahrung eines augenblicklich, wenn es vielleicht auch nun momentan gewahr werden von nichts an sich. Wenn wir so absolut sehen, dass ich bin kein Ding, mein Geist ist der offene leere Himmel und darin steht ein Gedanke, ich sitze hier oder meinem Rücken tut mir weh oder ich möchte gerne spazieren gehen. Das ist wie der Wind, der durch den Himmel bläst und den Duft verschiedener Blumen trägt. diese Gedanken haben keinerlei Substanz wie der Wind und sie etablieren auch nichts. Ich sitze hier und versuche zu meditieren, das ist ein Gedanke. Mein Hintern tut weh, ich weiß nicht, wie zu meditieren geht, das ist ein Gedanke über den anderen aufgehäuft. Versuche mal eine Handvoll Wind zu greifen, versuche eine andere Handvoll Wind zu greifen, und bringen sie zusammen zu einem Doppelwind. Jetzt haben wir einen sehr starken Wind. Oh, das ist jetzt die richtige Sache. Wenn du das siehst, dann weißt du, du ein blöder Idiot bist. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, Wind zu fangen. Der Wind kommt doch zu dir als ein Geschenk. Warum versuchst ihn zu fangen? Glaubst du, dass dieser kleine Puff das letzte Stück Wind ist, das zu dir jemals ankommen wird? Leicht gekommen, leicht gegangen. Und das ist jenseits davon, als existent beurteilt zu werden. es es ist hier als etwas, aber es ist ein Etwas, das ein Nichts ist. Der Einfluss oder die Wirkung bedeutet nicht, dass es da eine innewohnende Existenz gibt. Das Verstehen der Leerheit löst nicht die Musterbildung der Welt auf. Aber jetzt können wir sehen, dass das eine Musterbildung der Leerheit ist, die sich als die Welt formiert, die aber dann als leicht und selbst auflösend begriffen werden kann oder auf eine schwere Weise als etwas, was eine innewohnende eigene Existenz besitzt. Deine Natur heißt es hier weiter, deine Natur ist die augenblickliche nackte Befreiung. Deine Natur in Tibet ist das, was sich selbst zeigt. Natur ist in unserer Sprache mit dem lateinischen Wort für Geburt verknüpft und bedeutet das, was sich zeigt, was geboren wird, was manifestiert wird. Woher unser Geist ungeboren ist, ist es so, als ob es von Augenblick zu Augenblick auf frische Weise als dieses oder jenes Muster geboren würde. Es ist selbst erstehend einfach so und es ist aber auch niemand macht es, aber es ist auch selbst verschwindend. Es gibt nichts, worauf aufgebaut werden könnte, es gibt nichts, was gebaut werden müsste und es gibt keinen der baut. Dies verschwindet und dies verschwindet auch. Es gibt viele Wege, die die Wahrnehmung hiervon erleichtern oder ermutigen, zum Beispiel wenn du rausgehst, während es ein bisschen regnet oder vielleicht gerade in dem Augenblick bevor der Regen beginnt. Du siehst einen Teich mit stillem Wasser und jetzt kommen die Tropfen vom Himmel herunter in das Wasser und kleine Kreise von Wellen breiten sich von dem Kontaktpunkt des Regentropfens mit dem Wasser aus. Nachdem es eine Weile regnet, ist die ganze Fläche des Sees einfach eine gekräuselte Fläche. Wasser kommt ins Wasser. In der gleichen Weise erstehen wir wie eine Welle am Ozean und wir verschwinden im Ozean wieder wie diese Welle von Augenblick zu Augenblick. Was können wir denn über die Zukunft sagen? Lass uns mal schauen. Das ist alles. Wir wissen es nicht, wie es morgen sein wird. Vielleicht wirst du dich morgen verlieben und wenn du dich verliebst, kannst du dich auch entlieben. Du hast deinen Job bekommen und warst so glücklich und jetzt wirst du in Stücke gelangweilt, das jeden Tag zu machen. Alles ist unbeständig. Glück ist unbeständig und Leiden ist unbeständig, Liebe ist unbeständig und Hass ist unbeständig. Deswegen wird gesagt, versuche nicht mit dem, was erscheint zu verschmelzen und es festzuhalten. Es wird ohnehin gehen. Bleibe offen und verfügbar und dann wird dies erscheinen und jenes erscheinen. Je mehr du entspannt und offen bleiben kannst, desto stärker wird der kleine Kreis deines Potenzials mit sich erweitern und sich dem großen Kreis des Potenzials nähern. Dann wirst du deinen Weg dahin finden, immer mehr dich auf deine Spontaneität zu verlassen, auf deine intuitive Spontaneität zu verlassen und mit den Umständen so zu arbeiten, wie sie erscheinen. Und so sagt sie ungekünstelt, augenblicklich gelassen, in unendliche Vollständigkeit, Dzogchen, das ist es. Immer offen, immer im Fluss, kein Konstrukt, deswegen kannst du gelassen sein. Das heißt in Tibetisch oder die Arbeit ist beendet, frei von Arbeit. Wenn du nicht länger dich selbst künstlich machen musst, dann wirst du vertrauen, es ist in Ordnung. Dann heißt es hier, ferner, es gibt keinen anderen Weg, sich mit Leerheit zu öffnen. Dann in Worten, du kannst es nicht geschehen machen. Du kannst alle möglichen Arten von Techniken lernen, alle möglichen Arten von Pranayama und Kumbaka und so weiter, aber du kannst nicht das Natürliche zum Natürlichen machen. Du kannst natürlich damit fortfahren, das Natürliche nicht zu sehen, indem du das Künstliche erfindest. Alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Wenn du eine Methode verwendest, um es geschehen zu lassen, dann wird es für eine Weile geschehen und dann wird es anhalten. Und vorher sagte sie augenblicklich gelassen. Und das ist, wie es ist von Anfang an. Du kannst dich in deiner ursprünglichen Natur entspannen. Und dann sagt sie du kannst dich der Bewusstheit eines unendlichen Willkommenheißens zuwenden oder nicht. Unendliches Willkommenheißen ist eine Möglichkeit, den Begriff da Mandatu zu übersetzen, dem Raum, wo alles geschieht, wo alle Ereignisse der Vergangenheit, der Zukunft, Gegenwart stattfinden. Bewusstheit ist untrennbar von diesem unendlichen Willkommenheißen. Wenn du mit anderen Worten, wenn du die Leerheit von allen Phänomenen sehen kannst, dann kannst du erkennen, dass dies schon selbst der Bereich des unendlichen Erscheins, alle Phänomene ist eingeschlossen der eigenen verkörperten Empfindung eines Selbst. Und diese Offenheit ist immer verfügbar, weil das ist, wie es ist. Du kannst dich dem zuwenden oder auch nicht. Du kannst dich dem Wasserfall zuwenden und einfach hinein, hinunter gehen oder du kannst dich davon abwenden und stattdessen über Wasserfälle nachdenken oder ein Buch über Wasserfälle schreiben. Was sie sagt, ist, das liegt bei dir. Sie kann es nicht für dich machen, es kann niemand für dich machen, aber es gibt ja auch nicht viel zu tun. die Arbeit der Dekonstruktion ist ein Pfad für Faule. Ob gleich Lamas viele Dinge erreichen oder schaffen, scheinen sie immer Zeit zu haben, herumzuhängen und ein Schwätzchen zu halten. Dieses Streben ist nicht so nützlich. Ich muss mich hart bemühen, um es geschehen zu lassen. Du kannst eine Tasse Tee zubereiten, aber du kannst nicht die Bewusstheit machen. Die Bewusstheit ist hier, du hast sie niemals verloren, also kannst du sie auch nicht finden und sie ist auch kein Ding. Du bist bereits Bewusstheit, der Raum der Bewusstheit füllt sich und leert sich die ganze Zeit über und glücklicherweise befindet sich in dem Raum deiner Bewusstheit ein alter defekter Plattenspieler mit einer defekten Schallplatte drauf, mit einem Kratzer und es geht Have a good time. Bye 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 for now. Thank you so much. Bye Bye James Bye Bye, everyone. Bye, everyone. Bye, everyone. Bye, everybody. Adios. Adios, adios. Bye, everyone.